ist heute schon wieder samstag das ist ja und damit leute nach einer woche machen wir heute 9 2 und zwar diesmal wieder der sechs stunden weiter geht jetzt aber ein dass wir wieder los ja moin 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 ich trinke ein bisschen apfelsaft ihr ganz entspannt hier moin moin ja wir beten heute alle 211 das war heute auf jeden fall moin hier erstmal an klaus schluck die die chante gelmato julia galaxy boy bis zu der 2.0 tiny jane mr toad moin king kopie moin 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 der chat der squallt hier zu schnell für mich jerome lp leon super joshi hd lp link dieter glorak servus let's dom servus king kopie moin nils moin wie geht's gut und ihr chaos schluck moin moin banana boss moin der botbanner ist hier das ist optimal hoffentlich band heute nicht meine bots na gut ich habe gar keine in youtube also kannst du keine bots bannen höchstens anderatmens biker bei auf jeden fall jerome habe ich schon gesagt brw lukas moin tim x2 moin gamer lisa moin hübi felix moin formular alles gut machen wir alles kann ich eh nicht ja okay keine ahnung so war erst mal neuen abo hier bananaburst dank fürs abonnieren warum auch immer der text auf englisch ist hieß das nicht immer da ist irgendwie hieß da text nicht immer irgendwie ja genau ist nur ein tod genau ich meine stand da oben auch mal oder warum ist der text ist auf englisch alter ja ich habe heute mal wieder ein windows update und ja das war heute schon wieder alles sehr belastend hier guck's in keyboy tari moin moin ja leute wir machen natürlich wieder das formular auf und ihr könnt mir wieder eure lever inszenen ich habe heute verschiedene spiele geplant unter anderem halt mao maker damit fangen wir jetzt an was spielt als erstes man sieht es glaube ich auch schon das ist mario maker 2 wir werden später auch noch einen race gegen ready machen und zwar in der endlos herausforderung ein race gegen ready der wird das nachher auch streamen oh mein gott leute so das formular ist jetzt eröffnet ihr könnt mir jetzt euer level einsenden so link zum formular ist jetzt in der beschreibung gönnt euch auf jeden fall auch alle könnt euch einen daumen nach oben gönnen hier an dieser stelle ich habe heute viel zu essen am start und zwar eine banane und einen keks krass ne ich weiß ich habe gute ausrüstung am start um halt diesen stream mit euch irgendwie zu überleben es geht darum den stream zu überleben leute ja mein lebensziel für heute jan philipp moin moin hast es doch geschafft grüß dich so meine lieben wir machen das heute ganz entspannt ja anlässlich ist der stream wegen den 25 via keys die immer erreicht haben dafür viel verdankt an euch an dieser stelle guten abend liebe community gleich gut los ja brw lukas dankeschön für 4 49 euro ne warum steht da dolle alter habe ich jetzt so lange nicht mehr geschrieben dass ich alles vergessen habe oder was ist da los dankeschön auf jeden fall guten abend ja 18 uhr drei jahres abend ne dank auf jeden fall dich und der toad ist ja da am dance in der vorschau in jahr ja dank auf jeden fall an dich hier geht ja gleich gut los hier aber ich habe saturn und marocard und alles andere nice dollar ja das war ein dollar zeichen da in der allem in dem alert von type da war ein dollar zeichen ja bei mir gab es tomatenpizza ja ich habe heute reis was war es noch reis und paar würstchen stücke waren da drin und paprika und sonstiges gemüse und so ja ach gott ja hallo nico grüß dich mal gucken ob wir das heute hier gebacken kriegen oder nicht wir beten alle mal zu eins in eins leute man weiß ja nie ob das heute alles so funktioniert habe gerade gesendet das levin nice super kannst du einen counter machen was für ein counter benny erstmal moll an dich was für ein counter möchtest du denn haben ich wüsste jetzt nicht was das für ein counter sein soll so ich darf jetzt mal in meiner liste zwei stunden nach unten score denn so winter haben heute heute ist der siebzehnte aja so da sind schon einige level wie ich hier sehe das erste level ist von galaxy boy aja galaxy boy hat hier das erste level eingesendet ja merkt das schon moin ich bin wieder da hallo nice banana moin moin so leute das erste level galaxy boy damals ist glaube ich 2.0 wenn du das bist ich denke aber mal schon dass du das bist so k7 natürlich müsst ihr uns warum habe ich so viel geld beste frage leute warum hat er zu viel geld leute schreibt eure vermutungen eine bank ausgeraubt oder hat bonze eltern oder geht schon arbeiten auf jeden fall dank an dich beste relation warum habe ich zu viel geld das weiß ich auch nicht das weiß ich auch nicht auf jeden fall dankeschön an lukas hier schon du hast einfach schon die 10 euro ne im grunde stream geht hier fünf minuten schon 10 euro rausgehauen ehre auf jeden fall an dich gibt den gerne mal ein paar herzen in den chat leute ja man wann smash das war ich noch nicht wir machen das heute ganz spontan dachte ich eigentlich keinen großen plan und so weil da muss ich mich daran halten und naja wir haben ja letztes mal gesehen wie das letztes mal lief mit dem plan deswegen dachte ich mir wir machen heute ohne plan und wir machen nach lust und laune ihr entscheidet sozusagen mit wann wir was machen also ihr entscheidet ungefähr mit natürlich spielen jetzt erst mal ein bisschen mauer maker 2 ist ja ganz klar weil bis 0 uhr haben wir ja viel zeit aber ihr könnt im grunde mit entscheiden wann wir was machen so ungefähr so crazy ghost house aya aya ein counter mit der zeit bis die 6 stunden abgelaufen sind könnte man machen ja aber ich denke bis 0 uhr kann man sich schon merken bis 0 uhr deswegen habe ich extra Passag gemacht gm ganz gut aus auf geht eigentlich sagt mir so sechs stunden wann was de dass rθε bis 0 also von 18 uhr halter ne Ich hab das hier krass geplant. Oh mein Gott. Ey, jetzt reicht's. Ey, was ist los? Äh, Gamert. Hame. Oder? Gamert. Was ist mit dir los? Okay. Und hallo Tobi auch. Moin, moin hier an dich. Mankot, Mankot, wie gesagt, machen wir alles ganz spontan heute hier. Tobi, moin erstmal an dich. So, und hallo Tommy. Antwort, ich hab eine Bank ausgerockt. Lächelndes Gesicht mit lachendem Augengesicht mit Freuden drinnen. Matze LP. All dies bitte ins Formular, in der Beschreibung, mein Lieber. Dort kommen die hin. Und Dankeschön an Lukas für nochmal 2,29. Hast ne Bank ausgeraumt, alles klar. So, letztes Dom will mal auf Spaß geteilt worden werden. Alles klar. Ja, gut. Kann man sich, denke ich mal, gönnen. Warum nicht? Gamertout ist immer für ihre Arbeiten stets am Start. War das deutsch? Ich glaube nicht. So, wir gehen jetzt endlich mal da hoch. Ich dachte, ihr fährt einfach nach oben. Deswegen hab ich kurz in den Chat geguckt. Ja, moin. Geht ja gleich gut los. Danke für den Fahrern, Lukas hier an dieser Stelle, ey. Skill ist schon wieder fahren. Also, ich bin der Streamer mit dem größten Skill. Also, bei mir könnt ihr, ähm, hochwertigen Skill erwarten. Das ist ganz klar an dieser Stelle. Mhm. Oh Gott. Was geht jetzt hier ab, ey? Pfff. Blind Jump. Es gibt eine Anzeige. Hallo Luigi Boy. Grüß dich. Moin, moin. Ähm. Was soll das jetzt hier werden? Was ist das? Brauche ich die Kisten für irgendwas? Nö. Wäre Paper nicht gesperrt, würde ich jetzt meine Wettschulden begleiten. Tja, dann gönn dir eine Google-Play-Karte. Ich bin so ein Profi. Ich brauche die Kisten natürlich für die Pflanzen. Mh. Ja. Oh mein Gott. Ha. Ich habe auch eine Bank ausgeraubt. Na, das will ich sehen. Das will ich sehen. Grüni, moin. Warum heißt das nicht mal grüner Toad? Warum heißt das jetzt grüni? Was ist bei dir passiert? Du bist jetzt, ähm, Parteimitglied der Grünen. Alter. What's my name? Say it now. BRW Lukas. Bitteschön. Ich habe es geschafft, mein Lieber. Ich habe deinen Namen richtig auf... Wollen wir wieder ausmachen hier? Ich bin ja jetzt schon geistig eingeschränkt. Ach, das Scheiße, Alter. Willkommen beim größten Skill Deutschlands. Danke auf jeden Fall, Lukas. Junge, wo hast denn du dein Geld her? So viel hatten wir nicht mal eine Bank. Oh mein Gott. So. Alles ganz entspannt. Genau. Ja, und jetzt? Hä? Das Level ist gerade ein bisschen zu viel für mich. Ah, ja. Ah, ja. Wir gucken auch mal. Hoffentlich hält das Internet heute durch. Ne, Leute? 1 in 1. Und so, ihr wisst Bescheid. Hoffentlich hält das heute durch. Wenn nein, sorry dafür. Aber wenn ja, also wenn es irgendwie abbrechen sollte zwischendurch. Ähm, ich lebe da noch, Leute. Also, stellt euch darauf ein, dass es denn hier weitergeht. Wenn es wieder geht. Bist du Bescheid. Okay. Ähm, das sind On-Off-Dinger hier. Also, können wir da einfach nochmal ganz... Oder... Junge, ich kacke hier einfach komplett ab, ne? Ich wusste gerade überhaupt nicht, wo ich hin soll. Okay, das Level ist für den Einstieg schon mal ein bisschen zu viel für mich. Gerade, wenn ich im Chat noch ein bisschen was zu lesen habe und so. Ist das für den Einstieg schon ein bisschen... Too much. Gut. Oh Gott. Ja, es... Kann ich VIP werden? Bin erst 9 Jahre. 9 Jahre bist du erst. Auch an dich, Matze, ne? Wie gesagt. All dies zu den Level, also dein Level-Code, in der Beschreibung einsenden. Dort ist ganz oben der Link. Und wie man am Handy die Beschreibung öffnet, ihr müsst einfach nur rechts auf diesen Pfeil klicken. Dann öffnet man eine Beschreibung auf dem Handy. Am PC ist es eigentlich... Joa, selbst erklärt, ne? Mehr anzeigen halt, ne? So, Toadie, hoch. Hallo? Wieder hoch, Alter. So. Ganz entspannt. So. Okay. Kann ich üben bei den größten Pro-Ever? Ja klar, komm vorbei. Ich gebe Trainingsstunden auf der Gamescom. Wisst ihr Bescheid? Auf der... Muss ich da jetzt in die Wartbox? Ich nehme an, nein. Bin 12. Ah ja. So. Jetzt killen wir alle. Okay, ich bleib' eigentlich mal hier oben. Ja, ich bleib' hier oben und lock' jetzt immer die Pum-Pum nach hier oben. Genau. So und nicht anders. So läuft das hier. Ja. Okay. Jetzt ist es hier unten. Da traue ich mich nicht hin. Da habe ich zu viel Schiss. Da machen wir die Hose. Okay. Scheiße. Der Bosskampf ist echt nicht so leicht. Alter. Junge. Muss absolut los. Alter. Leute. Was ist das hier? Das ist einer der schwersten Pum-Pum-Kämpfe, die ich jemals hatte. Ah, da ist die Schlüssel-Tier. Ah ja. Ich verstehe. Ich verstehe. Und auch hallo an Hubi Felix. Wenn ich den noch nicht begrüßt habe. Ich glaube noch nicht. Hallo na. Und moin auch an Hugo. Ich bin 11 Jahre. Was? Du bist ein Level 11, Alter. Laber nicht. Wie viel kostet das denn? Was meinst du? Also VIP kann man für 1,99 Euro werden. Und dann bekommst du halt die Emojis. Diesen Pilz neben deinem Namen. Dein Name ist Grün. Und noch irgendwas, ne? Ja. Es gibt VIP für 1,99 Euro, für 4,99 Euro und für 9,99 Euro. Okay. Wofür brauche ich hier die Blöcke eigentlich? Für gar nichts. Okay. Die Disco-Blöcke waren jetzt ein bisschen unnötig. Aber okay. Um ehrlich zu sein, habe ich ein bisschen Angst hier. Deswegen gehe ich einfach mal hier oben lang. Oder was ist denn das hier? Der Levelaufbau ist... Komisch. Ich blick hier nicht durch. Was muss ich jetzt machen? Was ist das hier? Sag mal. Bin ich jetzt hier gelandet? Da unten ist irgendwas. Oh Gott. Was geht denn eigentlich ab hier? Das Level ist derartig komfuß irgendwie. Hilfe. Oh Gott. Junge. Was ist denn das hier? Ich komme mir nicht auf mein Leben gleich. Ernsthaft. Erweitere deinen Pios mit Pios. Kanalmittelschaft. Genau. Und dir schon. Hast du schon beim letzten Video richtig erkannt? Boss killen. Ja. Was für ein Boss. Oh nö. Als ob ich wieder hier bin. Das will ich komplett verarschen. Alter. Manchmal muss ich aber los. Ja. Bei mir läuft es aber auf jeden Fall wieder. Ja. Ja. Versuch mal die Boss mit den Steinblöcken zu killen. Steinblöcken? What? What? Ich gehe da mal rein, Leute. Oder? Ne. Doch. Warte mal. Junge. Geh da rein. Geh doch. Huh. Oh mein Gott. Skill. Ist das ein Abkürzen oder sowas? Wo bin ich jetzt? Ne. Das Level ist mir too much, Bruder. Das ist mir. Das ist mir. Das ist über alles irgendwas, Alter. Ich komme da gar nicht drauf klar. Ja, okay. Der Level-Titel macht Sinn. Crazy Ghost House. Definitiv. Das ist mir. Von überall wirst du auch schlagen. Von irgendwas. Boom, 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 boom. Oh man. Wenn du ein Turnier machst bei Markkart, kannst du Schlauchsteuerung anmachen. Warum? Warum? Ne, nur in der Schule. Ah ja. Bauen nebenbei ein Level. Ja, das kann man natürlich machen, ne? Stream gucken und nebenbei ein Level bauen. Das kann man natürlich machen. Ist eine gute Beschäftigung, würde ich sagen. Mach ich auch ganz gerne bei anderen Streamern. Natürlich nicht, wenn ich selber stream, ne? Dann baue ich kein Level. Das wär's dann noch. Ja gut, könnt ihr auch machen, ne? Aber wisst ihr, wie lange ich an einem Level sitze? Das dauert. So, Julia hat eine tolle Einsendung gemacht. Und zwar Julia Bombenprank. Geil, Julia. Dankeschön für diese Einsendung. Nächstes Level ist von dir, Shan. Du bist ja, denke ich mal, da, ne? Hab ich dich eben gesehen? Ne. Du bist jetzt... Meld dich im Chat, mein Lieber. Ja. So. Ich bin leider nicht so gut. Jo, kein Problem, ne? Kein Problem. Aber ich glaub, du übst... Also, du lernst das Spielen besser, wenn du die Steuerung ausmachst. Weil du musst ja trotzdem Fahrgefühl irgendwie kennenlernen. Und wenn du natürlich mit der Schlauchsteuerung machst, dann lernst du nicht wirklich fahren. Weil dann, ne? Das ist so, keine Ahnung. Wenn du im Mathe... Wenn du Kopfrechner in Mathe machen sollst, und weil du es nicht kannst, machst du es immer mit Taschenrechner, weißt du? Denn kannst du es zwar sozusagen lösen, aber es bringt dir sozusagen auf Dauer nichts. Also, macht das irgendwie Sinn? Egal. So. Wir machen das nächste Level von Dishan. Er hat sich eben gemeldet im Chat. So. V-C-F. V-7-L. Geil. 80. H. Wunderbar. Mario 3 D-World. So. Bisher haben wir keinen einzigen Frame verloren. Dankeschön an dieser Stelle für meinen DSL-Modem. Ja. Das Ziel ist weg. Staffel 3. Bruder. Bruder muss los. Immer diese Ziel ist weg Level, ne? Kreative Namen auf jeden Fall. Ja. Mh. So. Was haben wir jetzt so schönes? Boah. Bisher ein klassischer Aufbau, würde ich sagen. Darum ist eine Münze. Oh. Secrets. Gute Sache. Gefällt mir. So was sehe ich gerne. Außer ich bin in der 100-Mario-Mission. Äh, nee, nee, nee. Oder? Lern bitte Sprachen. Außer ich bin in der Endlo- Außer ich bin im vernetzten Spielen. Und da war ich da auch in meinem Spielerlebnis. Da sehe ich nicht so gerne Secrets. Weil die mich vom Ziel abhalten. Ja, das ist immer sehr belastend. Oh Gott. Alter. Äh, oh, okay. Hier kann ich sogar stehen. Yasin, grüß dich, Yasin. Was geht? Moin, moin, moin. Bist du eigentlich auch auf der Gamescom, Yasin? Und Jan Philipp. Dankeschön für 1.86, mein Lieber. Yeah. Dankeschön. So. Mein letztes Google-Play-Guthaben. Dankeschön, Jan Philipp. Ehre. Dominity Insta. Moin, moin. Erweiter dein Internet mit einem DSL-Model. Genau, Felix. Das hast du richtig erkannt. Oh Gott. Die Maus. Oh Mann. Ich wollte es so skillig lösen, ne? Ich wollte es einfach so skillig lösen. Natürlich bin ich auf der Gamescom. Na ja. Alle Tage oder Samstag? Samstag. Ich bin Samstag da, Leute. Mhm. Ich werde sehr viel Spaß haben. Ich werde dort meinen sozialen Kontakt erweitern. Oh, ich liebe diesen Erweiterungsspruch, ne? Der ist einfach das beste Leben. Nintendo Switch Online. Wird ja bald ein Jahr alt, Leute. Ich freue mich schon. Ich denke, Nintendo wird uns dort mit den SNES-Spielen überraschen. Wenn der Nintendo Switch Online-Modus ein Jahr alt wird, kann ich mir zumindest vorstellen. Von Donnerstag bis zum Samstag. Vielleicht sogar von Mittwoch bis zum Samstag. Ah ja. Immerhin Samstag, ne? Ja, siehne ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Jetzt habe ich nichts mehr. Oh. Muss eine Bank ausrauben. Bin am Donnerstag da. Das ist natürlich ehrenlos. Da bin ich nicht da. Ich bin nicht auf der Gamescom. Ich will auch auf die Gamescom. Komm mit, Julia. Komm mit. Wir teilen uns eine Gamescom-Eintrittskarte. Man kennt's, ne? Inzwischen sind die Dinge ausverkauft. Man kann keine Karten mehr kaufen. Oh, geht mir bloß den Pilz. Okay, so. Zweier Treffer, Leute. Es läuft. Gleich haben wir den dritten. Und dieser Wirkung-Fenster. Komm ran. Bam. Easy. Ja, machen wir so. Jo, jo. Garne, kann schon. TT. Ehre. Ehre. Warum machen die das, was es für ein NES, vielleicht auch bei 4S-Eintritt gibt, nicht auch für 3... Bruder. Niemals. Kein 3DS. Das kannst du vergessen. Wie willst du denn 3DS auf der Switch umsetzen? Zum einen hast du keinen zweiten Bildschirm. Zum anderen haben die 3DS-Spiele auch 3D. Also das zeichnet sie zumindest aus. Und zum anderen, die sollen mal erstmal die Konsolendinger machen. Also erstmal SNES, M64, Gamecube und Wii. Also, bevor die da an 3DS denken, haben die auf jeden Fall noch einiges vor sich, würde ich mal sagen. Abo-Mitglied-Pews. Hab meinen VIP erstmal gekündigt. Nach 25 Tagen läuft es dann ab. Wird dann aber in Kürze nach dem Ablauf direkt mir was krasses können. Oh, ja, sie sind nice. Ein Jahr Abonnent gezahlt und du darfst SNES-Spiele spielen. Zwei Jahre Abonnent gezahlt und du darfst N64-Spiele spielen. Drei Jahre Gamecube, genau. So, ja, war ganz nettes Level, würde ich mal sagen. Kann man sich nicht so beschweren. Luis Tendo, moin moin, hat auch an Naruto LP. Grüß Sie, geht's euch gut, ihr beiden? Und allgemein alle im Chat, hattet den schönen Tag bisher. An diesem wunderschönen Samstag, den 17.8. In genau einer Woche bin ich um diese Zeit auf der Gamescom mit Ready unterwegs. Oder bin ich da noch? Ne, bin ich da noch? Ich glaube, da geht schon fast mein Zug. Weil ich fahre ja morgens hin. Und am Abend wieder zurück. Ich glaube, da so um die Zeit bin ich schon fast wieder am Bahnhof. Krass. Oder? Ich weiß noch nicht so genau. So, die schon Level haben wir geschafft. Wunderbar. Ist ja Tradition. Als nächstes kommt Let's Stomp. Du bist auch da. Mario Bros. You. Das erste Mario Bros. You Level heute. Krass, ne? Wir hatten bisher heute ein 2-3-D-Wert Level. Ah, ja. So. R2. Ah, ja. Q 9 D. Q 9 D. Q 5 G. Wunderbar. So. Ich bin Konnitius. Imitator. Alter. Was habe ich gerade gesagt? Imitator. Junge. Lärm bitte reden. Dankeschön. Lall. Sehe ich auch so. Triforce 55. Heißt du da? Moin Moin. Hab gleich ein neues Level gebaut. Dann wird's eingesendet. Super Speed One. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe Spaß. An Speed One Level. Oh Gott. Jetzt verstehe ich den Titel. Ich verstehe den Titel, Leute. Ich weiß, worauf der andeuten tut. Ich verstehe den Titel. Es ist ein Remake von Nikos grandiosen Level. Oh mein Gott, Alter. Skill wird hier groß geschrieben. Aber immerhin hat man keinen Zeitdruck. Hä? Okay. Die Stelle verstehe ich es mal so gar nicht. Speed Run. Genau. Der Speed Run. Man kennt's. Gut. Jetzt hat er aus irgendeinem Grund wieder gestoppt. Wieder sehr belastend. Uff. Ich habe auch ein 3D-Watt-Level gesendet. Nice. Ich sollte nicht springen und in den Chat gucken gleichzeitig. Das ist kein gutes Omen-Pius. Das macht man nicht. Okay. Auf die Kugel, Willis. Gar kein Problem. Die Eisdinger sind hier auch gar kein Problem. Weil ich bin ja Profi. Das wissen wir alle. So. Das hier verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ach doch. Ach doch. Ich soll auf die Dinger rauf. Ja und dann? Dann sollte ich vielleicht nicht runterfallen. Ehre. Okay. So. Jetzt gucken wir mal. Am besten halte ich springen nicht gedrückt. Weil dann nimmt er die Dinger auch nicht in die Hand. Oh Gott. Ich liebe Trampoline. Ich liebe einfach Trampoline. Das ist einfach beste Leben. Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Alles wird guuuuut. Okay. Wir haben es geschafft. Okay. Aften Trampoline bleiben. Genau. Das Level ist das von Nico in Billig. Ja. Könnte man so. Oder in Besser. Also bisher ist es leichter. Ich bin der mit den zwei meisten Baumeisterpunkten hier im Chat. Der erste Pius. Nice. Moin. Und halt auch Lost Kevin. Moin Moin. Wie geht's? Okay. Ich hoffe mal hier sind nirgendwo unsichtbare Blöcke. Würde ich zumindest ähm. Oh Gott Junge. Geh doch da hoch. Toad. Ja. Und da wollte er an dieser Stelle mal nicht springen. Ehre. Das nenne ich mal ähm. Kompetentes Spielen. Von dir Toad. So und nicht anders. Möchte ich das von dir sehen. Okay. Ja gut. Wir sind ja ganz schnell wieder da. Das hier ist ja alles. Kindergarten. Mhm. So. Jetzt nehmen wir die Trampoline nicht in die Hand. Sondern bleiben einfach auf einem stabil drauf. Und dann ist die Lage auch gut. So. Wir bleiben stabil. Okay. Lage ist wunderbar. Komm wir nehmen mal eins mit. Kann ja nicht schaden würde ich sagen. Hab 4.100 Baumeisterpunkte. Ja. Moin. Läuft bei dir. Ich hab ähm 6.700 irgendwas. An Baumeisterpunkten. Dann musst du die ja auch verteidigen. Aber ich hab aktuell eine Medaille. Und möchte auch die auch ganz gerne behalten. Und dafür brauch ich immer stets neue Baumeisterpunkte Leute. Also deswegen. Scheiße. Uff. Gibt's hier ein Checkpoint? Boah. Jetzt der Anfang ist auf Dauer ein bisschen nervig. Schließlich passiert hier absolut nichts. Also. Wer hier stirbt. Ist halt wirklich kacke. Aber ich hab halt auch keine Glaskugel. Die mir sagen tut. Was kommt. Ich habe keine Glaskugel Leute. Bin auch kein Hellseher leider. Wär ganz cool. Wenn man Hellsehen könnte. Der wäre nämlich der beste Twitter-Leaker. Of all time. Würde immer den krassesten Scheiß zählen. Wo ist das eigentlich in Speedrun Junge? Also genug Zeit habe ich ja, ne? Das ist für mich kein Speedrun. Ich habe genug Zeit. Lage ist gut. Würde ich mal sagen. Das weiß ich. Alter. Würdest du mich verarschen? Ja. Das kann ich jetzt wieder nicht riechen. Dass ich das spinnen muss. Oh Gott. Hilfe. Ich würde sagen. Zwei Tries gömmen uns hier. Weil die immer relativ lange dauern. Oh mein Gott. Das ist halt ein bisschen... What? Nein! Junge! Ohne Wirbel. Ja, aber ich muss doch das spinnen. Auf dem Steinblock. Gamer HD. Moin moin. Hast du ne SARS-Kugel? Ja, die auf jeden Fall. Ne SARS-Kugel der jeder. Eine SARS-Kugel. Habt ihr auch ne SARS-Kugel? Ich werde immer ausgelacht hier. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir auch nicht. Zeigt mal deine Baumeister. Die kann ich gleich machen. Gamer Turnt. Julienko. Gar kein Problem für mich. Absolut kein Ding. Folgt mal auf Mauermaker, Leute. Ganz wichtig. Abonniert mich nicht auf YouTube. Nein, nein. Abonniert mich bei Mario Maker 2. Das ist ganz wichtig. Und aktiviert die Glocke auf Mauermaker. Und liked alle meine Level. Das ist das einzige, was hier noch zählt. Weil, ähm, wenn ich 10.000 Baumeisterpunkte habe, dann kann man bei Mauermaker natürlich, ähm, ähm, Partner werden. Und dann bekommt man Werbung. Also dann bekommt ihr Werbung bei dem Level-Kapper. Das wär's, ne? Wenn man seine Mauermaker-Level monetarisieren könnte. Oh, das wär's noch, ey. So schön. So Werbung vom Level, ey. Das könnte man sich für so eine Mobile-App richtig gut vorstellen. Oh Gott. Oh Mann, ich bin so dumm. So, das reicht mir jetzt hier. Aber das ist ein grundsätzlich letztes Level. Oh Mann. Ich bin so inkompetent. Ich bin so inkompetent. Ich bin so inkompetent. Und dann sofort spinnen. Und dann wieder so hin und her. So. Kalt dich um etwas bitten. Keine Ahnung. Kommt drauf an was. Ah, ich hab 6.699. Ah ja. So. Hier ist meine Baumeister-Di, Leute. Abonniert mich auf Mauermaker. Dankeschön. Da seid ihr meine ID. Ich hab aktuell eine Bronzemedaille. Die bekommt man halt, wenn man unter den 1.000, ähm, mit den meisten Punkten in Mauermaker ist. Und bekommt man eine Medaille. Ich hab eine. Ja, ich hab auch, ähm, 78 Auseinandersiege. Ja. Von fast 300 Runden. Joa. Rekord auf Likes. 725 Level. Easy. Ja. Joa. Spielt. Gerne. Dit Level hier. Schaffen wir die 100 Likes. So. Wir, bzw. ich, suchen wir mal das nächste Level raus. Und zwar ist das nächste Level von Leon Super. Leon ist das Gefühl das erste Level, was ich finde, spiele. Bist du noch da, Leon? Wenn ja, kommt jetzt dein Level dran. Und darauf erst mal ein bisschen Apfelsaft, Leute. Mmh. Angenehm. Die Switch-ID brauchst du aktuell nicht, Yoshi HD. Weil wir ja aktuell Mario Maker spielen. Und da eure Level. Da brauchst du nicht meine Switch-ID. Für Mario Kart wirst du meine Switch-ID, denke ich, auch nicht brauchen. Höchstens für Splatoon später. Und für, ja, für Splatoon. Für Smash brauchst du die auch nicht. So. Okay. Neues Level. Mario 3D World. Mittlere Schwierigkeit. Alles klar. Super Mario Maker 2. Here we go. Das Level ist vom... Ne, nicht vom Release. Okay. Mario Maker wurde vor einem Monat... Er... Er... Mario Maker wurde vor einem Monat released. Final oder... Es ist mein erstes Level. Okay. Finally, ja. Oh, Bruder. Da schwankte ganz kurz mein Internet, ne? Junge. Wenn du mir hier abkackst, ne? Rass dich aber aus, ey. Rass dich aber aus, ey. Ganz kurz ging die Bitch-Welt runter, Leute. Ganz kurz durftet ihr 180p ertragen. Es tut mir sehr leid. Ganz kurz ist er drunter gegangen. Versteh Bitch-Welt nicht. Was? Was verstehst du nicht, Yasin? Wie wär's mit einem Level eines Wips? Er hat mir ja eben. Hugo. Ne, nicht Hugo. Sondern Let's Storm. War ja ein VIP-Level sozusagen. Auch VIP-Level kommt natürlich dran. Ist ja ganz klar, Yasin. Aber... Das dritte Level war ja eben ein VIP-Level. Ich hab's zwar nicht gesagt, aber... Es war ja eins. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Pews! Also, kannst du bitte in unseren Discord-Privat-Chat gucken? Bevor du mein Level spielst, habt ihr die Level-Story gesendet. Die war nämlich zu lang für den Live-Chat. Okay, ja, dann musst du es mal öffnen später. Wow! Boom, boom! Oh Gott. Oh Gott. Alles wird gut. Boom, boom. Nichts wird gut, wie man sieht. Nichts wird gut. Mann. Du meinst wahrscheinlich eher, wann hat der Stream angefangen? Um 18 Uhr. Gott. Steht, glaube ich, auch noch im Titel. Kann das sein? Kann ich mal entfernen inzwischen. Sagen wir mal. Sooo... Bis 0 Uhr schreibe ich da jetzt rein. Weiß jeder Bescheid, bis wann es geht. Weil die Uhrzeit, wann es begonnen hat, ist ja inzwischen unrelevant. Brauchen wir nicht. Gut. Der Bum-Bum hat uns gerade wunderschön zerstört. Das war auch gerade ganz geil. Ich bin gar nicht gekommen. Dann wünsche ich dir erstmal... Äh, wünschen. Dann sage ich erstmal Willkommen. Hi. Alex, Freund. Moin, moin. Wie geht's? Grüß dich. Okay. So, komm runter. Wunderbar. Wunderbar. Okay, so, jetzt Bum-Bum, ne? Jetzt reicht's mir mit dir. Okay. Leute, er wird jetzt zerstört. Komm zu mir. Ich werde dich umbringen. Oh, Junge. Alles wird guuuuut. Oder auch nicht. Irgendwie hat mir die Battlefield hier nicht so gefallen. War irgendwie wenig Platz. X2. Das ist nicht gut. Das heißt hier Team Toad, Leute. Leon, ich bin enttäuscht von dir. Du bist ein Toad. Und schreibst hier X2 hin. Das kann ich so nicht akzeptieren. Da muss TT für Team Toad... Für Team Toad. Nicht für Team T. Team T, Leute. Wir sind jetzt Team T. Oh mein... Alter. Das war ja mal komplette Zerstörung. Hashtag Team T hat versagt. Ich hoffe, es ist ein Check. Wenn's läuft, dann läuft's. Ja. Dann rennt's. Bye. Irgendwas. Moin, moin. Nur der SSV. Moin. Grüß dich. Ja, ich bin lost. Wieder am Ende, ey. Komplett durch heute. Hab dafür das CT in meinem Namen. Hier nicht. Da steht nur Leon. Super. Du Ehrenloser. Immer diese Lügen und Fake News, ne? Ganz schöne Leute. Immer diese Österreicher. So, jetzt aber Schluss hier. So, und nicht anders. Hä, warum wurde ich gebannt? Eigentlich... Wolltest du nicht. Ich weiß da jetzt auch nix von. Komisch. So. Jetzt werden wir hoffentlich nicht zerstört. Warte mal. Profi-Tipp. Bin nämlich... Ähm... Kannst du bitte klettern? Hallo! Oh. Mix mit Profi-Tipp. Der hat an alles gedacht, ne? Österreich hat ja an alles denken, ey. Ganz schlimme Leute. Ja, machen wir dann Scheiß hier. So, noch einmal bitte. Oh Gott. Junge. Noch gestörter geht nicht, oder? Ich bin... Da kommt man ja fast nicht lebendurch. Ich geh unten lang. Die Ameis sind mir deutlich, ähm, sympathischer. Warum ein One-Up? Junge. Junge. Äh, sonst geht's dem gut, oder? Ich glaube, bei dem hackt's. Alles wird gut. Was ist das jetzt hier für ne Kacke? Oh, Checkpoint. Heilig. Heilig. Ich bin Österreicher. Nice. Und der... Leon auch. Ja, der halbe Schätzchen Österreicher. Ich habe viele österreichische Abonnenten. Ja. Grösel gehen raus. Okay. Alles wird gut. So. Pum, Pum. Moin. Auch du bist jetzt weg, meine Liebe. Gleich. Oder auch ich. Beschreibung Bubble. Okay. Bitte nicht so viele Einsendungen gibt es noch. Oder so Fragen. Genau. Genau. Einfach einsenden und gut ist. Kann natürlich etwas dauern. Und auch keine Garantie, dass jeder im Stream drankommt. Aber irgendwann kommt ihr auf jeden Fall dran. Ist ja nicht der letzte Stream heute. Deswegen, falls ihr neu seid, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Um beim nächsten Stream benachrichtigt zu werden, könnt ihr auch dann die Glocke aktivieren. Weil wer als erstes Einsenden tut, kommt natürlich auch als erstes dran. Ist ja ganz klar, ne? Das ist ja ganz klar. Wer als erstes Einsenden tut, kommt als erstes dran. So und nicht anders geht das hier. Okay. So, wir haben das Ziel erreicht, Leute. Yeah. Wir haben das Ziel erreicht. Endlich. Yeah. So und nicht anders, Leute. Ja. Okay. Daumen hoch für meinen Skill, Leute. Daumen hoch für meinen Skill. Falls ihr noch nicht geneigt habt, könnt ihr das gerne machen. Ja. Jeder Like unterstützt den Stream. So. Okay. Pum Pum klingt echt komisch. Ja. Ist einfach der Name, ne? Ist der Name. Mit Pum Pum hast du es heute. Ja. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Es ist traurig, wenn man nicht aufrufen wird in einem 6-Stunden-Stream. Naja, wir machen ja jetzt nicht 6-Stunden-Mauermaker, ne? Ne, ist zumindest nicht geplant. Oh, bekomme ich hier viele Likes gerade? Das gefällt mir aber. Im Aermaker. Galaxy ist ehrenlos, wie ich hier so sehe. Svenny, äh, Svenny LP. Dankeschön fürs Herz hier, ne? 3D-Germain. 3D-Ehre. Ready. Boah. Liked meine Level. So. Hallo, Sarah. Moin, moin. Lukas, Kühn auch moin an dich hier. Moin. 37 Likes und ein Dislike. Oh mein Gott. Wer ist dieser eine Disliker, Leute? Wir müssen ihn finden. Alex X2. Moin an dich hier auch an dieser Stelle. So. Wir haben das Leon-Level vom Österreicher geschafft. War ganz easy. So. Als nächstes ist, ähm... Mr. Toad dran mit dem ersten Mario-World-Level, Freunde. Mr. Toad, bist du da? Wenn ja, meld dich einmal kurz im Chat. Und danach kommt das nächste VIP-Level. Mhm. So. Julien gott gedisliked. Ja, das glaube ich auch. Toad Tadde. Du hast dich umbenannt, ne? Moin. Servus, liebe Toads. Grüß dich. Wie geht's? Toad Tadde. Moin, moin. Bin da. Mr. Toad ist da. Wunderbar. So. Mario-World. Mit lachen Schwierigkeiten. Das werden wir schaffen, weil ich bin ja eh Profi. So. 9 SCR. V. X. L. M. F. Ja. Für alle, die gerade dazugekommen sind, so einen kleinen Road-Up, was heute so geplant ist. Auf jeden Fall ein bisschen Mauer-Maker jetzt halt, ne? Wir werden heute ein bisschen Smash oder Mauer-Cut spielen, je nachdem, was ihr eher wollt. Oder halt beides. Mal gucken. Wir machen das alles ganz spontan heute. Ihr könnt sozusagen mitentscheiden, was wir heute so ein bisschen machen. So mehr oder weniger. Also ein paar Spiele sind festgelegt. Und zum Finale um 23 Uhr gibt's ein endlos Challenge-Race gegen Ready. Also wer schafft mehr Level, bevor er schnurpt. Und bevor er keine One-Ups mehr hat, das kommt zum Schluss. Um 23 Uhr bis 0 Uhr gibt's das Ready-Race als Finale heute. Jo. Dazwischen ist alles ein bisschen offen. Ne? Dazwischen ist alles ein wenig offen. Okay. Kommt der jetzt? Oh! Das war mehr als knapp. Ach du Scheiße. Oh bitte Mauer-Card. Jo. Mauer-Card Smash, ne? Damit ihr irgendwo mitspielen könnt. Das ist auf jeden Fall geplant. Und... Ach, Splatoon habe ich ganz vergessen. Splatoon kommt auch eigentlich unbedingt heute. Weil ich das eigentlich damit beenden möchte. Also... Ich wollte den 6 Stunden... Ich kann wieder nicht reden, Alter. Ich wollte den 6 Stunden Stream dazu nutzen, Splatoon damit abzuschließen. Weil es kann mir enswert tun ein Update raus, dass man jetzt alle Splatfest-Maps im Privatkampf spielen kann. Das hat ja eigentlich nochmal ein bisschen vor heute. Oh Gott. Gefährlich! Natürlich werde ich getroffen. Oh Gott. Als ob der Knochen mich getroffen hat. Ganz im Ernst jetzt hier. Ist hier wenigstens wieder ein Mädchen oder bin ich wieder alleine? Äh, bin ich wieder alleine? Ich weiß es gar nicht. Meldet euch! Sieht ähnlich wie ein Tidal-Screen-Level aus. Findest du? Das war Mario-World-Mindsets, ne? Ja, klar. Ähnlich kommt hin, ja? Tonadino, moin! Moin, moin! Wie geht's? Grüß dich, Trailer-Level. Echt jetzt? Geht wer noch in die Schule? Ich führte Klasse. Also nach den Ferien. Ja, ich gehe in die Schule. Ich habe keine Ferien mehr. Leider. Sehr belastend auf jeden Fall. Das Level von Mr. Toad ist ein Nintendo-Level. Ernsthaft? Willst du mich verarschen? Als ob das jetzt ein Nintendo-Level ist. Aber nee, nee, nee. Nicht 1 zu 1. Das wird Nintendo nicht bauen hier. Sieht schon ein bisschen komisch aus, die Ecke hier. Nee. Also das ist nicht 1 zu 1 ein Nintendo-Level. Ja, klar. Es gibt so ein Level, wo die Lava sinkt und steigt. Aber... Und auch ein bisschen was mit Laufband. Aber es ist schon anders, Leute. Es ist schon ein bisschen anders. Ein bisschen ist es schon anders. Wunderbar. Okay. Jetzt machen wir kurz einen Rast hier. Und hallo, Philipp. Heuzi. Moin, moin. Wie geht's? Ich komme in die 10. Nice. 10. 10. Klasse war ein schönes Jahr für mich. Obwohl es auch ein bisschen anstrengend war. Weil da musste ich ein bisschen Abschlussprüfung schreiben. Lieb aber ganz gut. Junge. Skill wird hier heute groß geschrieben, Leute. Müsst ihr wissen. Was geht jetzt ab hier? Hallo, na? Oh, hoffentlich sterbe ich da nicht. Oh! Ich dachte, die Lava steigt nicht zu hoch. Äh, er steigt nicht so viel. Scheiße. Boah, das Level ist nicht so leicht. Auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Ich muss noch Praktikumplatz suchen. Welche Klasse kommst du, Sarah? Oder bist du schon? Oh Gott. Mach Praktikum bei mir, ne? Weißt du Bescheid, ne? Ich biete Praktikumsplätze an, Leute. Kommt zu mir. Dann könnt ihr meine Videos schneiden. Dann kommt vielleicht auch mal mehr. Kommt zu mir als Praktikum zum Videoschneiden. Ich stelle euch ein. Ihr kriegt sogar 10 Euro am Ende. Und ihr könnt Fotos machen mit meinen Toads. Albert, Manfred, Ressia und Kevin. Und Sarah, wo machst du dein Praktikum? Also, ich mache mein Praktikum bei einem YouTuber in Hamburg, Mama. Äh, Mama. Lehrerin. Weißt du Bescheid? Oh, das ist doch schön. Was macht der so? Ja. Der sitzt an seinem... Ich kotze gleich. Der kotzt den ganzen Tag, Mama. Äh, Mama. Was sag ich mir? Was ist denn hier, ey? Hier ist es... Ja? Hier ist das Ende hier. In dem Gelände. Oh Gott. Ja. Ich würde sagen, das wird hier nichts. Das dauert auch viel zu lang, um ehrlich zu sein. Ich bin ein ungeduldiger Mensch, Leute. Müsst ihr wissen. Ich komme darauf gar nicht klar. Weil ich immer drei Stunden warten muss, bis diese scheiß Lava wieder runter geht. Das mache ich seelisch fertig. Das macht mich seelisch fertig. Hm. Ich will hide und sieg in Spatun mit Rang für Gewinner. Bei Spatun habe ich jetzt eigentlich keinen Discord-Rang geplant, um ehrlich zu sein. Ich komme nach den Ferien in die neunte. In der neunten, hatte ich da ein Praktikum in der neunten? Ja, ich hatte eins. Und zwar, wo die Switch rauskam. Beziehungsweise wo die Switch angekündigt wurde. Ich hatte ein Praktikum Ende Januar 2017. Ne, Mitte Januar bis Anfang Februar. Das war schön. Weiß ich noch, ey. Da kam ich am nächsten Tag ins Praktikum. Ui, toller Dino. Dankeschön für einen Euro. Ehre an dich. Danke auf jeden Fall. Ja, da kam ich ins Praktikum. Da haben meine Arbeitskollegen mit mir über die Switch geredet. Das war sehr nice. Das war eine schöne Zeit. Allgemein, die neunte und zehnte, die war schon sehr spaßig. Ich hatte Praktikum zweimal. Ich hatte zwei Schulpraktika. Und ja, das war irgendwie Switch-Launch. Das war eine krasse Zeit. Okay, dann komme ich zwei Wochen zu dir. Ja, auf jeden Fall. Wo wohnst du denn? Ich muss einen Ausbildungsplatz suchen. Viel Erfolg. Wie geht's dir? Die haben doch jetzt alle gerade angefangen. Oder ist das falsch? Oder für Februar 2020. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Und dir, Tade? Wie geht's? Wunderbar, ne? Wo ist das Praktikum? Bei zwei Social Media Marketing Firmen. Ja. Die sich so ein bisschen mit Google AdSense und sowas beschäftigt haben. Ihr wisst Bescheid. Diese Werbung und so, ne? Wenn du irgendwas eingeben tut, keine Ahnung. Schuhe kaufen. Dann sind da hier immer so Anzeigen von jetzt vier verschiedenen Anbietern für oder Verkäufern von Schulen, ne? Vier verschiedene sind jetzt hier mit grün markiert. Anzeige. Sowas einfach, ne? Google AdSense ist das, ja. So, ähm, nächstes Level, ne? 2020. Ah ja, okay. Okay. So, Mr. Toad haben wir nicht geschafft, weil ich so skilllos war und ungeduldig. Das nächste Level ist von Yasin. VIP Level. Yasin, bist du da? Wenn ja, meld dich einmal kurz im Chat. Du weißt Bescheid, Yasin. Du weißt Bescheid. Warum seid ihr in so hohen Klassen? Weil wir alte Leute sind. Aber Hamburg ist zu weit weg. Ah, belastend. Ich hatte es diesen Januar und ich habe zwei Wochen nur rumgesessen, weil ich nichts zu tun hatte. Als ob. Bist du in der Pra... Also eine Firma sagt, jo, du kannst bei uns Praktikum machen, da hast du einfach absolut nichts zu tun? Okay. Aber beim ersten Praktikum hatte ich jetzt, ähm, sehr, ich sag mal so, sehr, ähm, langweilige Aufgaben, weil ich hab halt, ich war halt in drei Abteilungen, hab halt in jeder Abteilung eine Woche dasselbe gemacht. Also, ne? Drei mal, drei Aufgaben. Eine Aufgabe, eine ganze Woche. Eine Woche bestand halt daraus, dass, ähm... Weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Ja gut, ich weiß nicht, ist krass, aber es gibt da so ein Gesetz, dass man keine Werbeanrufe machen kann, ne? Ja, war das? Ja, keine Ahnung. Kennt ihr das? Also man darf als Firma nicht bei jemandem random anrufen, um den irgendein Produkt anzudrehen. Das ist verboten und so, ne? Und jedenfalls war meine Aufgabe, dass ich, ähm, mir Webseiten angucke von Firmen in Hamburg. Und wenn die Webseiten nicht so gut waren, dann hab ich die auf eine Liste geschrieben und dann wurden die angerufen. Jo, wir haben ihre Webseite spontan gesehen. Und, ja. Und dann wollten die halt, haben die halt einfach gefragt, sollen wir ihnen helfen bei ihrer Webseite und sowas. Ja, das war jetzt nicht direkt ein Werbeanruf, das geht schon klar, denke ich mal. So, ähm... Ich hab die nicht angerufen, ne? Nur so zur Info. So, Yasin! Jedenfalls stand eine Woche nur daraus, Kunden zu finden. Die anderen zwei Wochen waren schon besser. Die eine Woche hab ich mich mit einem Online-Shop beschäftigt und verschiedenste Produkte fotografiert. Auf den PC gezogen. Und reingestellt. Das war schon spaßiger. So... So... Dr. Yasin hat ein Level gebaut. Oh mein Gott. Wenn du mich bei der Gamescom-Nichter triffst... Achtung, ich sehe aus... Wo ist denn jetzt die Nachricht, Alter? Wie ein Haufen Scheiße. Und ich sehe jünger aus als... Also nicht wundern. Gamer-Tob, dass du ein kleines Kind bist, weiß ich ja. Ich musste halt in der ersten Woche so ein elektrisches Flugzeug bauen und hatte danach halt nichts mehr zu tun. Oh, okay. Hab vor einer Woche Ausbildung begonnen. Und wie ist es so? Gefällt's dir? Hamburg ist drei Stunden von mir entfernt. Läuft bei dir? Hi, bin wieder da. Moin zurück. Moin, moin. So. Das erste Mario Bros Level heute, Leute. Nach 52 Minuten. Easy. Sehr, sehr schön. Ich mag das Wüsten-Theme einfach, ne? Ich finde das in Mario Bros. richtig nice. Ich mag es. One up. Ja, bisher entspanntes Level, würde ich sagen. Oh Gott. Sagt er und... Jetzt kommen auch noch Kreis... Oh, ich wollte gerade sagen, ich bin gut. Diese Aussage verkneife ich mir gerade mal. Alles wird gut, Tony. Siehst du? Es gibt einen Pilz. Nein, es wird gut. Julia wird's vorbeikommen. Julia, weißt Bescheid, ne? Als zweite Co-Kommentatorin. Das wäre auch mal ganz geil, oder? Julia wird's vorbeikommen. Bist in zwei Stunden da. Kaba. Ja, und jetzt? Bist du gestört? Ja, ist er. Das ist ein Typ aus NRW. Ich glaube, der ist verstrahlt oder so. Wann kommt Smash, Splatoon oder Mario Kart? Wenn's kommt, mein Lieber. Wir haben ja gerade noch nicht mal eine Stunde voll. Also, eine Stunde ein Spiel sollte möglich sein. Fein muss los. Hau rein, Hugo. Schön, dass du da warst. Vielleicht sieht man sich ja heute noch. Der Stream geht ja noch fünf Stunden. Ja. Fünf Stunden geht ja noch, Leute. Also, da habt ihr noch viel Zeit, wiederzukommen in der Theorie. Aber am besten sind die Leute, die die ganze Zeit dabei sind. Das sind die größten Ehrentotes. Oh Gott. Skill ist vorhanden. Man sieht's, glaube ich. Okay. Hier war auch wohl ein Pilz, ne? Ja, hier. Guck dir mal her. Wunderbar. Ein Pilz ist immer gut. So, diesmal bitte nicht treffen lassen hier. Okay. Hier bin ich safe. Alles klar. Als ob hier ein Pilz war. Okay. Erstmal ein bisschen kurz Chat lesen. Machst du auch mal einen 365-Tages-Film. Na klar. Immer. Wenn ihr mir alle... Ähm. Wenn ihr mir alle... Ähm. Hm. Wenn ihr mir alle... Also, jede Person, die in diesem Stream gerade ist. Wenn ihr mir alle 100 Euro geben tut. Dann mach ich das. Wie fertig dann? Ich bin nicht so gut in Mathe. Deswegen, ähm. Windows-Taschnächer, bitte. Ja, gut. Wären 4.100 Euro, ne? Ich glaube, dann würde ich mit leben können, erstmal. Ich glaube, das würde klar gehen. Vor allem war ich in der Schule eh nichts verdienen. Lull. Klar würde das ausreichen. Oh Gott. So, jetzt reicht's mir wieder komplett. Tja. Erstmal du dir jeden Fall uns in dein Ohr gibst. Nö. Nö. Gott, jassi. Was ist das für eine Stelle, ey? Was ist das für eine Stelle? Gibt's nämlich eigentlich komplett abkassieren hier, oder was? Der Typ will mich abkassieren. Ich seh das kommen. Ja. Hallo, Siebel. Oh mein Gott. Toad. Grüß dich, du Keks. Was geht? Dein Stream war ja gestern sehr hochwertig. Ich habe ihn sehr genossen. Heute Morgen wurde er mir auch noch meine Abo-Box angezeigt, weil er so gut war. Aber musste der Doppel angezeigt werden. Er war einfach so geil. Alter. Muss los. So, diesmal jetzt aber wirklich ohne Treffer, ne? Wir brauchen den Scheißpilz später. Also, Toad. Du rennst da jetzt an den Ranken. Willst du mich verarschen? Als ob. Ich muss doch da hin. Mami. Bitte. Kauf mir Beruhigungsmittel. Immerhin spuckt die Pflanze nicht. Das ist schon mal ganz geil. Ich raste aus. Das ist Mama nicht so, ne? Ey, was ist denn das? Da kommst du nicht vorbei. Da kommst du nicht vorbei. Dann, der SG. Moin, moin. Wie geht's? Jassi, da ist noch weniger Platz. Hättest du auch nicht bauen können, oder? Du kommst da fast nicht. Ist das dein Scheißernes jetzt? Toad. Der Typ kann heute nicht spielen. Ich sehe das, komm. Wir brauchen... Nein, nicht wir brauchen. Wir bauen aktuell unser Haus um. Ui. Irgendwas Besonderes da rein, oder? Was baut die da so? Von innen oder von außen? Ich nehme mal an, von innen. Ich nehme mal an, von innen. So, jetzt gibst du mal einen Pilz hier. Dishan ist Mitglied geworden. Was war denn gerade im Chat los, Alter? Irre an dich. Dishan, willkommen bei den Toads. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Dankeschön. Was für ein Mitglied bist du denn geworden. Ich guck mal eben nach. Weil das sehe ich ja auf YouTube leider nicht. Muss ich extra in den Quater-Studio. Dankeschön an dich. Ehre. Danke. Und der Stütter Toad. Dankeschön an dich. Ja, Leute. Ein paar Herzen für Dishan. Ehre an dich. Ja, Mann. Ja, habe ich gar nicht mit dir gerechnet. Jetzt meintest du nicht mal, du kannst das nicht machen oder so? Auf jeden Fall, danke. Neues Ludwig auf Ehre. Genau, Basko. Das siehst du genauso wie ich. Auch heilen dich erst mal. Ich glaube, ich habe den noch gar nicht begrüßt. So. Okay, jetzt haben wir unseren Pilz. Jetzt wird die Lage hoffentlich gut. Okay. Alles wird gut. Man muss hier einfach tierisch aufpassen. Ach komm, die Stelle ist aber echt nicht so geil, Yasin. Also, wir kennen ja alle unsere Hitbox, den Mauermaker. Wir kennen ja alle die Hitbox. Da muss halt echt auf den Millimeter genau, ne? Weißt du, gleich ist mein Hintern weg. Oh, jetzt ist mein Kopf weg. Da muss halt wirklich... Mann! Jetzt ist es mir verarscht eigentlich. Ich heule gleich, ne? Gibt es hier einen Checkpoint? Siehst du dann gleich mal eine Nachricht. Was für eine Nachricht? Mann, das Level war bis dahin so einfach und so schön. Und dann kommt... Die Stelle ist echt kacke, echt. Guck, das Level ist so entspannt zum Durchrennen, ne? Und dann kommt da so eine böne Stelle. Mag ich nicht. Das ist alles hier ganz schick. Ja gut, da hätte ich jetzt mal springen können. Spring doch, du Toad! Aber die Stelle ist irgendwie sehr belastend. Die belastet mich im Leben sehr, Yasin, musst du wissen. Die belastet mich so sehr, da traue ich mich gar nicht, dich auf der Gamescom zu sehen, musst du wissen. Dann habe ich so Angst vor, weil... Wer so welche Level baut, kann kein netter Mensch sein. Okay, so. Wir sind wieder hier. Jetzt schneiden wir unseren Hintern ab. Oder auch nicht. Was ich hier mache, ich werde immer getroffen. Ich kann machen, was... Es reicht mir jetzt. Jetzt ist aber hier der Geduldsfaden geplatzt. Jetzt ist aber der Geduldsfaden geplatzt. Du musst bei der Stelle mit dem Wickler groß sein. Anlauf nehmen. Was? Okay, das will ich nochmal probieren jetzt hier. Du musst bei der Stelle mit dem Wickler groß sein. Anlauf nehmen. Und dann die Jumps timen. Dann bekommst du einen Stern. Was für ein Wickler. Was für ein Wickler. Bitte maximal drei Emojis pro Nachricht. Genau, Leute. Drei Emojis reichen völlig aus, um eine schöne Nachricht zu senden. Das reicht völlig. Versucht das mal. Ja, mache ich einmal. Wir bauen zur Zahl zuerst außen um. Ja, der gesamten Klin... Was? Der gesamte Klinke. Ah ja. Wird erneuert und wir vergrößern die Wohnfläche. Oh, ihr macht Anbau. Und gerade bohrt mein Vater in einem Presslufthammer um 19 Uhr an der Hauswand. Er bohrt mit einem Presslufthammer. Okay. Ja, viel Spaß, ne? Großbaustelle zu Hause. Das ist schon Tine Wittler gerufen von 1 in 1. Von RTL. Man kennt's. Ne, das hat man vier Wänden. Man kennt's. Wo ist denn jetzt der scheiß Wickler? Ehre. Ich hab den noch nicht übersehen, oder? Wenn ich den übersehen habe, ne? Mit deinem Kopfschuss. Ah, hier. Was soll ich machen? Die Jumps timen. Wo ist denn jetzt hier? Dann bekomme ich einen Stern. Unsichtbarer Block, oder was? Da oben ist was. Wo komme ich denn da hoch? Da oben ist was. Das sehe ich. Familienfreundlich immer. Hä? Pius. Hallo, Carnic Time. Moin, moin. Das muss man jetzt schaffen. Wat? Du willst mir gerade erzählen, dass ich da hochkommen soll. Du willst mich komplett abkassieren. Sollen wir denn da jemals hochkommen? Bruder. Was? Was? Oh Gott. Was? Er ist fast geschafft. Ah ja. Da komme ich doch niemals hoch. Was ist das? Jasin. Oh Gott. Oh nee, ich habe eine Redcoin vergessen. Bin und kann nicht mehr zurück. Ich höre auf. Bei welchem Level? Bei meinen Leveln brauchst du die Redcoins nicht zwingend. Also Jasin hat hier irgendwas geraucht. Jasin hat irgendwas genommen. Ja doch. Muss los. Du musst sagen, alle sollen mein Level probieren und am Ende des Films wird es angeschaut. Okay. Du meinst jetzt mein Level oder was? Achso, du meinst jetzt dein Level? Ah ja. Ah ja. So. Easy Game. Das Level war anstrengend. Das war anstrengend. Ja. So. Nächstes Level ist von Team X2. Mario 3D World. Willst du mich für blöd verkaufen? Ja, Mann. Immer, Jasin. Immer. Ja, ja, Gerberto habe ich schon gesehen. Machen wir alles noch. Ganz spannend. Ich gehe heute noch ins Kino. Viel Spaß, Alina X2 wünsche ich dir. Pius, bei mir klingen die Nachbarn um 13.10 Uhr, 23.10 Uhr. Da wäre ich mir vor Schreck glatt die Bohrmaschine aus der Hand gefallen. Alles klar. Ja, viel Spaß hier im Kino. Im Kino, ne? Ja, Mann. Einen Stream-Wettbewerb, wer in MK8 im Turnier am meisten Punkte macht. Hatten wir beim letzten Mal erst. So, ähm, habe ich gerade jemanden aufgerufen? Tim X2 auf jeden Fall. Bist du da? Hab ich schon wieder ganz vergessen. Darauf erst mal ein bisschen Apfelsaft, Leute. Ganz entspannt. Prost. Bin da. Nice. Ein bisschen Apfelsaft. So, Mario 3D World Mittel. Okay. Mittel ist ja immer ganz entspannt, würde ich mal sagen. HD LDDG. So, wunderbar. So, muss das. Bosswash. Okay. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Wie das umgesetzt ist. Ja. Oder mal testen, wie es sich anfühlt, VIP zu sein. Ja, gut, ne? Ich werde aber dann im Stream so lange dabei sein, wie ich kann. Das ist sehr ehrenhaft, Daniel. Finde ich sehr nett von dir. Wie lange hast du denn Zeit? So, vier Bosse. Dann würde ich mal sagen, gehen wir in Boss 1 rein und zerstören ihn, Leute. Hallo, bumm, bumm. Wie geht's? Ja, die Boss-Map ist sehr... Okay. Ich dachte, der kommt jetzt nicht hoch. Oh Gott. Als ob der Kugel will... Komplett Zerstörung gerade. Oh mein, komplett. Komplett. So, easy. Entspannt. Ich kann bis 0 dabei sein. Nice. Das finde ich super. Okay. Checkpoint-System. Das ist sehr gut, damit man nach jedem Boss das Ganze hier abspeichern tut. Ah ja. Und hier wird man getroffen. Fehle den Pilz. Wunderbar. Und jetzt ist man wieder hier. Ja. Gute Umsetzung, würde ich sagen. Gute Umsetzung. Hallo, pum, pum. Moin. Ja. Umsetzung ist sehr geil. Beschweren kann ich mich da eher wenig. Komm her. Wunderbar. Richtig gut. Kann bis 3 Uhr da bleiben. Solange geht der Swim aber nicht. Ready. Grüß dich. Um 23 Uhr wirst du live zerstört. Niemals. Bin Profi. Ich bin Profi. Ich werde dich zerstören. Mhm. Ja. Genauso wie im 101, Ready. Genau wie im 101. Ja. Du wirst keine Chance haben. Äh, diesmal können wir echt was machen, ne? Wer verliert, der macht irgendwas auf der Gamescom. Wir treffen uns ja deswegen, weißt du. Denk dir was aus. Ich muss schon genug denken hier. Ich denke, du hast bis 23 Uhr Zeit, einmal deinen Hirn anzuschalten. Einmal. Ja. Und dir irgendwas auszudenken. Hallo, Bulli. Moin, moin. Ah, der kommt auch hier rüber, okay. Ehre. Ich liebe ja Bullis. Bullis sind meine Lieblingsgegner. Die besten Typen auf Erden. Progress. Ich verstehe zwar die Meme nicht so krass, aber... Ja. Super Song auf jeden Fall von ihm. Ready, wann kommt Progress 2? Das ist hier die Frage aller Fragen. Ich möchte eine zweite Version haben, ready. Ganz wichtig. Ich liebe Polis. Ich liebe Polis. Ah, ja. So. Oh, nö. Okay, Bowser besiegen. Aber wir haben hier auch Powerblöcke. Das ist sehr praktisch. Ich dachte schon mit Feuer, Leute. Ja, nicht so geil. Treffer Nummer 2. Und Treffer Nummer 3. Ich glaube, der hat 4 aus. Wie in 3D-Ruert. Oh nein, jetzt haut er auch noch ab, ne? Okay, da. So, hau rein, Kollege. War schön mit dir. Bin back. Willkommen zurück, mein Lieber. Okay. So. Jetzt nicht mehr sterben. Dann bringt auch der Checkpoint nichts mehr, Leute. Wenn wir jetzt sterben sollten, dann ist Ende im Gelände. Ich denke, das war's jetzt aber, oder? Ja. Perfekter Boss-Warsch. Bosse waren jetzt zwar nicht so innovativ, ne? Also, jetzt hätte man mal ein bisschen krasser gestalten können oder irgendwas Neues mit einbauen können. Aber die Umsetzung war gut. Das Level passt von vorne und hinten, wie es ist. Wunderbar. Double time it. Ich sag nur dazu, nur. Ah ja. Obi! Wan Kenobi! Moin! Wusstig! Wie geht's? Wann spielst du mal auch nach Lachs? Das werden wir noch sehen, Benni. Das werden wir alles sehen. Moin, Mario. Ja, hallo, Mario. Moin. Wie ist da der Ready? Bist du ready? Bin zurück. Nice. So. Leute, wir haben das Level geschafft von TimX2. Wunderschön. So, als nächstes haben wir auf der Liste ein Level von Jan, Philipp, Mario, Boss, Ju, leicht. Jan, Philipp, bist du da? Wenn ja, ja, du bist da, ne? Hab dich ja gerade gesehen. So, okay. Wunderbar. 3. V. X. 2. 8. L. 3. 0. G. Okay. Morbos, Ju, leicht. Das werden wir schaffen, Leute. Ganz easy. Es gab eine Firma in Japan, die ist zwar pleite gegangen, hieß aber Pius. Was ist echt jetzt? Ne. Privatchat. Ah ja. Ah ja. Dann öffne ich mal Discord. Warum bist du so Apfel-mäßig? Juni, ach, weiß ich nicht. Ich mag Apfelsaft einfach ganz gerne. Hallo, Slip Chris. Moin, moin. So. Okay, Discord wird gestartet. Ich mach mir mal was zu essen bis nachher. Alles klar, hau rein. So. Okay. Hat eine Story. Hat eine Story. Mario wurde wegen versuchtem Mord an seinen Bruder inhaftiert und lebte seit mehr als zwei Jahren im Waldknast. Ah ja. Nun musst du dafür sorgen, dass er raus schafft. Dass er es raus schafft. Okay. Ganz nebenbei musst du ihn noch dazu bringen, seinen besten Knastbruder zu ermorden. Da Dieter gedroht hatte, ihn zu verraten. Mein größten Knastbruder muss ich verraten. Da bin ich aber ehrenlos. Da bin ich aber ehrenlos. Das macht man doch nicht. Das macht man doch nicht. Uffa Discord. Genau für diesen Text gerade. Genau für diesen Text. Oder ich hab eine Idee, Pius. Mein Level nehm ich kurz runter, ändere ein paar Sachen und lade es neu hoch, damit du es auch schaffst. Dies und das, okay. Geht das dann? Könnt ihr mal machen, ja, sehen. What? Gehen jetzt ab hier. Der Beginn ist schon... Interessant, würde ich mal sagen. Im Beginn verstehe ich noch nicht so ganz. Hä? Vor allem bin ich jetzt drüben. Okay. 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 What? Brauche ich das Trampolin anscheinend? Nicht. Doch hier. Was hat das jetzt mit Gefängnis zu tun? Ja, und jetzt? Hä? What? Ich verstehe dieses Level noch nicht so ganz. Bin ich einfach zu doof oder blind auf beiden Augen, Leute? Schreibt es in den Chat. Ich muss es durch die Kreiszeige schmeißen. Na gut. Riechen kann ich das nicht. Wie gesagt, habe ich aber keine Glaskugel. Keine Saaskugel. Doch, eine Saaskugel habe ich doch. Aber keine Glaskugel. Hellseher bin ich leider auch noch nicht. Okay. Also durchschmeißen. Der ist leichter gesagt als getan, ne? Ich glaube eigentlich... Wir wollen jetzt rüberschmeißen. Wir wieder da. Nice, Felix. Schön, dass du wieder da bist. Moin, moin. Okay. Gut. Try 3. Mal gucken, ob wir jetzt was geschissen kriegen. Ha! Ja, und jetzt? Ähm, okay. Das System mit den Wippen finde ich bisher etwas... Eigenartig, würde ich mal sagen. Sehr komisches Gefängnis, bisher. Ja, und jetzt? Ich nehme an, wieder runter damit. Oder? Was geht denn eigentlich ab hier? Hallo, bum bum. Moin, moin. Kannst du... Kannst es zwar nicht riechen, aber sehen vielleicht. Ja. Ich fahre mich jetzt schon mal bei MK8 ein. Gönn dir, mach das. Okay, er ist weg. Wir haben den Schlüssel, Leute. Easy. So wird das was. Bam. Geheimtipp. Du musst das Level schaffen. Kriss. Dankeschön für diesen Tipp. Unfassbar. Oh, wir haben es geschafft. Der bum bum war der Knastbruder. Okay. Ja. Irgendwie hat das Level jetzt nicht so viel mit dem Gefängnis zu tun gehabt, in meinen Augen. Die Wippen habe ich nicht so wirklich mit dem Gefängnis verbunden, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Da hätte ich eher irgendwelche Peace-Switches gemacht oder so. Also, damit du aus dem Gefängnis einfach ausbrechen tust, irgendwelche Peace-Switches aktivieren, dann kann man irgendwo weitergehen. Schlüsseltüren, irgendwie sowas. Keine Ahnung. War es trotzdem ganz nett. Ah, Abriss. Tisch abgerissen, man kennt's. Easy. Easy. Hab's geschafft, eine Sekunde vor dir. Oh. Echt jetzt? Du meinst, jetzt ist sie oder was? Ja, hier bist du, ähm, und, äh, über mir. Also, später. Naja, passt. Wirst du heute noch sein Spielerlebnis in Mario Kart erweitern? Auf jeden Fall, Felix. Ich werde mein Spielerlebnis erweitern. So. Und ich denke, wir, ähm, gehen auch schon mal ganz kurz in unser Spielerlebnis erweitern rein. Und zwar, würde ich sagen, machen wir um 19.30 Uhr ein Mario Kart Turnier, Leute. Mhm. 19.30 Uhr machen wir Mario Kart Turnier, wisst Bescheid. War, ihr wollt das sehen, ich merke das schon. Man kann die Turniere nämlich immer nur um zur vollen Stunde oder zur Halbzeit beginnen. Halbzeit? Zur halben Stunde. Deswegen erstelle ich das schon mal ganz kurz. Wir werden pünktlich um 19.30 Uhr anfangen können. Mit Discord-Rolle meinetwegen. Jo. Der Sieger bekommt wieder eine Discord-Rolle. Mauermaker wird es heute auch noch geben, ist ja ganz klar. Mauermaker haben wir noch nicht abgeschlossen, Leute. Also bleiben Sie dran, wenn Sie Mauermaker mögen. Und nein. So. Ist das das vom letzten Mal? Ja, ist es. Okay. Easy. Lass uns erweitern spielen. Genau. So. Toe Turnier. Das bleibt alles so. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Da wird sich auch nichts dran ruddeln. Leute, welcher Modus? Wollen wir Spiegel machen? Oder 200 CCM? Schreibt mir euren Wunsch für den Modus in die Kommentare. Was war das denn gerade? Habt ihr es gehört? Euren Spielwunsch in die Kommentare. Mastus, wir tun zwei. Das wird es heute auch noch geben, Tonadino. Schränke dein Spielerlebnis ein mit Nintendo Switch Online. Spiegel 50 CCM. Alles klar. 200. Spiegel 150. 200 CCM. Spiegel gibt es nicht. Ich glaube, er taut. 200. Spiegel. Ich würde sagen, 200 und Spiegel ist aktuell gleich. 200 hat ein mehr. Was ist der Code? Gibt es da alles zu sehen? Wobei, lieber 200 CCM. 500. Alles klar. Ich muss Tschüss sagen. Da ich noch was für morgen machen muss. Wenn du Level von mir drankommst, in Mauermaker habe ich wohl Pech. Wenn das Level drankommt, dann ist das so. Hau rein auf jeden Fall. Schön, dass du da warst. Tschüss. 300. Oh mein Gott. 200er Spiegel. Selber doof. Heid und Sieg. Wird auch noch geben. Gefängnisausbrechen. Gleich Betrug. Durch den Boden glitschende Mauermaker 2. Ebenso Betrug. Ja, alles Betrug hier. Alles Betrug, mein Lieber. 200. Ich glaube, die meisten sind für 200 da, ne? Doch, doch. Würde ich schon sagen. Okay. Dann gönnen wir uns heute mal 200. Okay. Kommt schwierig. Furios. Heute haben wir den 17.8. 19.30. Das passt. Bis 20.30. Genau. So. Ja. Heute ist 80. Ja. Das passt. Wunderbar. So. Turnier wurde schon mal abgestellt. Easy. Würde ich sagen. Ja. Würde ich sagen. Das Turnier geht noch nicht los. Deswegen. Ein, zwei Level schaffen wir noch im Mauermaker. Ich will ja möglichst viele schaffen. Und in neun Minuten gehen wir wieder zu Mario Kart 8. Du wirst Bescheid, Leute. Ja. Ich schaffe nur ein, zwei Level. Zello Games. Moin. Hallo Pius. Grüß dich. Machst du Pokémon? Nicht wirklich. Ist nicht so ganz normal eine Serie. Ich bin da eher bei Mario und Splatoon. Und auch Zelda jetzt mit Waffer the Viper. Ganz nett. Ja. So. Ein, zwei Level. Oder ein Level schaffen wir auf jeden Fall noch. Bis es um halb acht los geht mit dem Mario Kart 8 Turnier. Du wirst Bescheid. So. Ähm. Hatten wir das Level von Jan Philipp? Ja, ne? Doch, doch. Das war das eben. Ja, genau. Okay. Ist abgehakt. Das Nächste ist dran. Gamer HD. Bist du noch da? Ja. Ist der Level dran? Gamer HD. Wirst Bescheid. Gibt es auch eine Rolle? Jo. Discord. Gibt wieder eine Rolle. Wer das Turnier gleich in Mario Kart gewinnt. Mhm. Ich spiele mich ein in Mario Kart 8. Achso. Wunderbar. Bin da. Bist du das oder was? Gamer HD? Nee, nee. Gamer HD bist du, denke ich mal, nicht, oder? Bist du das? Es gibt keinen, der Mr. Toad heißt. Hat doch, hat man schon, hat man schon. Deine Lerner hat man doch schon. Deine Lerner hat man doch schon. Was sind deine Lieblingsschergen von Bowser? Keine Ahnung. Wie kann man beim Turnier mitmachen? Du musst den Turniercode einfach nur eingeben. Jeder kann mitmachen. Ihr müsst nicht auf meiner Freundesliste sein. Jeder kann mitmachen. Turniercode seht ihr schon mal oben im Bild. Oben links ist der Code. Den müsst ihr eingeben. Ich werde eh wieder gleich auseinander genommen. Mal gucken. Okay, anscheinend ist er nicht da. Dann haben wir hier noch in der Liste Matze LP. Bist du noch da? Wenn ja, melde ich einmal kurz im Chat. Ich darf erst mal ein bisschen Apfelsaft. Yeah. Easy. Easy. Was kommt denn nach dem MK8-Turnier? Wir grillen gleich und haben kein MK8 dabei. Naja, mal gucken. Weiß noch gar nicht. Kommt mal alle schon ins Turnier? Genau. Ich würde sagen, Evi, mit Level läuft noch nicht so, ne? Basco, bist du da? Oder Kray? Einer von euch drei. Irgendeiner da? Da können wir noch ein Level spielen. Sonst gehen wir ins Mario Kart-Turnier. Je nachdem. Haben wir noch Zeit ein bisschen. Bis das Turnier losgeht. Zwölf Rennen in 200 CCM. Das geht ganz schnell. Kray ist da. Okay, dann machen wir noch dein Level, ne? Weiß Bescheid. Mario 3D World. So. X. B. P. Acht. P. 0. 5. N. G. Wunderbar. So. Loll. Okay. 1, 3. Bum Bums Tower. Ah ja. Spiel doch meins. Welchen Smash-Charakter wünschst du dir am meisten? Captain Toad is cool. Hätte ich gerne. Ich will ein Toad in Smash. Mann ey. Ich will ein Toad in Smash. Okay. Ich gehe jetzt ins Turnier. Gönn dir. Macht das schon mal. Turnier ist oben links im Bild. Der Turnier-Code. Jeder kann mitmachen. Ihr müsst nicht auf meiner Liste sein. Jeder kann da mitmachen. Turnier geht um 19.30 Uhr los. 1 Stunde 12 Rennen. 200 CCM. Bist du Bescheid? Ähm. Okay. Hä? Was habe ich jetzt hier falsch gemacht? Oder sollen wir das wirklich mit Kugel-Willi lösen? Ne. Irgendwas habe ich da falsch gemacht, oder? Irgendwas habe ich hier gewaltig falsch gemacht. Kann das sein? Da oben ist was. Oder war ich da eben? Ich habe Demenz. Ne. Da war ich auf jeden Fall nicht. Okay. Gehen wir da mal rein. Wer ist Weißbrot 2 in MK? Ach, keine Ahnung. Bonusraum. Okay. Das ist eine Katzen-Glocke. Möchtet ihr das gerade ernsthaft übersehen? Wo ist denn die Katzen-Glocke? Bin ich blind auf beiden Augen? Ach, hier, ne? Ne? Hier, oder was? Oh. Hab die komplett übersehen. Weil ich einfach doof bin auf beiden Augen, ob die wir sehen. Okay. Dankeschön an 1... Ach, 1860 München. Dankeschön fürs Abonnieren. Willkommen bei den Toads. Team Toad. Grüß dich. Oh Gott. Okay. Alles wird gut. Alles wird gut. Wieder hoch. Okay. Sehr gefährlich hier auf jeden Fall. Für 1, 3 ist das schon anspruchsvoll. Würde Nintendo nicht bauen. Wir kennen ja alle Nintendo. Die bauen die jetzt nicht so schwere Level. In der Regel. Oh Gott. 1, 3 ist natürlich krass hier. Oh ja. Okay, wunderbar. Wir kommen gut voran, Leute. Zwei Pilze. Okay. Und hallo, Matze LP. Willkommen zurück hier auf jeden Fall. Bin back. Yeah. Moin Sebel. Sebastian. Mmh. Oh. Bonus. Ein paar Münzen. Gönnung auf jeden Fall am Start hier. So. Bin da. Okay, dann kommt dein Level später dran, mein Lieber. Weil jetzt geht es erstmal gleich zum Mayokard. Dann spielen wir dein Level auf jeden Fall später. Das geht dann noch ein paar Stunden, Leute. Bis 0 Uhr, Leute. Da haben wir noch Zeit. Bis 0 Uhr. Wir haben jetzt gerade mal anderthalb Stunden rum. Und nicht mal Halbzeit. Wir haben Zeit. Pius. Wann beginnt das Mayokard-Turnier? Felix. Das beginnt in zwei Minuten. In zwei Minuten geht das Turnier los. Toad ist ein Mii-Kostüm. Ah ja. Pikachu LP. Moin Moin. Grüß dich. Hallo an Logo-Like. Moin noch an dich. Grüßt euch. Boah. Nettes Level, ne? War sehr schön. Sehr, sehr nett auf jeden Fall. Gefällt mir. Pius. Kann nur bis 9 Uhr oder so fahren. Schon um 3 Uhr nachts Urlaub. Ah, ihr fahrt um 3 Uhr nachts in den Urlaub? Ach du Scheiße. Geht's denn hin? Bitte maximal drei Mojis pro Nachricht. Genau. Da hat Game Without Recht. So. Schönes Level war das. Jetzt geht's aber zu Mario Kart. Der Sieger vom Mario Kart Turnier bekommt eine Discord-Rolle. Mhm. Also spielt gerne alle mit, wenn ihr den Online-Modus gekauft habt und das Spiel habt. Turnier-Code seht ihr oben links im Bild. Wisst ihr Bescheid. So. Eine Stunde geht das Turnier und dann mal gucken, was wir dann machen. Dies, das. Ihr wisst Bescheid. So. Die Oberart-Modus. Ja, genau. Okay. So, ab geht's ins Turnier. Aber noch ganz kurz warten. Noch ist es nicht offen. Eine Minute noch. Hab heute einen Wuff geholt. Ein Hund, oder was? Oder was ist ein Wuff? Ein Hund, ne? Nehm ich mal an. Wurde 21 letztens. Uff. Ja. Wusstet ihr, dass es echt die Süd... Was? Süd? Hier bisschen und Sandwich-Inseln gibt. Nee. Nein, wusste ich nicht. Hab zwar Mk8, aber bin schlecht wie ein Specht. Haha, das hat sich gereimt. So, Leute. Es ist 19.30 Uhr. Go. Gabbataut sagt's. Ab geht's. Jetzt hier. Ab geht's. Ab geht's. Ab geht's. Okay. So. Ab geht's, meine Lieben. So. Moin erstmal. Moin, moin. Moin, moin. Hab nur Mk8 und du lachst. Als ob du nicht mal das Spiel hast. Ey. Was ist denn bei dir los? Warum seid ihr alle so alt? Keine Ahnung. Warum bist du so jung? Das ist hier die Frage, Sarah. Das ist hier die Frage der Fragen. Mhm. Ehrenlos, dass es einen roten Toad gibt. Oh ja, Chris. Oh ja. Oh ja. Bitte vor 2010. Was denn das Level? Von dir oder wie? Ja, mal gucken. Ist doch noch früh, ne? Wir haben ja noch Zeit. Jetzt erstmal eine Stunde Mario Kartalax. 200 CCM-Turnier. Jeder kann mitmachen. Und ich kann nicht fahren. So. Wir erweitern uns unser Spielerlebnis, Leute. Wir erweitern jetzt alle gemeinsam unser Spielerlebnis. Geil, ne? Ja. Das Spiel kam ich mal. Bin drin. Nice. Wir sind alle drin, Leute. Oh Gott. 200 CCM. Eine Umgewöhnung für mich. Lange nicht mehr gespielt. Schon Ewigkeit nicht mehr. Ich glaube, wir hatten noch nie eins. Hatten wir schon mal ein 200 CCM-Turnier? Jemals? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Ob wir schon mal jemals ein 200 CCM-Turnier hatten? Ich bin mir da echt nicht so sicher gerade. Wisst ihr das? Schreibt es gerne mal in den Chat. Wenn ihr euch dran erinnert. Ich auf jeden Fall nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Hm. Hab leider kein MK8er Lachs. Schade, Alex. Aber Zugpucken ist auch ganz nett. Oder würde ich sagen, ne? Kann man auch mal machen. Ui. Blitz. Bei mir läuft. Bei mir rennt. Bei mir fährt richtig. Joa. Sechster Platz schon mal. Ganz nice. Geht alle aus dem Weg. Ich mache euch fertig. Dann ist Ende im Gelände. Wunderbar. Oh Gott. Kein Item. Aber gleich das Ziel. Zweiter Platz. Wow. So starte ich gerne ins Turnier. Gefällt mir. Sehr nice. Gefällt mir richtig gut. So kann es gerne weitergehen. Sehr nice. Sehr nice. So kann es gerne weitergehen. Gefällt mir. Wie viele Likes haben wir euch schon auf den Stream, Leute? Wenn wir mal interessieren. Ich sehe das ja nie. Als YouTuber siehst du nicht mal, wie die Bewertungen sind. Im Stream zumindest nicht. Das müsste ich jetzt mal einen Stream angucken. Hier siehst du nicht mal. Hier siehst du nicht mal, Alter. Ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben dalassen, wenn euch der Stream gefällt. Jeder Daumen nach oben unterstützt den Stream. Na? Dann seid ihr richtige Ehren-Toads. Dann seid ihr richtige Ehren-Toads. Ich muss gehen wegen Kino. Bye. Hau rein, Alina. Schön, dass du da warst. Viel Spaß im Kino. 62. Okay. Schon mal ganz nett. Easy. Dankeschön. So. Mr. Toad hat ein TT im Namen. Richtig Ehren an dich. Nimm gerne TT in euren Namen, Leute. Dann seid ihr richtige Team Toad-Mitglieder. Ja. Dann seid ihr richtige Ehren-Toads. Die Verzögerung ist nervig. Ja, ein bisschen ist immer da, ne? Ein bisschen ist immer da. Ein bisschen ist immer da. Aber so groß ist sie eigentlich gar nicht. 10 Sekunden oder so. Das ist eigentlich ganz normal. Oh Gott, ich kann wieder nicht fahren. Eigentlich ist die Verzögerung ganz normal. Also, bisher hat man natürlich immer, ne? Ich finde, das passt eigentlich. Erstes Rennen direkt. Letzter U. Belastend. Sehr, sehr belastend, Felix. Vielleicht hast du ja diesmal ein bisschen mehr Glück in diesem Rennen. Bei mir ließt es schon mal ganz gut. Ich bin bei meinem zweiten Platz eigentlich ganz zufrieden. Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger, würde ich sagen. Passt. Toll. Voll gut, ey. Siebter Platz. Da geht noch mehr, würde ich sagen. Toad. Streng dich mal ein bisschen an mir. Eigentlich finde ich es sehr belastend, dass es nur den roten Toad gibt. Warum gibt es keinen blauen Toad? Der kann doch viel besser fahren, habe ich gehört. Man sieht es, glaube ich. Warum gibt es keine blauen Toad? Das verstehe ich nicht. Oder kein gelben oder grün. Dankeschön. Dankeschön für nichts. Mann, ey. Ich kannte das jetzt ja nicht. Übung macht den Meister, ne? Ein sehr bekannter Spruch. Üben, üben, üben und irgendwann bist du Profi. Genau wie ich. Bin ja auch Profi, ne? Man sieht es, glaube ich. Ich bin der beste Spieler in Malkanacht Deluxe. Gerade 200 CCM. Bin der Oberprofi. Ich glaube, man sieht es. Ich glaube, man sieht es ganz gut. So, ja. Vierter ist drin. Vierter ist drin. Jetzt gutes Item und dann wäre das was. Und. Ah, Pflanze. Was bin ich denn damit? Obwohl. Ja, Fünfter. Na ja, es geht besser. Schade. Geht besser, aber na ja. Passt schon. Bei mir ist offen für alle aus. Also kann ich nicht rein. Was? Warum kannst du nicht rein? Dies verstehe ich jetzt nicht so wirklich. Warum gibt es kein blaues Erweiterhandel-Spielerlebnis? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Pius ist so gut wie mein Stream gestern. Nein, nein. Ich bin besser. Übermacht den Pius. Genau. Ich bin noch sad wegen dem letzten Turnier. Nicht nur du. Ich glaube auch Johnny. Der mit einem Punkt auf dem zweiten Platz war. Das war für ihn sehr belastend. Das war für ihn sehr belastend, Leute. Das könnt ihr mir glauben. Jojo. Jojo. Mach den Pius. Erstmal ein bisschen Apfelsaft hier. Ja. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön Drittes Rennen, Alter, wir kommen ja richtig schnell voran, ne Zwölf Rennen gibt's ja nur, hab ich eingestellt Und wir sind schon im dritten Eieiei Ich will ihm fünf Punkten, tja Kauf dir Skill bei Ebay, würde ich sagen Also, bei mir läuft Bei mir läuft nicht, bei mir rennt Oder fährt, je nachdem, ne Oh Gott Erstmal gegen die Wand fahren, man kennt's Easy Game Oh Gott Ja, 20cm ist auch für mich eine Ungewöhnung Auch für mich heißt es Übung macht den Meister Den besten Profi Das war jetzt gerade scheiße Ist blöd gelaufen Achter Platz Da geht noch mehr Boah, wir werden hier alle schubsen, ne Alle hin und her schubsen hier, ey Ganz schlimme Leute Ganz, ganz schlimme Leute Okay, Lage wird besser Zweimal Stern Easy Hallo Dishan Ich mach die fertig Oder auch nicht Na fast Pilze Ernsthaft Oh, das Rennen läuft mal so gar nicht, ne Das Rennen läuft einfach mal so gar nicht Ey, ich war dritter Welcher Platz war es beim letzten Turnier? Ich weiß es gar nicht mehr Ich glaube neunter oder so Keine Ahnung Auf jeden Fall nicht so krass Oh Mann Es läuft nicht hier, gar nicht Ich will doch auf dem ersten sein Ich will mein eigenes Turnier gewinnen Das war mein Ziel im Leben Mann, oh Ah, drei Red Shads Geil Dishan, komm her Ach, schade War schon im Ziel Schade Magst du auch dicke Hamster? Wie kommst du da auf jetzt? Was mich mal interessieren würde Wäre Wer von euch Der gerade jetzt hier im Chat ist Ist nächste Woche auf der Gamescom Das würde mich mal interessieren Schreib's gerne mal im Chat Wer auf der Gamescom nächste Woche ist Und wer nicht Würde mich mal interessieren Das sind hier die wichtigen Fragen im Leben Ja So, Koopa Nehmen wir mal Alina schon mal nicht Ja, bin bei dir drin Ich bin nicht auf der Gamescom Ich nicht Tja, Felix Pech gehabt Kurz jetzt heißt Am Start auf der Gamescom Nächste Woche oder was? Bist du gerade dazu gekommen? Ja, auf jeden Fall Hi Moin Ich nicht Bin im Urlaub Scheiß spielen Würde gern Aber kann nicht Magst du auch Yoshi? Immer Ich nicht Ich nicht Ah, verlassend Habt nur 40 nach 3 Rennen Läuft bei dir Ich nicht Klar, wie auf der Gamescom Oh Samstag Bin nicht Cooper Okay Nur wegen einem Scheißblitz Oh Julian Das tut mir aber leid Das tut mir aber sehr leid Aber auch für dich Aber auch für dich heißt es nicht Ein Cap schreiben Ne? Auch für die Atmens Ne? Weiß Bescheid So, viertes Rennen, Leute Ein Drittel Ist nach dem Rennen Ist nach dem Rennen schon durch Und wir spielen seit 10 Minuten, Alter So weiter Jetzt sind wir um halb fertig Äh, um 20 Uhr fertig Ja, moin Jetzt sind wir schon halb fertig als gedacht, ey Hätte ich mal ein bisschen mehr einstellen sollen Ist ein bisschen doof gelaufen Ah Falsch geplant Jus Ja, egal Passt schon Passt schon Magst du gewisse Maden? Maden sind immer gut Immer gute Sachen Ach da Ist aber nicht so gut Das geht besser Oh, war das der Blitz? Oh, ganz knapp, Leute Ganz knapp vorbei Hilfe Aber auch nur ganz knapp Hilfe, Hilfe, Hilfe Sehr belastend auf jeden Fall Oh Ja, runterfallen Gehört dazu Gerade im 200-CCM-Modus Ah, Stachy, Blitz Volles Programm Volles Programm Jetzt bei Mark hat es Der Schritt auch ein bisschen ruhiger Das ist ganz klar Weil viele ja auch mitspielen Aber kann mir nur recht sein Dann kann ich mich besser konzentrieren Auf das Gameplay Ja Hat Vorteile und Nachteile So, wunderbar Feine Runde Laufend auf jeden Fall Ja, das ist ja eben Ist immer Anstrengend Ah, ich bin Profi Das wird Das wird Ich kann nicht rein Weil er einfach nur offen für alle Aus ist Du brauchst den Turniercode Den musst du eingehen Weil dann kann jeder mitmachen Oder nicht Eigentlich kann ja jeder mitmachen Oder nicht Hamburger Squad Moin Moin Du bist hier richtig Hi So Ach, Fünfter 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 Ich könnte mitspielen Aber ich bin so scheiße geworden War ich jemals gut? Man weiß es nicht, Aline Hab ich Hä, aber Hat gerade Aber ihr seid doch alle da reingekommen Also die anderen sind da reingekommen Warum solltest du da nicht reinkommen können? Das verstehe ich jetzt nicht Das macht keinen Sinn Ich schmeiße aus dem Fenster Tja Game of Tone Läuft es nicht so gut? Ich hab dich überholt Ah, du Nächstes Mal werde ich dich zerstören Ich werde dich zerstören Weißt du Bescheid? Ja Ich mach dich fertig Bin immer wieder das einzige Mädchen Ja, immer, ne? Man kennt's Immer Der Jungsgehalt Ist hier nicht mal messbar Der ist zu hoch Bei, findet ihr meine Switch auf Ebay Für 10,90 Ich kaufe sie dir ab Mr. Toad Nein Nein, der arme Toad Ja, der arme Toad Jetzt Pilze Alter, ich kann wieder Kein Deutsch Ist Pilze essen gut So heißt das hier Nö Also ich mag keine Pilze so wirklich Und Ich mag nur meine Toads Aber Pilze schmeckt mir nicht wirklich Nee Schmeckt mir jetzt nicht so Beide nicht Ist vor allem keine Fliegenpilze Dann Geht's euch hinterher nicht so gut Ja Lehrstunden mit Pius Hier nennt ihr sehr viel Über euer Leben Ja Mann Lastend Mein Glück Ist nicht auf meiner Seite heute Ich merke das Sprachenlernbar wird Genau Genau Feststellungen Toads schmecken nicht Genau Die sind noch nicht zum Essen da Sondern zum Liebhaben Ein Crone Moin Grüß dich Wir kommen hier im Stream Moin Moin Wie geht's Na Fünfter Komm Die Sache überholen Tschüss Hau rein Schön mit dir Ich auch nicht Dritter Schmeckt Das gefällt mir So können wir arbeiten Sprachenlern Pius Ja Ich mach meinen eigenen Sprachdienst auf Kommt vorbei Und lernt mit mir Deutsch Jetzt für 2,99 Euro Leute Gönnt euch nur 2,99 Euro Ich bin erster Neun Dazu Ich werde dich finden Und blockieren Weißt du Bescheid Ich spiele aus der Seite mal nicht mit Ja Hammerboot Du bist ja so ein Profi Du hast das nicht nötig Ich verstehe ja schon Ich verstehe das Du hast das einfach nicht nötig Ich kann die Disco-Falle ja nicht immer haben Naja du behältst sie ja Du verlierst sie ja nicht Zumindest nicht Heute Du musst die Rolle verteidigen Ja Aber noch nicht heute Ich verstehe die 2 Disclikes nicht Ach Disclikes gibt es immer Das ist Kein Ding Das ist kein Ding Du musst anderen die Chance geben Ja genau Hammerboot ist einfach sehr Sportlich Also der ist fair Und so Ne ihr wisst Bescheid Einfach so fairer So faire Mitspieler brauchen wir einfach immer Ne Ja Sehr sehr fair War erster Dann kommen 8 Webchats Tja Tja Doof gelaufen Ne würde ich sagen Doof gelaufen Ist halt Doof gelaufen Hast du Pech gehabt Alles doof gelaufen Und ja da heute einige hier im Stream sind die ich vom Namen noch nicht so ganz so gut kenne Könnt ihr auch gerne auf meinen Discord Abonnenten Server joinen Um mit mir zu schreiben Zu chatten Zu callen und sonst was Oder mit anderen Leuten zu schreiben und chatten Aus der Toad Community Link zum Discord Server ist in der Stream-Beschreibung verlinkt Discord Account aufstellen kann man gratis Ist umsonst Völlig umsonst Das Discord Kommt gerne dazu Oder folgt mir auf Instagram oder Twitter Wo es krasse Toad-Bilder und sowas gibt Ne wisst du Bescheid Aller Links Zum ganzen Scheiß In der Stream-Beschreibung Wirst du Bescheid So Ich glaube das ist die sechste Strecke Ne kann das sein Also Halbzeit Toad Wir müssen uns anstrengen Wir wollen noch unseren epischen Sieg Hab ich gehört Dachte ich zumindest Und den müssen wir verteidigen Leute Road to Discord Rolle Ich will sie haben Weil ich der Beste bin Nur ich darf sie haben Und Basko ist TT im Namen Ehre Ehre geht raus Und spielt mit Toad Besser geht's nicht Besser Wer war das? Wer war das? Hab vier Toads Flüsch Nice Aber vier verschiedene oder? Oder vier mal denselben? Ich nehme mal an Vier verschiedene Macht zumindest Sinn Macht zumindest Sinn Ja Komm her Ja schade nicht getroffen Schade schade Joach führt das schon mal ganz gut Das passt Damit könnte ich mich anfreunden Oh sogar Ja Der Tanuki Mario Grüße General Warum hab ich das eigentlich nicht bekommen? Hä? Hä? Egal Hier ist das nächste Nein Nein 200 CCM Ja Oh Junge Da wäre ich ja auch im Vorteil Gegen andere Haha Hammer Bro Du bist ja eh Profi Bist ja immer im Vorteil Aber ja 200 Heute mal Die volle Ladung Kein Kommentar Oh 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 Mann Das lief mal gar nicht so gut Das lief mal nicht so gut Nur 299 können sie ihren Toad erweitern Warum 299? 199 Für VIP Mhm Die volle Ladung Ja Mhm Oh ja Bin da im Discord server gejoint Und dabei getreten Dankeschön Ehre an dich Ere an dich So Wario abfahren Leute Ich schmeiß eine Atombombe auf Japan Nein Das machst du nicht Gamer Toad Das machst du nicht Oh Heute sind schon einige gejoint Wie ich sehe Ja oder Doch doch Schon einige Willkommen auf dem Discord server an Tommy Nio Willkommen auf dem Discord server an Basco Willkommen Auf dem Discord server an Jojo's World Tour Moin Auch an Alex Moin Auch an Äh Ein Schiff Eine Klammer Und ein Schiff Moin Hallo an Hamburger Squad Joa Einige neue Discord members Link zum Discord wie gesagt In der Stream Beschreibung Pius würde gerne spielen Hab aber keinen Mario Kart Das ist sehr belastend Die Spiele hast du denn mal lieber Antonio Ich hast du denn so Erster Ehre Läuft bei dir Hallo Dennis Länger nicht mehr gesehen Wir verheiern dich Wie geht's Wie geht's Wie steht's In dem Mario Kart 9 Wird es 100.000 60M geben Auf jeden Fall Auf jeden Fall Man kennt's Save Save LV Was Willst du mir damit sagen Scheint hier mich verschrieben Oder so Oh Gott Hier geht ja gar nichts Ganz gut Und bei dir Joa Auch ne Auch Entspannt Da 6 Stunden Stream Leute Da geht's Dann ganz entspannt Was ich nicht machen würde Wenn irgendwie so 24 Stunden Streams Ne Also so ein ganzer Tag Ist zu viel für mich Das finde ich einfach Too much Das ist zu viel 6 Stunden Ist ganz angenehm Das kann man machen Das passt Aber 24 Ne Ne Das ist zu viel Wagen nicht so Bin zurück Moin Willkommen zurück Let's storm Vierter Oh nice Hallo Deeschan Moin moin So komm Zweiter Oh Mann Warum jetzt gerade ein Blitz Und auch noch ein Panzer Man könnte Komm Gib mir mehr Ich bin noch nicht gesättigt Gib mir mehr Gib mir alles was du hast Oh Fast der Kugelbeli Aber nur fast Oh Jetzt geht's ab Ich zerstere jetzt alle I-re Okay Nein What Oh mein Gott Oh mein Gott Jetzt warum Warum wurde der nicht getroffen Das war Betrug Guckt euch das an Leute Warum wurde Mr. Toad nicht getroffen Warum fährt der einfach weiter Was ist denn das Hat der hier den Nagel neuen Benzer Oder was ist das Problem Das verstehe ich jetzt nicht Hab aber auch 2.100 Spielstunden Wo Alex Wo Bei Mario Kart Oder was Bin außersehen Auf Enter gekommen Ah ja Pius Machst du noch Smash oder nicht Doch doch Der Tag ist noch lang Mal lieber Wir haben ja gerade mal Fast zwei Stunden rum Ne Wir haben noch vier Stunden Leute Wo wir spielen können Wir haben noch vier Stunden Denn Bubble Abo für Pius Abgeschlossen Ehre Man war kurz zweiter Jetzt bin ich fünfter Tja Tja Verdammt Ihr spielst du Mauerkart Ja Yasin Das mache ich gerade 200 CCM Aber du kannst noch mitspielen Yasin Weil Ähm 200 CCM Runden Gehen schnell rum Du kannst Jeder der aktuell noch mitspielen will Hat noch Schande zu gewinnen Ja Weil man ungefähr nur Eine Stunde Eine halbe Stunde braucht Um Die zwölf Rennen zu machen Ungefähr eine halbe Stunde braucht man ja Also aktuell habt ihr noch Chancen Zu gewinnen Ja Das Turnier geht nämlich noch bis 20 Uhr 30 Wissen du Bescheid Turniercode Oben Längst im Bild Hm Wollt ihr mal ein Re-Upload-Level einsenden Ja Wir haben noch Zeit Yasin Wir haben noch Zeit Hau rein Tschüss Basco Ja Aber heute bekommst du keine 14 Euro Ne Muss nicht jedes Mal sein Ne Auf jeden Fall danke Letztes Mal an die Sache An die Numations Von dir Danke auf jeden Fall Ja Okay Boah Ah Sechster Oh Pfff Läuft gut Mhm Läuft richtig gut Richtig 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 Gut Aber alles noch drin Ich wäre mal gerne wieder erster Das wäre eigentlich ganz geil Und wieder ein bisschen erster werden Komm Alles ist möglich Oder auch nicht Komm erster Naja Achter jetzt kann ich alles vergessen Jetzt kanns ich alles vergessen Jetzt kanns ich alles vergessen es ist noch was möglich ich bin zurück willkommen zurück mal lieber spielst du auch mit oder hast du keinen mal gemacht obwohl ich das spiel ziemlich viel verkauft hat ziemlich oft nicht viel ja kann auch sagen ziemlich oft ja ich hab 17 millionen leute haben sich diesen port gekauft mario kein achter lachs 17 millionen leute das spiel hat sich einfach richtig krass verkauft ich glaube das ist das meist verkaufte spiel oder doch doch ich habe auch kein achter lachs das meister kauft das spiel ich glaube mario odyssey ist bei 13 millionen verkaufen verkäufen und mark hat euch bei 17 millionen läuft auf jeden fall franklin moin willkommen im stream grüß dich backblue habe ich das normale ja aber das spiel ich nicht mehr auf der video ist das nicht so geil das spiele ich lieber mit meinem controller das ist sehr angenehmer als mit dem blöden video gamepad nicht so geil ja wenn du erster da willst dann musst du deinen traum leben bin mal wieder drin nice sarah ich gebe mein bestes für so ein profi ja man kann nicht mitspielen da ich keine switch habe schade tommy kauf sie dir zu weihnachten oder so in vier monaten oder so wäre ganz nice bin gern ehrenlos merke ich big blue bist du krank nö ich will die volle ladung smash hat glaube ich 13 millionen und maur odyssey 15 ah ja krass jetzt hätte ich den maur maker maur kart ich hoffe nicht ich hoffe nicht gemma tot läuft bei dir gut denk mal schon ne ich denke bei ihm läuft ganz gut naja so noch mal die strecke hat man schon abwechslung nicht vorhanden ich merke das schon weder wässer weg weder bei alzheimer bei mir läuft scheiße tja ist wohl nichts mehr disco rolle hast du pech gehabt hast du pech gehabt der werte hat das kill und glück bei ebay großanzeigen ja dieser moment wenn sich noch nach der lachs mehr verkauft als die juja ist schon ein trauriger moment für nintendo ja da sieht man mal wie scheiße die juli übrigens hat sich auch keine acht auf der view 8 million mal verkauft also auch nicht so wie will würde ich mal sagen natürlich auf der switch besser ist ja ganz klar weil die view hat sich auch gerade mal 13 millionen mal verkauft das ist sogar noch nicht viel das ist nicht so krass oh gott armpius hallo david m oder david moin moin wie geht's versteht's guten Abend um dich ah 10. wieder in die bananen und kens wir lassen mal raus wir grillen jetzt alles da jan philipp guten appetit wünsche ich dir er hat das renn ist gelaufen ganz vergessen hier dies kannst du sowas von vergessen alles sehr belastend neunter naja naja spielst du nach mauerkart was wir tun mal gucken mal gucken das weiß ich noch nicht mal gucken das entscheiden wir noch Leute das entscheiden wir noch so wie viel rennen war das jetzt bisher naja sehen wir gleich sehen wir gleich hab die view nur wegen smash das betun und mark hat gekauft ja und ich noch wegen 3d word ne egal was passiert ich glaube bis dann hat sie ober mindestens hier ein nice ehre oder stream geht bis 0 wie gesagt ne um 18 woche haben wir angefangen und jetzt leute haben wir zwei Stunden schon erreicht Leute Applaus leck eigentlich nicht eigentlich nicht also bei mir nicht haben wir zwei Stunden schon mal vor Leute Applaus no hä was ist los hä was ist denn bei mir ist nichts hä ist er weg hä das lief hier alles eigentlich ganz normal weiter keine ahnung was da jetzt los war zwei Stunden jedenfalls jedenfalls schon mal rum hä ein dritte ja keine Mathe ein dritte haben wir schon geschafft Leute das ging ganz schön schnell das ging ja ganz schön schnell ganz schön schnell Pius gewinnt nie doch 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 im profi oh Gott ja grad nicht so grad nicht so Pius 6 dann ja Gamer Toad läuft wohl nicht so ne welche Runde war das jetzt gerade habt ihr mal aufgepasst ich hab nicht aufgepasst ich kann Mathe sei froh nein ich kann kein Mathe Lina ich kann kein Mathe das wüsste ich ey das wüsste ich und das ist definitiv nicht so ich kann kein Mathe äh oh gerade hat mein Blitz auf äh mein Stern aufgehört ne gerade sehr belastend sehr sehr belastend Hallo Patrick Kuch Moin Moin wie gehts stehts guter erstmal komm jetzt holen wir auf Leute ja vierter immerhin immerhin Pius hat kein Salz ja aktuell ist alles gut ne kann ich auch nicht ja wer kann schon Mathe ne und Janne ist 007 hi Pius wie gehts dir mir gehts gut und dir willkommen hier im Stream och kann Pius eigentlich salzig werden doch doch wenn ich ähm Mario Maker 2 bei End äh verletztes Spielenspiel also den Neueinander Modus dann geht das ganz schnell können wir gerne heute noch spielen Leute ist ja ganz klar können wir gerne machen noch ein bisschen unser Spielerlebnis erweitern geht immer ne boah 10. tja ja was wäre wenn du mal ein Maoka Turnier gewinnen würdest wo aber der Gewinner eigentlich eine Rolle oder sowas gewinnen sollte dann kriege ich sie halt Hammer Pro dann kriege ich die Rolle mhm ja wieso nicht 200 cm und nicht 150 weil wir sonst eigentlich nie zander gemacht haben also mal zur Abwechslung ne Pius hat Salz bei Auto leveln Auf jeden Fall. Bei automatischen Leveln, man kennt's. Ich mag 3D-Word nicht. Ich liebe es. Sehr gut. Bin dafür, ja. Dann krieg ich die Rolle, ist doch ganz klar, ne? Guckst du den Streams jetzt mal auch wieder am Fernseher, am Bro? Dann kriege ich die Rolle, ist doch ganz klar. Dann bin ich einfach der Beste. Mhm. Ja. Ich bin dann einfach Profi. Oh Gott. Manchmal muss ich los. Okay. Das ist ganz schön schnell jetzt hier. Das ist ziemlich schnell. Irre. Hier geht's ab, ey. Vielleicht mal ein neues... Soll ich dir mein erstes Auto-Level einsenden? Muss nicht sein. Ich find Level, wo ich selber spielen muss, ist interessanter. Aber deutlich. Oh. Junge. Aber dein Skill ist es eher unwahrscheinlich. Hallo. Niemand. Pius. Wir können hier später schwerer als bei Marmeca 2-Level spielen. Immer. Ich bin halt so ein Profi. So. Sechster. Komm. Da ist noch was drin. Oh, guck mal wie hier... Was ist das denn hier? Boss. Ah, super. Ausgangssituation ist... ...nicht so berauschend. Geht besser. Ich krieg' leider ein bisschen Hunger. Ah, sechster. So. Da ich ein bisschen Hunger krieg', esse ich jetzt ne Banane. Lecker, lecker, lecker. Alter, hör mal auf, diesen Abfall zu spielen. Marmeca 8, der Lachs ist doch geil, Nico. Was willst du denn? Wir haben ja gerade erst angefangen. Oh, eine Banane, Leute. Gönnt euch. Gönnt euch auch ne Banane. Oh. Mh. 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 Vio, Vio, Ralla. Ah, jetzt hat die aufgespannen? Vio, Ralla. Ja, sowieso. Hi, willkommen hier im Stream. Grüß dich. Oh. Okay, ein Pokémon Quiz. Oh nein. Ich bin kein Pokémon-Profi. Ey, das wär so lustig, ne? Sendt das mal ein, bitte. Sendt das ein. Das wär richtig funny, ey. Ich kenn mich mit Pokémon ja einfach mal so gar nicht aus. Oh, das wär lustig. Spiel mehr, als wir tun. Ja, Mann. Ach, Gott. ach gottchen willhelm 9 9 geht so eine banane ja sehr angenehm ja kommt noch mal abbeißen hier letztes rennen wird es ging ja schnell aber abgebissen hier und rennen starten angenehm okay mein gleicher am essen alles war ja mein arm ist heute eine banane ich esse heute zum abend eine banane und einen keks keine banane und keks zum abend beste leben das kommt davon wenn man abends übt dann gibt es nicht so viel zu essen man muss auf eine pizza jetzt habe ich erst eine pizza irgendeinen tag kann arbeiten mal gucken vielleicht ja morgen oder so keine ahnung gibt mir alle euer geld dann bestelle ich morgen 50 bitzen nach hause dankeschön okay so letztes renn oder jetzt strengen wir uns auch ein bisschen an hier das turnier geht bis 20 30 also jeder hat noch chancen punkte zu machen für mich gleich ende aber ihr könnt noch weiterspielen nach der runde ist ja ganz klar bis ihr halt eure zwölf rennen voll habt dann werdet ihr automatisch aus der aus dem turnier rausgeschmissen und könnt nicht mehr weiterspielen ja sehr belastend ich weiß 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 oh gott alles wird gut ach da ist nicht gut gar nicht gut doppel item wunderbar so mr tot und sarah müssen mal weg ganz schnell ja mal guck mal guck mal guck komm 6 da ist drin oh 6 da easy easy und java lp bitte nicht andere leute beleidigen vor allem keine mods das macht nicht so viel sinn da bist du auf jeden fall im nachteil wenn du mods beleidigen tust das bringt dir selber nichts guten laxigen abend und es keine banane sondern es lax hallo katz wollte erstmal moin 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 wo es geht hat dann besser aus immer gesehen nice patrick also auf jeden fall erstmal moin an dich patrick wie geht's magst du 3d land klar aber 3d wird mag ich mehr als 3d land so ich hatte dieses drecks geben franklin moin ich dachte mal jo so du hast festgelegte anzahl anrunden abgeschlossen wunderbar bin allein in einer lobby dann hast du sehr viel spaß mit ähm elf cpu ist sehr schön so aktuell ist alex vorne ahja ok so das turnier geht jetzt noch 20 minuten in der zeit machen wir jetzt was anderes und zwar erweitern wir jetzt unser spielerlebnis ja und zwar bei mauer maker 2 mit vernetzten spiel und ich möchte ja nicht dass die hälfte jetzt bei mauer kart spielt und die hälfte jetzt bei spetun mitspielt das macht nicht so viel sinn ne bis 20.30 spielen wir jetzt vernetze spielen und dann schauen wir uns die ergebnisse in mario kart 8 der lax an und dann kriegt der sieger eine discord rolle mhm so und dann gucken wir was wir dann machen smash ist heute noch drin zertun kommt heute noch dran also wir haben ja noch zeit der tag ist noch früh der tag ist noch früh ich hoffe mal es läuft einigermaßen gut wir gucken mal rein wir erweitern jetzt unser spielerlebnis ich hoffe ich glaube die erweiterung ist heute positiv da kommen endlich die guten games ahja nico ahja ahja wenn dir der live stream gefällt dann lasst du gerne einen daumen nach oben um den live stream zu unterstützen da hat gamertau direkt leute also falls euch das film gefällt könnt ihr gerne einen daumen nach oben da lassen wisst ihr bescheid sooo ganz entspannt machen wir das heute hier so ich bin inzwischen rang a und ich möchte den rang a auch gerne verteidigen und nicht verlieren scheiße oh man geht gar nicht gut los absolut nicht ich aktiviere das volk bestimmt nicht oh ihr seid so kleine kecks ne wisst ihr das was das denn ein ein haufen inkompetenter ich raste so aus ne mhm aktiviert das doch ich hasse euch alle ne boah kostet das hier schon wieder an man was ist das hier ich könnte schon wieder heulen ne ich will doch nur ein tanuki schwanz hab grad einen daumen nach oben gegeben ehre patrick dankeschön ok so endlich hat nur drei stunden gedauert jetzt kann da mal herkommen ok dann können wir runter ich frage mich ob wir nach unten überhaupt sollen oder ob wir den bowser besiegen sollen achso ich achso meinte das scheiße ich bleibe mal lieber hier wer kriegt eigentlich den schlüssel wenn bowser sich selber besiegt das frage ich mich jetzt gerade echt wer kriegt eigentlich den schlüssel oh mein gott so eran luigi ey lass mich los was passiert hier eigentlich ey irgendwie passiert hier gar nix da kommen auch schwer oh gott als ob da auch ein tanuki rauskommt hallo was ist denn jetzt oh ich könnte schon wieder so heulen ne was ist das für ein nerviges level so ein mist i love toads und hamburger spot auch mal nochmal an dich hier ich gönne mir gerade Döner gönn dir ich gönne mir gerade mein letztes der hat kein key dann müssen wir da runter ne hä 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 was das denn willst du mich eigentlich abkassieren oder warum ist der schlüssel da unten achso weil bowser sich selber gekillt hat ne oh gott oh mein gott weil oh luigi geh weg geh weg geht alle weg wer hat denn jetzt tot der ehrenlose nein wir sind alle ehrenlos ne wir sind alle am ende alter oh ich erweitere gerade mein spielerlebtis Leute ich erweitere es gerade richtig hart kann ich den hauen kann ich den hauen oh lex lex jetzt geht hier gar nix mehr er ist richtig nice die kunde sehe ich auch so als ob ich den nicht damit hauen kann oh jetzt komm doch her Junge so jetzt haut ihr alle ab ne jetzt reicht es mir aber jetzt hat todette den jetzt hab ich den wieder geht doch mal alle oh mein gott oh Junge Luigi ist der nervigste von allen der steht da einfach nur ne ich könnte schon wieder so heulen ne wir erweitern alle unser spielerlebnis wir erweitern alle unser spielerlebnis wir erweitern alle unser spielerlebnis nintendo switch online so tschüss Junge geh doch da weg boah schöne Aktion ja Toad hast du richtig gut gemacht so jetzt haut mal alle ab hier Luigi du gehst jetzt da mal nein nicht mich wegschieben ok so Toad du gehst jetzt auch mal weg jetzt mach dir einen auf Ehre er hat den nein nein Luigi bekommt den nicht jeder nur Luigi nicht ne den gönne ich gar nix ist absolut ehrenlos oh nein pass alle auf nein 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 wir machen Timeout Timeout bin da nice echt cool ja das ist ein geiler Modus ne aber jetzt muss ich den Key haben es ist keiner da es ist keiner da es ist keiner da es ist keiner da es ist nein oh Luigi hat es ganz knapp wer hat denn den jetzt Toad nein der hat ihn wir hatten den nein ich hab den ich hatte ihn ich bin hier gar nix mehr Timeout Gang ja Timeout das ist einfach nur Mist obwohl ich den ganz gerne hätte ne oh wir erweitern alle unser Spielerlebnis was wo sind die jetzt alle hin das ist ein Toad ehrenlos genannt ja kann vorkommen Toadette sie schwebt einfach Ehre Ehre bin back vom Essen nice war schön die Lex hat dann Spielerlebnis ja so sehr gut gefällt mir gefällt mir war sehr schön ein normales Mario 3 Bowser Level oder Battle nein das war nicht normal das war Dreck Dreck war das schau uns zu nieder gleich gleich ich schau mir jetzt erstmal dasselbe von Yasin an Yasin weil das ich seh schon was das hier wird ey und sah nix gutes deswegen schauen wir uns das Level von Yasin an der ist neu hochgeladen aber noch nicht eigensinnert anscheinend deswegen gucken wir jetzt mal so bei bin jetzt erstmal raus alles klar ich gehe so Yasin und das jetzt so Hä hat das Level gelöscht ne ja schick das mal ganz kurz hier rein geht da nicht du hast es anscheinend gelöscht oder bin ich blind ne du hast es wohl gelöscht deswegen ist es hier nicht hallo du Sohn hallo xx2 moin grüß dich das Level habe ich löschen müssen ja siehste Matze du auch noch das ist ja klar kommt alles noch ganz gespannt haben Zeit alles gut so Yasin hau mal kurz rein hier deine ID ich möchte ja euch zeigen dass ich einfach der Beste bin alle anderen IDs bitte Leute in die Beschreibung ins Formular also nicht eure IDs in den Chat Yasin ist wieder eine Ausnahme jetzt so tt6 p 6 g wunderbar wie geht euch das Turnier aus das sehen wir gleich um 20.32 schalten sie ein zur Turnier Auflösung gleich geht es soweit los in gut ähm 10 11 13 Minuten ungefähr gehen wir nochmal ein Mauerkart und gucken uns den Turniersieger an und allgemein die Top 20 schauen wir uns in 13 Minuten ungefähr an wisst ihr bescheid bis dahin wird das Level von Yasin schaffen das wäre mein Lebensziel für heute das Yasin Level schaffen ja 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 oh Gott die Pflanze war die immer schon so hoch keine Ahnung wow ich bin gespannt welche Änderungen es gibt ich weiß es nicht der Wickler ist weg der Scheiß da oben ist immer noch da wird es mich verarschen eigentlich ist das jetzt immer ein bisschen fairer ja ja eine Kreissäge die Kreissäge ist weg Leute unser unsere Demonstration hat was gebracht Leute sind hier Stacheln und keine Kreissäge mehr Ehre und eine Pflanze das ist schon deutlich besser das ist schon deutlich besser gute Sache und jetzt müssen wir die Red Coins sammeln Leute jetzt kommen die Red Coins ins Spiel wunderbar so und nicht anders läuft das hier Bäm 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 Joa Nettes Level bisher Yassin also beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger würde ich sagen gut und ist es ein Steinblock oder was hat da irgendwas aber nur was was ist es sein Leute denke mal welche ranken ja ranken ranken die führen uns nach oben zu Wolken und hier ist das ist eine ja moin das ist eine Red Coin wo wir nicht hinkommen da müssen wir von der anderen Seite kommen alles klar alles klar da müssen wir von da oben ne ja ahja dumm gelaufen gehen wir mal an hier ist auch noch eine ne ja hier wird auch noch eine sein ganz vorsichtig wunderbar ganz vorsichtig mhm just halt einfach deinen Mund ich hab um echt zu sein dieses Ding nicht gesehen bin einfach durchgerannt ich hab dieses Ding nicht gesehen ich dachte mir so da kommst du einfach so durch ich dachte es passt moin Leute hallo an Shadow grüß dich auch an inforiat oder so hi willkommen oh man ich dachte ich kann das war's an dieser Stelle mal wieder komplett was machst du denn besser von Dantendo gar nicht mehr ich glaube nach über einem Jahr sollte das auch der letzte verstanden haben ich sollte verstanden haben dass er am besten meinen Mund halten soll Julia willkommen zurück oh manno ich spiele das sehr belastend sehr 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 bjos kauf dir bitte Skill und zwar bei ebay oh man spiele sehr belastend hier allers merk das das Level ist nicht schwer Die Stelle ist aber auch fies ne diese blöde Ranke hier dieses blöde Unge-Ziefer hier Unkraut Das kann man auch ganz schnell übersehen Finde ich Dass das Ding da ist Das kann man ganz schnell übersehen Und dann war es das komplett Okay So, jetzt haben wir den Key Ah, das ist wunderbar Fast hätte mich der Knochen trocken noch gekillt Aber nein Das passt Okay, jetzt nochmal hier Aufmachen, bitte Skillig, ja man Skill zu kaufen Skill zu verkaufen, ja immer, immer, immer Einfach ruhig bleiben, das sagt da auch Domi Ja, einfach Oh Einfach ruhig bleiben Und dann wird alles gut Zum Pilz Beehre, komm, geht beim Pilz Oh, wunderbar Ja, ist ja doch ein Herz, krass Hab ich gar nicht mit gerechnet Und wofür brauche ich jetzt den Schlüssel Oh Okay Ja, das lief ganz gut für mich Würde ich sagen Ganz entspannt Und Und Jasin, hier habe ich einen Kritikpunkt Oh Gott Oh Gott Oh Gott Jasin Der Kritikpunkt ist Krasser Und schlimmer Als gedacht Ich könnte nämlich gerade sagen Wenn man nicht alle roten Coins hat Dann Kommt man hier nicht wieder raus Aber es ist noch schlimmer Man kann sich nicht mal umbringen Die einzige Option ist Auf Neustart zu klicken Dann startet ich mal vom Checkpoint Das ist ein bisschen doof gelaufen Hier hätten wir eine Ranke Oder einfach nur einen Stachel Zum umbringen Weil der Checkpoint war da ja erst Das wäre ja jetzt nicht so schlimm gewesen Aber auf jeden Fall Ein Stachel zum umbringen Wäre das Nötigste gewesen Sagen wir mal so Okay Wow 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 Was geht hier ab Alter Was ist los Da kommt eine Blume Ich taste leider viel zu wenig Ja Oh Mann Gibt es eigentlich nur einen Checkpoint Da haben wir auch ganz gut alle gewesen Eigentlich Für mich Finde ich Oh Mann Oh Ja Skill Skill Ist vorhanden Man sieht es Nur ein Warum nicht zwei Du gönnst ja gar nichts Du gönnst ja gar nichts Gerade nach dieser Redcoin Passage Wären zweiter Checkpoint Schon nicht so schlecht gewesen Ernsthaft Muss los Okay Jetzt machen wir Speedrun Leute Speedrun Ah sehr belastend Sehr 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 belastend Aber geil passt schon Die schaffen wir ganz easy Ah Okay Alles wird gut Oh 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 Sehr knapp heute auf jeden Fall Sehr 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 knapp Okay wir haben den Key Sehr sehr gut Wir haben den Key Leute Jetzt gönnen wir uns gleich den Pilz Und dann Passt das alles wieder Gut jetzt müssen wir ganz kurz hier warten Passt Haha Speedrun Ja man merkt es Bin ein Fähnchen mit Futter Was hast du denn schönes gegessen Mr. Third Was hast du dir gegönnt Okay Bubble wo bleibst du? Pius braucht dich Aktuell nicht Oder habe ich wieder irgendeine scheiße gelabert? Aktuell passt das doch Hoffe ich zumindest Dass ich Mein Bubble Abo Gerade nicht brauche Wäre zumindest sehr gut Gut Die Passage hier war ja ziemlich einfach Du gehst einfach nur ganz nach links Dann auf die zweite Plattform Und dann ist eigentlich alles schön Entspannt So Hier Hätte ich jetzt einen zweiten Checkpoint platziert Und zwar Also Noch nicht hier Sondern erstmal die Tür Ja wunderbar Und hier hätte ich jetzt einen zweiten Checkpoint platziert Bei der Bosskampf ist es nicht ganz so leicht Gut am besten immer mit Abstand springen Also jetzt schon mal Ja Was? Ich habe die Blume verpasst Mami Was jetzt? Oh Gott Uiuiuiui 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 Ah das Level ist eigentlich ganz gut gemacht Ihr habt es sehen Also Außerhalb der einen Sache Mit der Schlüsseltür Was ich allgemein gemacht hätte Ich glaube du hast ja Bei dieser Area Mit den ganzen Red Coins Das hier da habe ich eine Röhre gesetzt Kann das sein dort hätte ich lieber die Schlüsseltür platziert, weil ich finde, wenn man einen Redcoin-Raum macht und dort sofort die Schlüsseltür ist dann weiß jeder, ah ja, ich brauche die Redcoins wer das nicht weiß, der geht vielleicht da hoch einfach, geht durch die Röhre und denkt sich so, ja geil, hier geht es weiter und merkt dann am Ende oh scheiße, ich brauche irgendwo eine Schlüssel und merkt wahrscheinlich nicht mal wo die jetzt war wo der Schlüssel war also, wenn man eine Redcoin-Passage macht, würde ich die Schlüsseltür immer sofort sichtbar platzieren, dass jeder weiß, okay ich brauche jetzt die Redcoins, sonst komme ich nicht weiter, das sind so meine Tipps, die ich jetzt hier so spontan spontan mir so gedacht habe, oh, hier ist das Ziel skilling hätte ich auch machen können, jo das würde ich zumindest immer so machen ja, grundsätzlich nettes Level mit Ausbesserungsbedarf oder fürs nächste Mal irgendwie sowas neun Minuten ist der Rekord muss los muss los neun Minuten als Rekord wer springt der springt so, ja Weisheiten von dir am Start hier auf jeden Fall Buse ich habe doch gesagt, dass ich mir einen Döner gegönnt habe ui so, Leute ja, sie sind unsere tollen Level tschau da moin moin wie geht's was geht bin gesperrt weil du irgendeinen Mist geschrieben hast oder so weil sonst was ist das nächste Level let's storm das sage ich immer Bescheid ne ihr müsst nicht fragen wann kommt ein Level oder wann kommt irgendwas alles ist gut und Matze du bist nicht gesperrt sieht man doch wann spielst du 2 und 2 das sehen wir noch das sehen wir noch Mario Kart 8 moin Pio hallo Mirko Play was geht moin moin so, Leute Abschlussrate 30% das ist ja geil das ist ja krass ja, sieh so Leute wir gehen jetzt zu Mario Kart 8 Deluxe und schauen uns kurz die Turnierergebnisse an obwohl wir müssen eigentlich noch ganz kurz warten weil der letzte kann jetzt noch spielen wir müssen noch mal ganz kurz warten bis 33 und bis dahin esse ich mal eine Banane ganz kurz mmm mmm Banane Banane hallo Banane moin moin angenehme Banane ich mag Banane sehr gerne fickwerfte HD moin moin hi eine Banane du Mörder ja Pius sing ähm atemlos durch die Nacht bis ein neuer ja tot erwacht naja mal jetzt Karo Kappa atem not tot die Nacht bis ein neuer noch erwacht könntest du mir dafür eine Level-ID geben für was achso jetzt brauche ich aktuellen Super Mario World Level mit schwacher Gravitation da man springt und fliegt etwas länger als sonst ja da springt man ja ja genau Levy Ideen sind immer ein bisschen schwierig Asin meine Ideen für ein Level kommen meistens beim Bauen ja also so krasse Ideen die ich hier sagen könnte damit du jetzt wie keine Ahnung der nächste ähm Star in Mau Makeup das kann ich dir jetzt aus dem Hut nicht zaubern dieses kann ich ich hab keine Liste mit krassen Ideen die kommen einem meistens immer spontan was man so baut und so ich mach meistens ich denk mir so aus also ich lege immer fest vor dem Bauen welchen Style wir zu verwenden und welches Theme das ist alles was ich mache und dann geht's meistens erstmal los und bau für mich hin als ob ich ein Mau Maker Star werde ja wer weiß nicht wer weiß es schon das geht alles ganz schnell Läuven Moin Moin willkommen im Stream grüß dich wie kann man wie kann man nachher bei Smashfit machen da mach ich einen Raum auf und da kann jeder mitjoinen oder mitspielen ihr müsst nicht auf meiner Freundes zu sein danke für den Ohrwurm bitteschön 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 Moin Maker 2 bitte hat mir gerade so jetzt geht's kurz zum Turnier und schauen uns die Ergebnisse an ja Pius isst keine Tiere nee ich esse gerade eine Banane was hat man tun Leute ich sag euch das kommt alles noch dran ihr müsst nicht fragen wann ich entscheide das ganz spontan ganz spontan das ganze kein Stress Leute haben noch Zeit bis 0 Uhr alles gut der Abend ist noch früh alles nach und nach wir kommen jetzt erstmal zum Turnier und schauen uns jetzt die Ergebnisse an wer hat gewonnen der Sieger ist WC Alex mit 166 Punkten Natsu ist auf Platz 2 mit 146 Punkten Tim Kario CS ist mit 133 Punkten auf Platz 3 auf dem 4. ist Galaxy auf dem 5. Dishan auf dem 6. Basco TT ich bin auf dem 7. ja man auf dem 8. ist Mr. To TT TT im Namen ist immer Ehre 9. ist Joy oder Joy das war das selbe ne so auf dem 10. ist NDS TT Ehre auf dem 11. ah ja auf dem 11. ist Gamer Toad auf dem 12. Hybi Felix auf dem 13. ist Sarah 14 Sven 15 Veo 16 Chaos Joke 17 Geduschen Beste 18 Kio Hekin TV auf dem 19. ist einfach mal ein Franzose man kennt's eh auf dem 18. ist ein Japaner auf dem als ob hier zwei Japaner mitgemacht haben und ein Franzose ok Junge und auf dem 19. auch noch Matthias mit 3 Punkten Matthias für diese Leistung kriegst du einen Applaus von mir Matthias du kriegst von mir einen Applaus für diese Leistung unfassbar 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 das war so skillig ne unfassbar also diesen Skill kann ich nicht in Worte fassen bin so stolz auf dich Matthias das hast du so gut gemacht so und der Sieger ist jetzt WC WC Alex Alex habt ihr auf Discord geschrieben nice so auch der Alex kriegt jetzt seine Discord Rolle auch er ist der zweite Mario Kart Sieger Leute ein bisschen Applaus im Chat hier er hat jetzt auch die Discord Rolle Link zum Discord Server Leute ist in der Beschreibung du bist jetzt auch ein Mario Kart Sieger Applaus an dich an dich an dieser Stelle so einfach auf den Discord verschreiben ja wunderbar wunderbar so Glückwunsch so danke jo gut Leute was was wollen wir jetzt machen Leute schreibt es in den Chat wir haben jetzt Zeit jetzt bin ich offen für eure Wünsche was wollen wir jetzt machen schreibt also von denen was heute so geplant ist wir tun smash oder sonst was schreibt es mir jetzt in den Chat was wollt ihr machen Pio streamst du die Nintendo Direct am 12.9 ähm na klar na klar smash das betont 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 smash betont betont oh alter smash 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 betont 2 betont auf Ehre betont 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 ich kann lieber reden jetzt betont 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 oh Gott squibble sowas können wir auch noch machen dieses mit der raub ist das glaube ich dieses ding da naja offen für einiges sims uno ok ihr wollt wir tun ihr werdet es bekommen wir spritzen jetzt zum abschluss also nicht zum abschluss des streams sondern zum abschluss für Splatoon Astra man kennt es ist wir tun ist wir tun ist wir tun ist wir tun heute ist wir tun Leute heute ist wir tun gut Splatoon 2 und Smash machen wir später auch noch so jetzt könnt ihr aufhören zu schreiben alles wird gut genug geschrieben Leute alles gut und Smash und bisschen Mario Maker kommt heute auch noch dran Fortnite Smash kommt später Mario Maker kommt heute auch noch dran also bleiben sie dran und genießen sie alles so ab geht's müssen wir tun das letzte Mal Splatoon 2 mit dem Update 5.0 wir haben heute sehr viel Spaß hier wir tun aber die Beantwortung währenddessen Fragen aus dem Chat natürlich natürlich bitte maximal drei Emojis pro Nachricht genau so Matze auch für dich jetzt jetzt ist Schluss jetzt beruhigen wir uns alle wieder 5.0 okay ja es kam ein Update man kann jetzt jedes Splatfest Map privat spielen im Privatkampf und genau das werden wir jetzt machen ähm ich bräuchte jetzt einen ich nehme mal Gamertode Gamertode hast du es Splatoon stinkst du nö ganz ruhig bleiben genau Gamertode hast du es Splatoon vielleicht bräuchte ich jetzt einen ähm am besten einen Admin ich glaube Gamertode hat das nicht ich hab ok aber Matze genau bitte Spam nicht ähm ja wie machen wir das denn jetzt Nico du bist doch da ne Nico aber du willst glaube ich auch nicht ähm wer ähm macht einen auf Ehre weil ich hab wieder zu wenig Platz für ähm die ganzen Freundschaftsanfragen also es wollen jetzt wieder bestimmt wieder viele mitspielen und die haben ihn hier auf der Freundesliste deswegen bräuchte ich eine Person die jetzt für mich oder mit ihrem Account Anfragen annimmt von euch also auf deutsch gesagt ihr sendet dem anderen eure Anfrage damit ihr rein joinen könnt in die Lobby und nicht ich äh also ihr sendet die jemand anders und nicht mir aber er joint dann meiner Lobby und dann könnt ihr alle mit rein joinen weil ich hab nicht so viel Platz weil es auch so gut wie voll ja eben ähm ich hab Platz für alle okay Dishan gut dann du bist ja auch auf Discord oder ja ne schreib mir mal ganz kurz an auf Discord ich weiß Bescheid du bist bei mir offline was warum bin ich offline warum was ist da passiert warum warum hey Junge okay gut haben wir auch gelöst Dishan Dishan genau okay ja ähm schreib mir mal auf Discord bitte an ja moin und irgendeine Mod ja passt schon passt schon genau sendet Dishan bitte eine Anfrage weil ich hab nicht so viel Platz meine Liste ist leider wieder voll man kann nur 300 Freunde haben und leider ist das mal wieder sehr schnell voll wie immer eigentlich und deswegen sendet bitte Dishan eine Anfrage wenn ihr hier mitspielen wollt dann könnt ihr rein joinen so Dishan du schreibst mir jetzt auf Discord ah ja moin so warum er mich anschreiben soll ist der einfache Grund und er kriegt natürlich als erstes den Raumcode damit ihr alle die Chance habt rein zu joinen ist ja ganz klar über Dishan wisst ihr Bescheid okay tisch an du hast deine Falschaltanfrage blockiert ich ja meine ist voll deswegen sendet Dishan als ob ich dich nicht hab ich dich nicht geedit aber das hat sich sehr belastend das ist natürlich wieder sehr doof ich hab ihn selber nicht geedit man kennt's man kennt's so ihr gebt jetzt alle diese ID ein wenn ihr mitspielen wollt so 5 6 7 1 6 1 9 2 0 7 2 2 ich hab ihn doch schon das hat ein Freundsanfragen blockiert er muss das mal öffentlich machen mein Lieber er aktiviert die mal Dishan ne ok so ähm wenn auch YouTube kriege ich Hamburger Swat ähm die kriegen diese YouTuber Rolle kriegen nur ähm Kollegen von mir die ich ganz gut kenne so gut Dishan hast du das jetzt mal aktiviert oder das musst du nämlich äh warte mal warte mal ganz kurz ist an ok hier musst du es an machen da so wunderbar so sendet bitte alle eine Anfrage und dann geht's los ja halt auch wunderbar Dishan eine Anfrage senden falls ihr mich nicht auf der Liste habt und dann könnt ihr alle gleich mitspielen wisst ihr Bescheid so sei gegrüßt hallo rei x2 moin moin ok so gut dann schreibt mal ganz kurz in den Chat wenn Dishan euch angenommen habt angenommen hat dann können wir gleich anfangen ich heiße Spatun bleib aber trotzdem es blieben wegen dir dankeschön Mr.Tower das freut mich guten Abend so Spatun wird auch ganz lustig heute denke ich schließlich wird es voraussichtlich erstmal der letzte sein und wir schauen uns die Splatfest Maps an das wird sehr sehr schön Leute ready ok habt ihr auf der Liste auch gut auch gut findet ihr das komische Nintendo Online System nicht gut hat mich angenommen wunderbar gut Leute ich würde sagen ehrenlos ready wunderbar Dishan hast du gut gemacht gerne würde ich sagen gehen wir jetzt mal rein bin drin wunderbar so Verbindung zum Internet wird hergestellt wunderbar gut dann jetzt ein Privatkampf und jetzt ein Raum erstellen mit Code und den Code den seht ihr jetzt noch nicht weil ich möchte ja natürlich dass Dishan zuerst rein joint ist ja ganz klar damit alle eine Chance haben in den Raum zu kommen muss Dishan zuerst rein macht Sinn ne so damit da keiner gucken tut als ich den Code angebe ihr seht den gleich Leute ihr bekommt gleich den Code kein Stress so Dishan ich schicke dir auf Discord den Code ne weiß Bescheid ok hast du den Code bekommen gönn dir gut ok dann warten wir ganz kurz bis er drin ist und dann seht ihr wieder was dann seht ihr gleich was schönes bitte vor 20.30 Uhr Maumaker 2 ich liebe Mario mal gucken wie kann man nach einem Raum suchen du gehst auf Privatkampf und dann auf ja und dann auf die offenen die offenen Räume ja ich hoffe wie hättest du den Raum mal gucken Nico mal gucken ah wann kommt das 1 bis 1 von Ready und mir das kommt um 23 Uhr gut die schon als drin ok so wunderbar jetzt gibt es den Raum Code für euch alle Raum Code ist jetzt im Chat der Raum Code heißt 5551 dreimal die 5 und die 1 wisst ihr Bescheid kommt jetzt alle rein und gönnt euch so wir machen Revierkampf Splatfest und jetzt die Maps noch auswählen wir wollen die Splatfest Maps spielen deswegen deaktiviere ich gerade alle ok jetzt passt das denke ich ne ja wunderbar so jetzt noch eine Farbe wählen wo mache ich das ah ja wir nehmen mal was schönes welche Farbe wollen wir nehmen Leute hm ich finde die Farbe ganz schick nehmen wir die mal so passt gut Raum ist voll wunderbar so wir fangen oben an wir fangen unten an Nico so das passt danach sind die anderen zwei dran jeder muss mal zugucken wisst ihr Bescheid das Splatfest 2 ist zu larm ach jaziden muss auch mal ein bisschen sein ich bin drin auf Ehre super boah ich habe gerade nicht auf den Chat geachtet und ich dachte du sagst den habe ich auch gesagt habe auch gesagt ich habe ihn gesagt ehrenlos kannst du mich beim nächsten Spiel annehmen IDs bitte heute an Dishan senden der nimmt eure Anfragen an Hammogas Wot du musst nicht dauernd dasselbe schreiben live zuschauen ich glaube das war mal das war beim Artikel 13 das war auch 180 oder so dürfen alle rein jo alle die auf der Liste sind okay einer ist rausgegangen also Nico warum bist du rausgegangen du musst eine Runde zugucken ist das zu viel für dich okay erstmal Licht anmachen Lull in 10 Minuten wieder da Lull okay ich muss zu einem sehr passenden Zeitpunkt weg also ich dachte schon einmal zugucken wieder jetzt raus so transparente gefühle oh rippohren warum ja noch reingekommen läuft bei dir okay ahja das ist diese unsichtbar map ahja so wir schauen uns heute einiges betun maps an leute ich freue mich länger kein zertun mehr gespielt und das wird doch erstmal das letzte mal bleiben mit euch denke ich mal also heute mal wieder ein bisschen spritzen hier mit euch so unsichtbare tinte haben überall hier am start das ist diese unsichtbare Wege hier zum Beispiel müssen wir anspritzen dann sieht man den Weg oh Gott oh muss los muss los oh nein nein ich muss weg die gegner kommen da ist einer wo da hast mich gewinnert okay unser team gerade ein bisschen zerstört nicht gut aber sowas von wie geht es eigentlich euch also dem shit mir geht es gut was war deine erste Nintendo konsole ähm Nintendo DS ja für andere war es der N64 oder der Gameboy für mich war es der Nintendo DS ja so einer bin ich welche war es bei euch Leute schreibt es gerne im chat würde mich interessieren welche konsole war eure erste Nintendo konsole ich denke mal für viele war es auch der DS oder vielleicht auch für drei DS je nachdem wie alt ihr so seid die Runde läuft jetzt nicht so optimal oh man DS okay bei mir lag bei mir nicht bei mir nicht Gamertout ich habe immer alles im Blick wie die Verbindung so ist sowohl YouTube als auch OBS sagen alles ist wunderbar dann glaube ich das auch DS 3DS entweder DS oder Wii okay es sind nur 3DS siehst du da gibt es noch ein paar Gamecube ja Gamecube hätte ich gerne live erlebt damals aber da war noch ein bisschen zu jung als der rauskommt war ich gerade mal ein halbes Jahr oder ein Jahr ungefähr alt je nachdem wann der in Europa rauskam weiß ich gerade selber nicht irgendwann zwei auf jeden Fall ja die Gamecube Zeit hätte ich gerne erlebt mit Sunshine auch Katal das war schon eine coole Zeit aber aber trotzdem dem Spiel immer noch ganz geil Jahrhundert ja ui jemand tut keine Tinte mehr na super wir gehen mal nach vorne Leute gehen mal nach vorne aber ja die Runde lief leider nicht so toll bei mir wie alle so jung keiner mehr da der NES erlebt hat 2DS ok wer ist Pius wisst ihr das vielleicht du ich bin aktuell 18 ja am 7.7. bin ich 18 geworden ja man Switch als ob ok als ob die Switch deine erste Konsole war Hamburger Squad wohnst du eigentlich wirklich in Hamburg wohne ich auch by the way Pius du musst den Turnier Code entfernen ah kann ich mal machen von müssen ist hier keine Rede aber ja ich kann den mal entfernen so warte mal ich kopiere mal ganz kurz die Ebene ah ich werde mal eben den Raumcode hinschreiben und zwar genau so so jetzt steht da Raumcode für Spittoon ähm nehmen wir mal eine andere Farbe und zwar nehmen wir mal nehmen wir mal die weiße Farbe wo ist denn hier weiß das ist ja das ist ja eher so creme ne ist das das weise das hier also k aus ordnung war das ok ne 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 passt so jetzt müssen zugucken natsu und Felix wisst du bescheid und ich nehme jetzt mal hier mal eine Nsep ganz entspannt ich heiße mit nachnamen bürger und alle meinen freunden nennen mich da hamburger kannst du bitte neuen Raum aufmachen weil der sofort voll ist ähm zweite Runde ist es ja erst also vier Runden mache ich in einer Lobby und dann gibt es eine neue Lobby weiß Bescheid bei Mario gegen Ketchup ok habe ich gerade gar nicht gefunden ne bitte nimm nicht die Farbe vom letzten Zertfest davon habe ich ein bisschen Farbanfälle bekommen ok ok was da passiert ach man was los Felix achso wegen zugucken ne tja wer ich gehabt so erstmal ein bisschen Apfeldaft hier Drehtür Dilemma kenne ich die mit überhaupt ich habe einiges Splatfestes damals gar nicht mehr gespielt also ein paar habe ich ausgelassen deswegen kenne ich gar nicht die der Map ja oh ich bin weiß wenn er war oder halt eher so grau ne weiß ist es ja nicht wirklich aber nice ne ich glaube die Map kenne ich gar nicht Siebel willkommen back das war gerade Denglisch willkommen zurück moin moin oder kenne ich die weiß gar nicht cool ja man sehr cool sehr sehr geil fährt mir alle vier Stunden die Lobby alle vier Stunden wahrscheinlich alle vier Runden die Lobbydecks sind cool ist es nicht stressig nö es passt passt alles wunderbar es geht wir sind ja gerade meiner zweiten alle vier Runden sind dann ja alle alle zwölf Minuten das passt schon es war es oh Gott Sniper oh das ist ein bisschen zu viele Gegner für meinen Geschmack ein wenig zu viele das geht doch nicht das geht doch nicht Denglisch die neue Sprache jetzt exklusiv bei Bubble exklusiv Sprachen das wärs noch ey das wärs noch oh Gott wo ist der Typ ha Aggie hau rein war schön mit dir aber du musstest ja sterben und ich auch ich hätte gerne einen Gamecube ich hab einen wie ihr vielleicht wisst wenn ihr meine Roomtour kennt die ich vor ein paar Monaten gemacht habe solltet ihr auf dem Kanal finden können meine Roomtour wo ich mein ganzes Zimmer gezeigt habe da könnt ihr sehen was ich alles so habe und wie mein Schreibtisch aussieht wo ich gerade so sitze könnt ihr euch ja gerne nach dem Stream angucken oder halt zu viel drin je nachdem wie ihr Lust zu lauen habt aber bleiben sie alle hier so wir haben schon zu gewinnen oh Gott oh oh Mann kommt eigentlich da hoch Alter dieses Zuschauersystem ist absoluter Müll ja ist ein bisschen nervig ich würde mir auch wünschen wenn man es auch ausstellen könnte warum kann man nicht einstellen dass man nur mit 8 Spielern spielen will warum muss man mit 10 in eine Lobby das verstehe ich nicht warum kann man das nicht ausstellen ist ein bisschen unnötig eigentlich aber naja hallo Dishon grüß dich oh Gott ich gehe ab hier muss absolut los ok ja eventuell gewinnen wir die Runde ich weiß es nicht mal gucken mal gucken muss noch nicht pennen ja ist auch noch ein bisschen früh ne um 21 Uhr ist es ein bisschen früh wann schaust du smash schönes wir tun einfach nicht mehr so nice weiß ich noch nicht Yassi ne also um 23 Uhr kommt das mit ready wir haben jetzt gleich 21 Uhr also mal gucken ne schau Discord ja muss nicht spammen alles gut so Alex hat mir ein bisschen was geschrieben hier ok er hat mir ein Beweisbild geschickt wunderbar Tomi hat ein tolles Bild geschickt vom Toad Lull Junge darf ich jetzt Discord gucken achso wegen dem Ding da ne achso ja ok ja ja wegen der Mario Cards Rolle jetzt ist sie da wo sie hin ist wo sie hin soll so ok gut haben wir auch geklärt so äh welche Farbe nehmen wir denn jetzt wo ist denn die Ketchup Farbe jetzt mal ganz ehrlich wo ist Mario vs. Ketchup das ist irgendwie schick nehmen wir das mal nehmen wir das mal so teams einteilen jetzt müssen zugucken Markus und Knickel weiß Bescheid wunderbar so Junge guck auf Discord im Art Chat da hab ich eine Zeichnung von einem Toad rausgehauen ok können wir mal gucken jetzt hier euch ein Pixe Toad Moine Toads schicke Sache sehr nice so Waffenwechsel nehmen wir mal ähm nehmen wir mal die Waffe ja passt so 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 Abend, hallo Niko Moin moin Dann ist Smash Matches dauern aber länger an Ja, die dauern Mach doch einfach einen Merch-Shop Indem du Toe Plüschtiere verkaufst Ja, das ist leichter gesagt als getan Also So leicht lassen sich Plüschtiere nicht herstellen Mein Lieber Punkt 1 sind die Rechte Die Rechte sind bei Nintendo, ne, weiß Bescheid Also man kann nicht einfach machen, was man will Die Rechte an Toe sind bei Nintendo Das ist Punkt 1 Punkt 2 ist Ähm, ja Das ist ein dummer Toe Plüschtiere Das hört sich leichter an, als das ist Im Englischen heißt die Mac The Secret of Splat Und im Deutschen Auf und Ab Krass 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 Die Farbe von meinem Team ist nicht so schön Die blaue ist schöner Die blaue Farbe ist deutlich schöner Die hätte ich ganz gerne, aber Das ist kein Wunschkonzert Als ob überall Gegner sind An jeder Ecke An jeder Ecke So, was ist mit Daniel? Verstehe ich es nicht so ganz Wo ist denn da ein Daniel? Ich sehe kein Daniel im Chat Was geht eigentlich ab hier? Ja, natürlich Von allen Ecken Kommen hier Leute Das ist absolut los Komm her Pius, wolltest du mir nicht mal Ein Profil in besserer Qualität geben? Ja Schreibt mir auf Discord Schreibt mir gerne auf Discord Weißt du Bescheid? Ich bin Daniel Achso Okay Ja gut, macht Sinn Obst du es gelesen? Okay Ja, wir müssen mal ein bisschen nach vorne Leute So wird das nichts Wir müssen uns nach vorne kämpfen Und die Gegner Areas einnehmen Nur so können wir siegen Und am besten die Gegner killen Oh Gott, die Waffe ist kacke Ich mag die nicht Ich mag die Waffe nicht Absolut nicht Finde ich voll nervig Die Waffe ist mal so gar nicht geil Aber absolut nicht Hilfe 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 Das ist diese anderen Reichweite Waffen Das ist diese Mit dem Ausweichen Mag ich nicht Oh, uff Gut Die Runde lief jetzt Nicht so gut Leider, leider, leider Lief die Runde Nicht so gut Das war ja sehr belastend, Leute Das ist eine Lieblingswaffe Ich mag den Schwapper sehr gerne Der gute alte Schwapper Die Runde ging auf den Nacken von Blauähre Ja Ketchup gegen Mario Please Ja, wo ist denn das? Ich find's halt nicht So, ganz von vorne Haha Bin der Profi So Letzte Runde In dieser Lobby In dieser Lobby Dann gibt's eine neue Okay Wunderbar Und die Waffel Nee Nee Die nicht Wir nehmen jetzt mal Den Schwapper hier Ganz entspannt So Weiter mal die Banane essen Weiß immer nur ein bisschen ab Hallo Banane Wie geht's? Oh Wunderschön Wir haben übrigens gerade Halbzeit erreicht Ne Drei Stunden sind rum Halbzeit Halbzeit Gib mir das mal tun Dann kann ich moderieren Nö 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 Einmesser toll Ich geb dir das Bild später Hab deine Discord Nachricht gesehen Bitte schreib mir später nochmal Wenn das nie zu Ende ist Könnt ihr mich ganz schnell vergessen Ich seh grad mal Ready auf dem Discord Server Das Profil Das Thumbnail Das Thumbnail ist aber mega geil Oh mein Gott Geiles Thumbnail Ey, was ist los? Halbzeit Genau, Leon Halbzeit ist erreicht Und mir geht's gut Noch nicht ausgehungert Noch nicht gestorben Alles wunderbar Ich ernähre mich heute von einer Bananen Und einem Keks Und Apfelsaft Ganz wichtig Apfelsaft ist ganz wichtig Man kennt's Wow Sniper, Alter Wo ist die Sniper? Oh, ich find die Farben richtig geil, ne? Das Blutrote Und die Mario Richtig geile Farben Beschweren Kann man sich da Normalerweise Eher weniger So, Bombenattacke Ich mach euch alle fertig Und zerstör euch Von einem Keks Was ist damit? Was willst du mir damit sagen, Siebe? Wow Spielst du mit? Ne, du hast das Spiel ja gar nicht, ne? Oh, Natsu, du Oberzicke Willkommen von Apfelsaft Immer Flitzel Kacke Flitzelkacke Okay Hast du jetzt wegen dem Keks? Ah ja, verstehe Ich verstehe Nein Nein, der Keks Wird heute noch gegessen Der Keks Wird Heute Noch Alter, was geht's hier ab, ey? Richtig Action hier Der Keks Wird heute noch gegessen Steffi Hi, du Oberzickel Hi, auch an dich, du Oberzickel Moin, moin Wie geht's? Wie steht's? Oh, geil gekehlt den Eggi Und Da hat mich der Markus Zerstört Ah ja, wieder was gelernt, Mr. Toad Wieder was gelernt Den Begriff kannte ich Belastend Ihr werdet durchgereicht Ja, wir werden gerade zerstört Mal wieder Mal wieder Mann, die Oberzicke Wow Was geht'n, ey? Was geht'n ab hier? Junge, alles rot hier Wie bei einem Mord und Totschlag Ja, aber sowas von Wie bei einem Mord und Totschlag Alles rot Ohne Ende Was absolut los Aber sowas von Ah, sehr belastend Sehr, 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 sehr belastend Oh Gott Ja, das war's noch wieder Komplett Sehr doof Leute, die Banane ist jetzt weg Schade, ne? Die Banane ist jetzt weg Die musste los Ich seh dir nur eine Bananenschale Grüß dich, Bananenschale Wie geht's? So Leute, neue Lobby Neues Glück Ihr habt jetzt wieder Glück In die Lobby zu kommen Oder nicht Wir machen eine neue Lobby Mh, mh Wird Banane Genau Neue Lobby Neue Lobby Neues Glück Ich würde euch bitten Alle, die eben mitgespielt haben Nicht sofort wieder zu joinen Damit die anderen, die heute noch nicht gespielt haben Auch noch eine Chance haben Mitzuspielen So So, Dishan Bist du am Start? Dishan Wegen der neuen Lobby und so Schreib mal ganz kurz was im Chat Ob du Ja, wunderbar Gut, ich schreib dir auf Discord wieder den Code Ich weiß Bescheid So Ihr seht den Code auch gleich Aber ich will erstmal, dass Dishan reinjoinnt Damit ihr auch alle reinjoinen könnt Wisst ihr Bescheid So Neuer Code Neues Glück Okay So, Dishan, guck auf Discord Da ist der Code Und dann könnt ihr alle wieder mitspielen Warum bekommt ihr früher den Code? Ähm, weil Dishan Für viele, ähm Die Anfragen angenommen hat Damit Halt viele Die nicht auf meiner Liste sind Aber auch seiner jetzt Auch dieselben Die selben Chancen haben Rein zu joinen Wie alle anderen auf meiner Liste Deswegen ist er zuerst drin Damit viele Die auf seiner Liste sind Hier reinjoinen können Wisst ihr Bescheid So Dishan ist drin Wunderbar Der Raumcode Macht euch bereit, Leute Der Raumcode Ich hab ihn jetzt in Chat So Und sag ich auch gleich Seid ihr ready? Winter Lobby Wunderbar So Ich seh jetzt Der Stream ist da auch Wo ich jetzt bin Wunderbar Raumcode Für die neue Lobby Ist jetzt 69 69 Wisst ihr Bescheid 69 69 Ist der Neue Raumcode Gönnt euch So Und wir Stellen hier schon mal Alles ein Okay So Ne Das passt Obwohl welche Das hatten glaube ich schon Welche Maps Hatten wir schon, Leute Obwohl Ne Wir hatten ja vier Runden eben Also passt das jetzt Okay So Jetzt noch die Farbe Nehmen wir mal So ein hellgrün Ist auch ganz nett Passt So Team einteilen Fangen wir da unten an Mit dem Zuschauen Und dann Arbeiten wir uns Nach oben Hoch So Belasto Bist du nicht drin? Doch bist du Wunderbar Nehmen wir wieder den Shopper hier Bei mir stehen Raum voll Jo Kann passieren War da jetzt auch Der Voll Äh Ich kann wieder nicht reden War jetzt der Raum Auf voll ist Vielleicht hast du ja Glück Zwischendurch noch reinzukommen Ab und zu Gehen ja zwischendurch Noch welche Leute Rein und raus Ne Ab und zu gehen Leute Rein und raus Und dann hast du vielleicht noch Glück Rein zu kommen War schnell Aber war In einer Sekunde Voll Ja Hi Pius Bin nochmal wieder da Moin Diamant HD Grüß dich Moin Moin Wie geht's Wie steht's Geht's dir gut So Wie ich sehe Haben wir 88 Likes Leute Machen wir die 100 voll Auf jeden Fall Denk ich mal Also Wenn euch das mir Bisschen gefallen hat Könnt ihr gerne Einen Daumen nach oben Da lassen Wenn ihr neu Auf dem Kanal seid Und ihr mehr Auf Wenn ihr mehr Lust Auf Maumaker 2 Und sonst was habt Könnt ihr den Kanal Auch gerne abonnieren Und die Glocke aktivieren Um benachrichtig zu werden So Ich weiß jetzt zwar nicht Welche Map das jetzt gerade ist Oh Gott Keine Ahnung Was das für eine Map ist Aber passt schon Guck dir zu Nice Entweder ist mein PC Wieder mal schwanger Oder dein Ingame Sound Ist asynchron Ähm Ist Nico der Einzige Wo der Ingame Sound Asynchron ist Schreibt es in meinem Chat Also Bei mir auf der Capture Card Ist der Synchron Und Ne Da OBS Eigentlich genau das aufnimmt Was ich hier Spiele Sollte es eigentlich Nicht asynchron sein Also Schreibt es dann ganz kurz In den Chat Ist alles Synchron Passt Mit dem Sound Alles Ist alles wunderbar Nach 3 Stunden Null Ist alles wunderbar Aber ich nehme mal an Ne Wenn das nach 3 Stunden Keiner gemerkt hat Dann sollte es alles passen Ne Nehmen wir jetzt mal an Oh Gott Da ist ein Irgendwo einer Markus War das Hau rein Als ob Als ob Passt alles Jo Ich glaube sein PC ist schwanger Passt Ja ok wunderbar Hätte mich auch stark gewundert Ne Stark gewundert Hätte mich das Das ist bei mir alles synchron Wunderbar Hätte mich auch sehr stark gewundert Wenn es an mir liegt Bin der Opfer Ja Naja Kann passieren Hat mich sehr stark gewundert Wenn es an meinem PC liegt Weil Oh Probleme halten sich bei mir Eigentlich relativ In maßen würde ich mal sagen Also ich bin mit meinem PC Schon sehr zufrieden Fast Also wenn ich von anderen YouTubern so höre Was sie so für Probleme haben Gerade Domtendo Dann kann ich mich sehr glücklich schätzen Mit meinem Bei mir halten sich die Probleme Sehr in maßen Sehr gering Von 365 Tagen Vielleicht vier Tage Wo mal irgendwas ist Wo man ein Programm abstürzt Oder Sich ein Windows Update denkt Keine Lust mehr zu haben Auf mich In der Regel Klappt alles Ich bin ein guter Sniper Ja Ich nicht Ich kann nicht Snipern Absolut nicht Ich weiß nicht Ob die die Runde gewinnen Keine Ahnung Mal gucken Mal gucken Würdest du es gut finden Wenn ein neues Bandro Kanzo Für Switch kommt Warum nicht Warum nicht Ich dachte kurz Du bist wieder bei 10k Nee YouTube rundet neuestens Die Abonnentenzahl YouTube rundet die Abonnentenzahl YouTube rundet die Aufrufe YouTube rundet die Likes YouTube rundet einfach alles Sie runden einfach alles Weil sie runden anscheinend Sehr gerne mögen Keine Ahnung Mögen die anscheinend Sehr sehr gerne So als nächstes Darf wieder der Nico zugucken Läuft bei ihm auf jeden Fall So und wir nehmen Nehmen wir die Waffe hier Ganz entspannt Ganz entspannt Und YouTube Deutschland Moin Wie geht's Grüß dich Moin 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 Ja Hab in dem Moment Nicht dran gedacht Weil das ja Doch etwas Neues ist Ja Die Runde einfach alles Inzwischen Nils Warum Nils Hä Ist Nils da Ich seh jetzt zumindest nicht Runden war deren Lieblingsthema In Mathe Ja Merkt das schon Kriegst du alles zurück Ah ja Morddrohung hier am Start Alter Wie wirkt das schon Alter Geh'n ab hier eigentlich Geh'n ab hier Geh'n ab hier Geh'n ab hier Pius ist auch in Smash Dass nur Freunde mitspielen können Nein In Smash kann ich Öffentliche Runden aufmachen Was ich auch machen werde Da kann jeder mitspielen Ihr müsst in Smash Nicht auf meinen Na Freundesnüste sein Das ist bei Smash Eine sehr gute Sache Dass ich da Lobbys erstellen kann Einfach mit einem Raumcode Und dann kann jeder Reinjoin Ihr müsst nicht Auf meiner Liste sein Das ist sehr sehr gut Sehr sehr gut Okay Zonen einfärben Ah ja Ich weiß ja nicht Was das bringen soll Die Zonen einzufärben Also ne Ist klar Einfärben ist das Ziel Aber Ob es die Zonen gibt Ich weiß nicht so ganz Was das bringen soll So wirklich Hab auch das Smash Wird auch kommen heute Smash Werden wir heute spielen Leute Hab ich auch schon Ewigkeit Nicht mehr so gespielt Okay Bei Rippets Bei Rippets Im Im Rippets Wie in 4 war es glaube ich Da habe ich es gespielt Aber Auch nicht so lange Und Allgemein Spiel ich Smash Smash So gut wie nie Ja ist ein bisschen Belastend Ich weiß Ist ein wenig Belastend Ich weiß Ich weiß Ich weiß Das könnte ich so Auch von mir behaupten Eigentlich Außer Einmal bei Rippets Kurz Eine Stunde War das glaube ich Oder so Aber ein Smash Skill Ist auch Sehr Niedrig Da geht Nicht so viel Oh Gott Oh Scheiß Robobombe Geh nach Hause Gehen wir mal hier hoch Ich weiß gar nicht wo der Spawn ist Wollte ich gerade sagen Können wir gleich Smash gehen Wird es geben Bela Und zwar Ja ein paar Minuten Also Dauert noch ein bisschen Aber Nehmen wir so lang Du Pius Hast du mitbekommen Dass Tobi Malkart weggeworfen hat Ne Hat er ein Video Oder so gemacht Habe ich nicht mitbekommen Ne Hätte auch So Ne Spenden können Jemand anders Oder so Mau Party Island Tour Was meinst du Mit Mau Party Island Tour Ich denke mal Zu Banjo Bin ich vielleicht Wieder aktiver Jo Banjo ist doch Schon ganz geil Ich würde mal sagen Die Runde Gewinne Leute Wow Scheiß Robobombe Die Runde Ich will mein Level Live sehen Matze Bitte Entspann dich Komm runter Das war's Komplett Ja man Ja man So Nico möchte Vindom Farben Können wir gerne mal machen 51 verschiedene Farben Gibt es Ah ja So Jetzt sind dran Aggie und Markus Mit dem zugucken Wunderbar Wunderbar Surfschiene ins Herz Sehr sehr schön Alle Party Games Ab Supermauer Ab SMP 19 Geil Auf jeden Fall Auf jeden Fall Das ist die End YouTube Qualität Wie viele Mit Wir brauchst Das sind 12 Stunden Wie machst Da lege ich Mich überhaupt Nicht fest Und 12 Stunden Ziemlich krass Eigentlich Da muss Ja morgens Um 10 Anfangen Bis 20 Uhr Oder sowas Ich weiß Nicht So was Nicht So Touer Also 6 Stunden Ist Auch Finde Ich Genug Weil Da muss Ja Nicht 50.000 Spiele Ineinander Spielen Find ich Ja Weiß nicht Ist nicht Ganz so Mein Geschmack Eigentlich So Schiene Ins Pius Ah ja So Pius Hat es noch Sinn Ein Level Einzutzen Aktuell Nicht Ich könnte Auch mal Ausstellen Gerade Weil Aktuell Müsst ihr Keine Level Einzutzen Weil Wir Aktuell Weiß Wer Tun Sind Alles Kommt Mal Dran Jedes Spiel Vorm Thumbnail Muss Natürlich Drankommen Ist Ja Ganz Klar Und Wir Sind Auch Sehr Gut Dabei Alles Zu Erreichen Was Ich Heute Erreichen Wollte Also Mein Innerlicher Plan Oder Mein Innerer So Ist Ihr Innerer Plan Geht Bisher Sehr Gut Auf Passt Alles Bisher Wunderbar Ich So in der Woche auf der Gamescom zu sein und einige von euch zu treffen, andere YouTuber zu treffen. Das wird sehr, sehr lustig nicht machen. Mein dritter Gamescom Besuch wird das in meinem Leben. Der dritte, natürlich wieder zur Merchhalle und wieder irgendwas schönes kaufen. Vielleicht einen zweiten Big Toadloon. Mal gucken, was ich da so finden werde. Auf der Gamescom kann man ja einiges kaufen. Gibt's da eine ganze Halle mit Merchandise, Nintendo-Sachen von jeder Firma, gibt's da was. Eine ganze Halle voll. Das ist richtig epic dort. Alleine schon fürs Kaufen war dahin. Es ist doch so zählt, dass ich nicht da bin. Ja, war ich letztes Jahr auch. Letztes Jahr war ich nicht da, da war ich schon ziemlich traurig eigentlich. Ja, da siehst du auf Twitter so die ganzen Begegnungen mit Leuten. Ja, ich hab gerade den und den getroffen. Ich sag mir so, ja, schön für dich. Ich sitz gerade zu Hause in meinem Zimmer und weine. So ungefähr. So war das letztes Jahr ungefähr. Ja, war nicht so schön. Aber diesmal bin ich am Samstag da. Nächste Woche Samstag komme ich aus Hamburg mit meinem ICE angefahren. Wisst ihr, Schatz? Oh Gott, es ist neidbar. Wenn ich eine Melinda finde, dann kaufe ich sie und brenne die ab. Extra für Nico. Wir haten Melinda, Leute. Animal Crossing liebe ich, aber Melinda... wird ganz vergessen. Ja, Animal Crossing nur Horizons. Ich freu mich mega drauf. 20. März, Leute. Wird sehr, sehr nice. Also scheiß Sniper, ey. Blöde Oberzicke. Skill! Noch gekillt. Sehr nice. Sehr nice. Du kannst ja einen Mr. Toad kaufen. Ich wäre dabei. Ja. Genauso geht's mir gerade. Ja, belastet, ne? Mein ICE. Du hast ein ICE? Jo. Ich hab mir einen eigenen ICE gekauft. Die Deutsche Bahn wollte den loswerden, weil der bricht schon fast zusammen, musst du wissen, Alina. Deswegen hab ich mir einen eigenen ICE gekauft. Weißt du Bescheid? Galaxy Boy muss los. Hau rein und irgendwer moin an dich. Grüß dich. Jan Filt auch moin an dich hier wieder. Genau, ich weile mich immer in den Schlaf, dass ich nicht bei der Gamescom bin. Ja, man kennt's. Man kennt's, man kennt's. So, einer kann noch rein, Leute. Also, wer will mitspielen? Einer kann rein. Code ist 69, 69. Heute in einer Woche bin ich auch richtig krass unterwegs, aber nicht zur Gamescom. Wo denn dann? Okay, hau rein. Willi, moin moin. Warum hat YouTube hier eigentlich meinen Namen de-abonniert? Das freut mich auch. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Re-Suppen. Dankeschön. So, Willi ist am Start. Wunderbar. So, ähm... Ich möchte jetzt mal eine bestimmte Map spielen und zwar... ... ... ... Möchte ich jetzt mal... ... 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 Und dazu nehmen wir natürlich die letzte Farbe. Chaos vs. Ordnung. Los geht's. So. Und mit einem schönen Schwabba machen wir die Runde. Dein Freundescode hast du den noch gar nicht? Gerade nimm mir jetzt gerade ganz kurz keinen an, weil die Lobby ja eh gerade voll ist, wie du siehst. Will aber die Heubur hier haben. Oh. Pech gehabt, Nico. Boah, ich bin so kacke. In dem Spiel. Tja. Musst du üben, üben, üben. Wie geht's? Mir geht's gut. Und dir geht's ja auch wunderbar an diesem schönen Samstag um 21.30 Uhr. Gehacken. Ja, Nico, gehacken. Damit kennt er sich ja eh ganz gut aus. Kappa. Mit Hacken kennt der sich ja aus. Wie man's kennt. So. Mir geht's gut. Wunderbar. So. Ewige Freundschaft, Leute. Ewige Freundschaft. Was soll das denn jetzt heißen? Weißt du schon ganz genau. So, wir sind Gold. Wir sind Premium. Ja, Mann. Wir sind Premium. Sehr nice. Premium. Und da kann man jetzt die Bomben explodieren lassen. Wunderschöne. Oh Gott. Oh, muss los. Ähm. Ich kann diese Scheißkugel mal aufhören. Nico ist schlecht, ja, Mann. Kannst du mir zumindest geben. Ähm. Ich hab den jetzt gerade selber nicht. Ich weiß, man kommt nicht auswendig. Kann ich dir nicht sagen. Wo ist der? Aber das war der Nico, ey. Der alte Nico, ey. Gamer Toad muss los. Ja, Mann. So, Leute. Ab und vor los. Das ist hier die feine Runde für heute, Leute. In Spetun. Die feine Runde. Eine Stunde Spetun haben wir auch gemacht. Und die Zeit ist jetzt rumgleich nach der Runde. Deswegen auch die feine Map hier zum Abschluss. Und, Leute, wollt ihr danach ein bisschen Smash haben? Alle, die Smash wollen, schreibt es euch mal in den Chat, Leute. Ob ihr Smash haben wollt. So, Bomben gehen zu den Gegnern. Wunderbar. Und da kommt auch gleich die Heulbuie. Ich will die haben. Ich gönne mir die Heulbuie. Da kommt jemand, der mir nicht gönnen tut. Kunizo gönnt mir nicht. Haha, pech gehabt. So, gleich kommt sie. Wunderbar. Aha, Willi. Hau rein. Hallo, Perla. Nein, da ist Nico. Der Ehrenlose. Er wollte mir klauen. Aber nix da, Nico. Nix da. Die gehört mir. Nico, der Ehrenlose. Und die Runde gewinnen wir hoffentlich auch. Wo sind die Gegner? Alle gestorben, oder was? Ah, tot. So, elf Sekunden, Leute. Komm. Wir wollen das hier gewinnen. Jetzt haben wir das ganz geil. Und haben wir das gewonnen. So, wie sieht es jetzt aus? Ich spiele Fortnite auf jeden Fall. Smash. Wir protestieren gegen Smash. Wieso Smash? Wollt man doch eh ein bisschen spielen, oder nicht? Kein Smash. Ich hab Smash. Sims. Nein, Sims jetzt nicht. Da hab ich jetzt gar nichts vorbereitet. Vorbereitet. Was zu tun? Ich dachte, wir wollen es. Hey? Aber einfach heute alles Smash. Es wird keiner mehr Smash. Keiner will Smash. Ein Sims kommt heute nicht. Ganz random. Ich stehe jetzt kein Sims hier. Smash sind nur zwei Leute. Ich will Smash. Halten Sieg. Oh Gott. Na gut. Halten Sieg können wir noch ein bisschen machen. Komm. Gerade, was heute jedes letzte Mal's betun ist. Wir können noch ein bisschen Halten Sieg machen. Ein bisschen Halten Sieg ist noch drin. Würde ich sagen. Da hat er mich jetzt überzeugt. Aber Smash kommt aber auch noch dran. Auf jeden Fall. Bei uns Smash sind drin. Nein, ohne ist langweilig. Da schlafe ich ja selber schon ein. Da schlafe ich ja selber schon ein. Aber ein bisschen Halten Sieg ist noch drin. Waren wir noch Zeit, Leute. Und läuft diesmal alles Jo-Raketen. Kackte. Geht alles wunderbar. So, Halten Sieg, Leute. Jo. Und zwar. Das bei Halten Sieg sieht so aus. Ähm. Team Alpha sind die Sucher. Und Team Bravo sind die, die sich verstecken. Und die hier müssen zugucken. Hoffentlich geht das. Okay. So. So sieht's aus. Konnte fast vier Stunden dabei sein. Wünsche dir noch eine gute Nacht. Hau rein, Thorna Dino. Schön, dass du da warst. Wie lange noch? Alles gut. Kein Stress. So. Drei gucken zu. Äh, nee, nee. Ja. Drei gucken zu. Drei suchen. Und vier verstecken sich. Wir rennen los. Also wir, die Sucher, rennen los bei zwei Minuten dreißig. Und wir nehmen nur die, ähm, den Junior-Klexer. Und wir dürfen keine Special-Attacken einsetzen, auch keine Bomben. Die Verstecker, die dürfen keine Specials ansetzen, aber sich mit Bomben verteidigen, aber keinen killen mit der Hauptwaffe. Ernsthaft? Was nun? Was nun? Ach Gott. Ähm. Thorna Dino, NDS und Willi. Könntet ihr eventuell kurz rausgehen? Nichts gegen euch. Aber es geht so nicht. So kann ich nicht arbeiten. So kann ich nicht arbeiten. Sehr belastend. Kann man ja rausgehen, ja, ne, oder? Ich glaube nicht, ne. Warte mal. Ich wollte euch bitten, dass ihr einmal kurz, also ihr drei, einmal kurz rausgehen. Ah, nee, so passt das ja. Hä? Ah, einer ist raus, danke. Wer war das jetzt? Thorna Dino, glaube ich, ne? Ehre. So, ähm. Junior-Klexer. Nehmen wir den mal. Passt. Bitte spiel mein Level, während ich live bin. Ja, Matze. Ich spiele jetzt gerade kein Maumeka. Das musst du doch verstanden haben, oder nicht? So, und je mehr du fragen tust, kommt es nicht dran. Ich habe eine Instagram-Nachricht bekommen. Ah, ja. Ja, folgt mir auch gerne auf Instagram, Leute. Link zu Instagram ist in der Beschreibung. Ich weiß nicht, ob es ins Websext-Maps. Ja, habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht. Aber normale Web-Maps sind auch mal ganz nett. Dürfen die Sucher Tittenfüsche Ninja? Ja, wir nutzen natürlich nicht. Natürlich nicht. Wechselst du Mannschaft nach der Runde wieder? Jo, jo, jo. So, Markus. Komm in die Gänge, genau. Komm in die Gänge. Färbe möglichst viel ein, oder auch nicht. Halt den Sieg. Wir warten jetzt bis 2 Minuten 30, Leute. Wisst ihr Bescheid? Warten und... Und Spaß haben. Hallo, na. Hallo, na. Und wir müssen natürlich die Leute killen mit der Hauptwaffe. Und die anderen Verstecker, die dürfen mit ihrer Waffe nur schießen, um zu flüchten, aber dürfen uns damit nicht killen. Nur mit den Bomben dürfen die sich verteidigen und auch keine Specials ansetzen. Wisst ihr Bescheid? So, 5 Sekunden noch. Dann geht's los. Und zwar jetzt. Okay, ab geht's. Müssen wir uns dann natürlich aufteilen, ganz klar. Marius, grüß dich. Aufteilen. Wir müssen alle 4 finden, bevor die Zeit abgelaufen ist. Wo sind die? Hier aber einer. Da ist einer. Da ist einer. Ey, wir sind hier zu dritt, als ob wir keiner sind. 2 getroffen. 2 getroffen. 3 sind tot. Okay, einer noch. Einer mit dem Juniorplexer, Leute. Einer. War da gerade irgendwas? Der ist irgendwo hier locker. Irgendwo hat er sich versteckt. fragt sich nun, wo. Ich weiß es nicht. Hm. Kann ich mitspielen? Jo. Du musst einmal den Dishan adden. Bist du noch da, Dishan? Ich weiß es gerade gar nicht. Bei meiner Freude ist der Seiler voll. Und über ihn könnt ihr joinen. Wo ist denn der? Wo ist der bitte? Das Problem ist, der kann jetzt mal in den Stream gucken. Und kann sehen, wo ich bin. Wenn du Ehre hast. Okay. Cool. Wir haben es geschafft, Leute. Das sind einfach die Profis. Unfassbarer Skill, Leute. Erste Halt- und Siegrunde geht gewonnen. Wunderbar. Bin da. Wunderbar. Hau mal bitte deinen Freundescode einfach rein, Dishan. Damit der Marius dich adden kann. Und hier mitspielen kann. Wir haben gewonnen. Wir waren einfach gut, Leute. Einfach Profis. Einfach Profis. Marumaker 2 kommt natürlich auch noch dran heute. Ja, Marumaker kommt heute noch. Spätestens um 23 Uhr mit Ready. Wo wir denn das 1, wo wir das 1 machen. Wunderbar. So, wunderbar. Wunderbar. Läuft doch gut, würde ich sagen. Erste Runde gewonnen. So, und hier anders. So, jetzt aus der Netsmaps ist sicher viel cooler. Jo, 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 jo. Ähm. Aber ich will mal eine aus. Die ist ganz entspannt. So, Teams einteilen. Jo, aber eine andere Farbe bitte. Habe ich nicht so Lust drauf. Nehmen wir das. Ist ganz entspannt. Ähm, so. Ähm, wir brauchen gar keine volle Lobby, Leute. Weil eh nicht jeder mitspielen kann. So, ähm, jetzt zwitscheln wir alles mal ganz kurz hier weg. Gut, ich bin wieder Team Alpha. Okay. So, die haben jetzt beide zugesehen. Die sind jetzt mal... Sind jetzt mal bei mir. So, ähm, der guckt jetzt mal zu. Egi ist jetzt mal bravo. Bravo. So, Mirko Play. Ähm, hier würde ich einmal kurz bitten, rauszugehen. Oder halt Nico, einer von euch beiden. Ja, mach mal kurz einen auf Ehre. Weil wir können halt so nicht spielen. Alpha sind die Leute, die suchen. Ich bin immer bei den Suchern. Weil ich halt nicht will, dass jemand mein Versteck im Stream gucken tut. Das macht Sinn, ne? Und bravo sind die Leute, die sich verstecken. Und ab 2 Minuten 30 gehen die Sucher los und suchen die Verstecker. Wir dürfen nur die normale Jündo-Klexer benutzen. Keine Specials für beide Seiten und nur die Bomben als Verteidigung für die Verstecker. Wieso kein 4 vs. 4? Weil 4 vs. 4 ist blöd. Die, die, die Sucher müssen schon in der Unterzahl sein. Ich weiß, dass ich drei Zuschauer habe. Deswegen, ähm, Nico, gehst du mal kurz raus. Mach mal einen auf Ehre hier. Mach mal einen auf Ehre hier. Mit welcher Waffe nochmal verstecken? Oh, das ist eigentlich egal. Das ist egal. Passt. Nico. Achso, ich kann den nicht machen, ne? Ehre los. Ja, hauen wir ab jetzt hier, Nico. Ah, der ist weg. Wunderbar. So, wunderbar, Leute. Jetzt können wir die nächste Heiden-Siegrunde machen. Die nächste Heiden-Siegrunde. Ihr wisst Bescheid hier. Ganz entspannt. Danke für nichts, bitteschön. Bitteschön, Nico, hab dich gern. Ich hab dich gern. Ich hab dich gern, Nico. Ich hab dich gern. Ja, Mann. Ich hab dich so gern. Oh, ja, oh, ja. So, ähm, können wir mal anfangen hier? Markus, komm mal in die Gänge. Was ist denn los bei dir? Komm mal in die Gänge. Was ist denn los bei dir, Markus? Was ist denn bei dir los? Wie gesagt, Pius, ich räche mich. Ja, ja. Liebe für Nico, Paulana, Uffes, wait. Alles klappt, Paul. Hate für Nico. Er wird zerstört. Guck, bitte, Discord-Medien-Shared, bitte. Hab ein Bild von dir gemalt. Werde ich noch gucken. Aber jetzt erstmal die, halt, na gut, die haben wir gerade Zeit, ne? So, bis zwei Minuten dreißig müssen wir warten, Leute. Wird's Bescheid. Oh, ein kleiner Toadie. Was hat denn der für ein, hat er ein Armband? Irgendwas hat er am Arm, äh, am Arm, nicht am Hals. Okay, okay. Süß. So, wir können euch los. Ich bin am Anfang unter deiner Aufforderung rausgegangen, dass ihr weitermachen könnt. Und dann kommen die alle rein, ey. Ja. Ehren dich auf jeden Fall, Felix. So, ab geht's. Jetzt dürfen wir auf einer Splatfest-Map die anderen finden. Das kann ja heiter werden. Hab ich noch nie gemacht, ey. Alles Neulein für mich hier. Und wir müssen uns natürlich aufteilen. Geh mal hier lang. Ganz genau gucken. NDS, wie gesagt, aufteilen, ne? Weißt du, geschafft, oder? Die werden wahrscheinlich eh bei ihrem Spawn sein. Ganz safe. Irgendwo dann in der Nähe. Natürlich nicht am Spawn-Camp, das ist unfair. Man muss euch natürlich finden können. Ist natürlich ganz klar. Hat dir jemanden gekillt? Oh mein Gott. Kollege. Er hat sich aber selber gekillt. Ihre. Geht das natürlich auch als tot, ist ja ganz klar, ne? Wenn du euch selber killt, ist das natürlich auch als tot. Wo ist der hin? Da war doch gerade einer, oder nicht? Ich meine, da war einer. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Na ja. Passt schon. Was geht hier ab? Hallo? Ich war mir bisher gekillt. Da hinten ist einer. Ha! Abgepasst, den Leon und gekillt. Wunderbar. So sieht Teamarbeit aus. Oh, du blödes Ding, ne? Wie komme ich denn da hoch? Zu mir. Ist da einer? Nee, hier sieht die Lage eigentlich ganz gut aus. Wo ist denn der? Einer fehlt ja mindestens noch. Aber ich komme da halt... Ah, ich weiß, ob ich da hochkomme. Ja, das wird nichts mehr. Oh, Pius hat mich erwischt, ja. Skill. Ich hoffe für dich, dass ich gleich in die Lobby komme. Ja, wie auch für dich. Sonst gibt es da auch was. Ah, so Stress. So Stress. Wunderbar, wunderbar. Das läuft alles hier am Schnürchen heute. Du, 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 du. Man, ich hatte das... Hatte den Fast. Okay, fehlt denn noch einer? Oder wie viel fehlt noch? Weiß ich gerade gar nicht. So, Nico ist nicht dabei. Ehre. So. Ähm, jetzt nehmen wir mal eine andere Map. Und zwar nehmen wir jetzt... Nehmen wir mal die hier. Passt. Passt, passt, passt. So, jetzt... Ähm... Die schon mal bei mir. Der guckt mal zu. Der guckt zu. Die spielen mal miteinander. Ja. Obwohl, der war, glaube ich, eben gerade, ne? Ja, ich mache es irgendwie so ein bisschen random, Leute. So, drei, ähm, drei, super. Und jetzt würde ich einfach bitte bitten, den Markus, du warst jetzt schon länger hier im Raum, dass du einmal rausgehst, weil sonst können wir wieder nicht spielen, ihr weißt, du wirst Bescheid, ne? Okay, dann passt das jetzt. Einmal bitte an dich, Markus. Eine Runde bitte rausgehen. Dankeschön. So, YouTube, Dishan, NDS, Willi, Leon, Marius, Natsu. Okay, würde schon passen irgendwie, ne? Mehr Zeit zum Verstecken, genau. Was? Mach Turm, das dauert länger. Ja, das passt eigentlich schon so. So, einmal an dich, Markus. Bitte einmal rausgehen, bitte. Okay, damit wir ein 3 zu 4 haben. Bist du eigentlich Fußballfan oder wenn, ja? Ne, ich bin gar kein Fußballfan. Mal so absolut gar nicht. Mal so absolut gar nicht, ich weiß nicht. Ah. Nicht so meins. Ich hab das Bild schon gesehen. Hamburger Squad. Wie geht man raus? Ähm, B. 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 Uftun 2, genau, Ehren-Alpha. B musst du drucken. Oder einmal kurz ins Home-Menü. Das geht auch. Bist du Markus? Letzt zum? Ehre. So, jetzt können wir anfangen, Leute. German Toad ist ein schlechter Mod. Verbrennt sich. Verbrennt ich. Was verbrennt ich? Ah ja. Ey, wieso nicht nur der SHSV. Tja. Äh. So, neue Runde. Neues Glück hier für mich. Bist du ehrenlos, auf jeden Fall. Hi, wieder da. Moin Tobi, was geht? War's schön mit deinem Mario-Cut? Ich hab da was gehört von Hammerbro. Ah ja, warten. Warten bis 2.30. Dishan, wo gehst du hin, Alter? Geht denn da hin, ey? Tobi wurde von Discord verjagt. Tja, Ehrenlose haben da halt nichts zu suchen, ne? Ehrenlose haben da nichts zu suchen. Und Matze ist dem Discord-Server gejoint. Ehre. Willkommen auf dem Discord-Server, mein Lieber. So, wir können jetzt los. Fertig. Ja, Leute. Fertig. Yeah. Und natürlich aufteilen, damit wir die 4 finden. Ist ja ganz klar. Wir müssen uns aufteilen, Leute. Und immer den Überblick behalten, wo sich was bewegen könnte. Ist immer sehr gut von oben zu gucken. Ob wir irgendwo was abgeht. Und da haben wir auf den Ersten der Willi. Hau rein, Kollege. Du bist weg vom Fenster. War schön mit dir. Ah, sonst sehe ich aber keinen. Aber da hinten, Leute. Hä? 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 Wo ist der hin? Ah, Kollege? Kollege? Kann er wieder aufhören? Hör auf. Oh, nö. Da, verarscht mich komplett, der Typ. Verarscht mich komplett. Das kann nicht wahr sein, Alter. Wo ist der hin? Ey, das kann auch so... Ich muss so los. Das kann nicht wahr sein. Das gibt's nicht. Doch, bei Roller. Jetzt hab ich dich. Jetzt reicht's mir mit dir. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Bruder. Was ist das denn? Das wollte ich gar nicht. Das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott. Wer war das? Wer war das? Meldet dich im Chat. Wer war das? Wie krass du aus, Alter. Ah, am Ende will ich auch noch mal verstecken. Wer war das jetzt? Dreh am durch, Alter. Hat Spaß gemacht. Du warst das, Mann, so. Ehrenlos. 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 So, wir machen jetzt mal einen Raumreset. Wie der Nico gerade gesagt hat. Da hat er recht. Ein Raumreset. Ich würde mir wünschen, dass erstmal nur ähm Wie viel brauchen wir? Fünf Leute. Ich würde mir wünschen, wenn erstmal nur fünf Leute reinkommen würden. Das würde einiges erstmal erleichtern. Da muss auch keiner wieder rausgehen. Also ich würde mir wünschen, wenn erstmal nur fünf Leute reinkommen würden. Wäre ganz gut. Code ist 1334 Bist du Bescheid? 1, 2, 3, 4 Ein toller Raumcode, ne? Ein toller Raumcode. 1, 2, 3, 4. Wunderbar. War echt spaßig. Jo. Ich esse jetzt meinen Keks, Leute. Bananen ist längst weg. Jetzt kommt der Keks. Oh, 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 oh. Wunderbar. Aggie ist am Start. Jetzt haben wir schon genug, Leute. Leon, du warst ja eben schon dabei. Eigentlich waren alle schon dabei. Ich würde mir jetzt wünschen, wenn 1, 3, 5 Wir brauchen überhaupt. Drei brauchen wir und ne. Ne, ich bin dumm. Vier und drei. Das sind sieben. Drei, sechs, sieben. Zwei Leute wären gut, wenn zwei Leute rausgehen würden. Dann können wir gleich anfangen. Zwei Leute, die sich opfern würden. Wär gut. Vielleicht Dirstand, du warst schon oft dabei. Und Joa, der Markus war auch schon viel dabei, würde ich mal sagen. Felix war noch nicht so viel dabei. Und der Nico auch so, ja, weiß nicht. Einer noch wär ganz gut. Dann können wir nämlich passend spielen. Auf dem Discord geht's ab. Okay. Joa, ein paar Leute schreiben da so ein bisschen, ne. Ein paar. Da muss man sich natürlich auch an seine Regeln halten. Genau. So. Okay, ähm, einer noch. Kann sich bitte einer noch opfern? Geh du doch aus der Lobby. Auf jeden Fall. Dann klappt das ja wunderbar, ne. Ja, ja. Dann läuft das wie am Schnürchen. Ja, ja. Kann ich zuschauen? Ah ja, stimmt. Gut, ja. Dazu wird zuschauen. Okay. Gut, dann machen wir das mal hier. Warte mal, ich will noch eine Map eben aus. Machen wir das mal auf der Final Map. So, ähm, jo. Das passt. Hast du wieder zugucken? Okay. So, ähm, ich bin wieder auf Team Alpha. Alpha sind die Leute, die zugucken. Wisst ihr Bescheid? Und ich nehme jetzt mal den Nico, mein Team. Und den Felix. Hallo Felix, grüß dich. Bravo, bravo. Und die braue Leute sind die, die sich verstecken. Wir müssen bis 2 Minuten 30 warten, dann geht's los. Erich darf endlich mal mitmachen. Ja, Nico, du darfst mitmachen. Kann ich zuschauen? Habe ich ja schon, habe ich schon gesagt. Naja, Matze ist zu jung für die AGB oder so. So, okay. Ja, mit 9 ist das schon wahr. Ja. Ich mach den Code gleich mal weg. Ja, den brauchen wir jetzt eh nicht. Hau rein, Code. War schön mit dir. Darauf erstmal ein Schluck Apfelsaft. Wird auch was ich da verstecken. In der Tinte und so, ne? In der Tinte und so. Weißt du Bescheid? Muss ins Bett. Tschüss. Nicht mal Level spielen, bloß wenn ich da bin. Okay. Da bin, danke. Okay. Hau rein, Matze. Gute Nacht. Schlaf gut. So. Let's erhalten Siegrunde, Leute. Ewige Freundschaft. Wie heißt es eigentlich die ganzen, ähm, wo man mal was exotisches spielen, Leute? Wie heißt diese ganzen, ähm, Browser Games, dieses, ähm, dieser Schlangenhunde oder diese Bälle da, wo man immer diese, mit der Schlange diese Bälle da, ähm, essen muss um größer zu werden. Wie heißt diese Games? Hättet ihr da auch mal los, dann kann jeder mitspielen. Vom Handy, vom PC, von sonst wo. Hab ich noch nie im Stream gespielt. Würde... Was machst du? Das freut mich gerade auch. Oh mein Gott, Alter. So, äh, los geht's jetzt. Komm. Jetzt geht's los. Bin einfach durchgerannt, Alter. Es tut mir leid. Ich war gerade so im Reden. Hab einfach nichts gemerkt. Okay. Gut. Hab ja keinen gekillt. Hab ja keinen gekillt. Ah, das ist gut. Was machen jetzt meine Teammates? Ja, könnt jetzt los, oder? Ihr könnt jetzt los. Das war jetzt gerade ein Versehen von mir an dieser Stelle. Wo könnten die sein? Okay, der erste ist weg. War da noch einer? Weiß nicht. Da ist einer. Aggie ist weg. Hau rein, Kollege. War schön mit dir. War schön mit dir. Slitter. Slitter.io heißen. Ja, okay. Was ist das mit der Schlange? Mit diesen Bällen da? Okay. Ja, ich guck mal, ne? Hättet ihr darauf Lust? Für ein bisschen? Und hallo an Lukas Kühn. Willkommen hier im Stream. Grüß dich. Willkommen, willkommen. Wie geht's? Wie steht's? Ich glaube, einer fehlt noch, ne? Kann das sein? Hab da gar nicht so einen Überblick. Das Ding eher nicht benutzen, Nico. Du Ehreloser. Und du sollst spielen, du Keck. Mann, wo ist denn der Letzte? Ja, moin. Okay, haben wir jetzt alle? Haben wir alle? Weiß es nicht. Haben wir alle? Ich will es vielleicht bitte smash. Ja, smash ist auch noch dran. Ich glaube, wir haben alle. Ja, Ehre. Cool. Trotz Anfangsmolüme von mir haben wir es geschafft, Leute. Ich würde sagen, die meisten Runden haben wir sogar gewonnen, ne? Ich glaube, die meisten Runden habe ich sogar gewonnen. Und Leute, das war's mit Splatoon an dieser Stelle erst mal. Viele Splatoon-Streams gab es und, ja, ich würde sagen, meine ganze Livestream-Zeit. Mr. Toad. Ihre. Yeah. Mr. Toad, danke fürs VIP-Werden, Leute. Gebt dem Kammer ein paar Herzen, den Toad hier. Dankeschön. Ihre. Das kann man wieder mega-wandom, Alter. Immer diese Randoms die VIP-Werden. So, Rands-Wandom. Dankeschön, Mr. Toad. Ihre an dich. Ja, und das war's mit Splatoon, Leute. Wir hatten einige Streams. Mit Splatoon hat meine ganze Livestream-Geschichte angefangen. Vorher habe ich gar nicht gespielt. Mit Splatoon 2 ging das Ganze erst los. Und, ja. Und jetzt ist erst mal Schluss mit Splatoon. Vielleicht schauen wir doch noch mal ein paar Monaten rein. Aber erst mal ist Splatoon erst mal durch, würde ich sagen. Gerade mit Maumelka und Baldi Luigi und Zelda und sonst was haben wir erst mal genug mit Splatoon gehabt. War sehr schön. Und Splatoon werde ich für immer in guter Erinnerung behalten. Auch wenn Splatoon 1 grundsätzlich ein bisschen spaßiger war als der zweite Teil. Aber auch der zweite Teil war sehr schön. Und das war's mit zu tun. Aber jetzt geht's weiter mit anderen Games, Leute. Der Stream geht noch zwei Stunden. Noch zwei Stunden, Leute. Und danke schön an Mr. Toad fürs VIP-Werden. Welche Stufe bist du geworden? King Toad. Ehre. Danke schön. Danke schön an dich. Du hast die Ehre. Ja, Mann. Ja, Mann. So. Ehre auf jeden Fall. So, und für alle, die hier Smash wollten, wir haben lang genug gewartet. Wir werden ein paar Runden Smash spielen. Maumelka kommt heute noch dran. Und dann mal gucken. Ein paar Runden Smash sind mal wieder drin, Leute. Und vielleicht hat dieses andere Mobile Game da, oder dieses PC Game da, Slitter, IO oder wie auch immer das hieß. Wir haben noch Zeit. Zwei schöne Stunden haben wir noch Zeit, Leute. Jetzt ein bisschen Smash, wo jeder mitspielen kann, wie das Spiel hat. Jetzt habe ich mir den Namen Toad erst richtig verdient. Ja, Mann. Ehre auf jeden Fall. Mit King Toad am Start. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja, Mann. Und in Slitter, IO sieht man auch nicht, wer, wer ist. Ich finde eher Scripple. Ja, das ist es. Das ist es. Ja, das wollte ich spielen. Ich kam nicht auf den Namen Game & Toad. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, okay. Ich glaube, das ist das hier, ne? Ne, das ist Zeichnen. Zeichnen? Könnt ihr mal auch mal machen, ne? Mal gucken. Wir haben noch Zeit, Leute. Wir haben noch Zeit. So, ein bisschen Smash. Hallo und tschüss. Hallo, Farbenwirbel. Ein bisschen Smash. Ein bisschen Smash. Kanferin. Okay. So, hier kann er sich da mitspielen. Alle willkommen. Zittert für jeden. Nur Freunde. Für jeden. 1 plus 1. Versuche 3. Mit Zugangscode. So. Äh. Toad. Toad. Keiner Name, ich weiß. Spielst du gleich ernsthaft? Cringiges Mobile Game? Das ist kein Mobile Game. Das ist ein PC Game. Bist du ein Website Game? Das kannst du überall spielen. So, Raumcode ist... Das heutige Datum. 17. 0. Oder auch nur 17. Der Raumcode ist 17, Leute. Bist du bescheid? Ich weiß gar nicht, was er alle braucht. Deswegen... Einfach mal beides einblenden. Raumcode 17. Arena Name, Toad. So. Ab geht's. Ich hab aber gar keinen PC. Und naja, das Video ist auf dem Handy. Ist bescheiden, okay? Du musst die ID zeigen. Achso. Uff. Bin ein bisschen überfordert. Achso, okay. Ah ja. Ähm. Einmal kurz ändern hier. Raum-ID. 72 WNR. So. Okay, kommt alle rein, Leute. Da haben wir ein bisschen Spaß. Und Passwort 17. Der erste ist drin, wie ich höre. So. Passt jetzt. Der erste ist drin. Kannst du mir deinen Switch-Freundescode über Discord schicken? Bin ja jetzt King Toad. Du kannst mir deinen Freundescode über Discord schicken. Ich nehm dich dann an. Demnächst. Kommt rein und hab's ans. Genau. Ah, volle Lobby schon. Oh, Nico ist auch am Start. Okay, Ehre. So, ich geh mal ins Battle. Aber, mein Gott, kurz hier was umstellen. Ich nehm mal Random Maps. Könnt ihr gerne auch auswählen. Es gehen nur vier. Jo. Ich werde ab und zu einige kicken. Und dann haben andere die Chance, reinzukommen. So, ich mag den Metternight ganz gerne. Deswegen nehm ich den noch. Metternight, du guter Kollege. So, ich geh rein. Wer traut sich als erstes, Leute? Wer traut sich in meine Lobby? Wer traut sich? Ja, geht mal auf die Bank. Nico, geh auch mal auf die. Ja, oder Warteschrank. Ja, in die Warteschrank ist ganz gut. Dazu geh da auch mal rein. Oder passt so. Passt so. Smash beginnt. Gegen einen Schwertkämpfer. Ich bin ja Smash-Profi. Deswegen mal gucken, wie das laufen wird. Es gehen nur vier. Ach, ja, ich kann ja auch welche kicken. Let's stop. Ich kann ja auch welche kicken nach einer Zeit. Okay, erstmal auf die Steuerung wieder klarkommen. Auf die Steuerung klarkommen. Ach, die Schäse, Alter. Hau rein, Kollege. Oh Gott. Profi. Profi. Oh mein Gott, Alter. Wie bin's? Ja, Anfänger, Anfänger, ne? Also, länger eigentlich gespielt, ne? Ich muss erst mal drauf klarkommen. Umgewöhnung von zu tun zu Smash. Das ist eine Umgewöhnung, oder? Alles wird gut. Alter, die Bela, ey. Ja, sie macht Selbstmord. Ehre. Ehre. Alter, hör auf. Ich bin so Profi, Alter. Musst du los? Ja, erst mal warm werden, ne? Erst mal warm werden. Wie sie einfach Selbstmord macht, Alter. Hallo. Mach dich völlig. Komm nur her. Mach dich völlig. Oder auch nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt kannst du dein Spielerlebnis endlich auch mit Smash erweitern. Ja, endlich. Endlich, endlich. Ich hab schon richtig erweitert. Ich merke das schon. Ich spüre schon die Erweiterung, Leute. Ich spüre es einfach schon. Sehr geil. So, Bela, war schon mal sehr schön mit dir. Nico ist der Nächste. Äh. Halt, stopp. Ich will schon spielen. Hallo. Gut. Fertig. Yeah. Eine Niederlage mehr. Nein, nein. Gegen Nico möchte ich jetzt gewinnen, Leute. Gegen Nico möchte ich jetzt sowas von gewinnen. Ich werde ihn zerstören. Ich werde ihn zerstören. Er ist mit Inkling unterwegs, okay. Hallo, Nico. Er hat die DLC-Map. Ich hab die nicht gemacht. Ich hab's doch gar nicht gekauft. Oh, du Ehrenloser. Aber Nico ist auch nicht so gut. Den kann ich besiegen. Das krieg ich hin. Das sollte selbst ich hinkriegen. Das schaff sogar ich. Offenlich. Sollte nicht zu viel reden. Nicht regen. Am Ende verliere ich noch. Das wäre sehr belastend. Das wäre sehr, sehr hart belastend. So, paar Attacken. Eigentlich wollte ich nur einmal drucken, aber okay. Wenn Smash denkt zweimal ist besser, dann... Gönne, ne? Komm her, du Keck. Ah, Wirbler hat jetzt nicht so ganz geklappt. Oh, das war schön. Das war sehr schön. Nein! Schade, schade, schade. Was geht? Buse und Team Toad. Hallo, Mero. Moin, moin. Moin, moin. Gerade ein bisschen Smash geht. Gegen den Nico gewinnen. Gegen Konizo. Das ist gerade mein Lebensstil. Komm her, du Keck. Komm her, du. Ha! Sehr, sehr schön. Mero, was geht? Wie geht's? Geht's gut? Oh Gott. Es geht jetzt ab. So. Wunderschön. Sehr, sehr schön. Ich zerstöre ihn gerade richtig. Gefällt mir. Gefällt mir, Leute. Sehr, sehr schön. Ha! Ha! Leute, der Skill erwacht. Ach, scheiße. Das war jetzt unnötig. Das war jetzt unnötig. Hau rein, Kollege. Stirbt er? Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Aber du, es wird soweit kommen. Wie geht es dir, Pius? Bist du nicht langsam müde? Nö, nö. Bist du hungrig langsam? Hab nur einen Keks und eine Banane gegessen bisher. Seit sechs Stunden. Ne, seit vier Stunden. Oh, Bruder. Aber müde geht noch. Das geht, das geht, das geht. Geht. So, eins noch. Eins noch. Die Kuflade, diese Störrin. Oh Gott. Ha! Leute, das wird was. Oh Gott. Ich hab noch zwei Leben und nur noch ein Leben, Leute. Sehr belastend. So. Scheiß Bombe. Scheiß Bombe. Ha! Okay, der war gut, der war gut, der war gut. Ey, der war gut. Der war gut. Der war gut. Wow. Hör auf mit deinem Klecks voller, Junge. Sondern geh einfach nach Hause. Wäre sehr gut. Genau so. Genau so, Junge. Genau so. So, kommen wir mal ein bisschen wirbler hier. Dies, das. Oder auch nicht. Komm her, du Kek. Stirb endlich. Hau rein. Yeah. Bam. Sehr, sehr schön. Ich hab mich zwar nachs Ehre getötet, da hab ich gesehen. Hallo Alexander Strauß. Moin, moin. Leute, erstmal reinkommen, ey. Was? Ja, ich auch. Jo, jo. Wie ist das heute mit dem Team von 0 bis 24 Uhr? Nee, so viel ist halt schon zwiebeln, ist nicht so meins. Sechs Stunden reicht völlig aus, finde ich. Dies passt. Dies passt. So, hallo, Natsu. Moin, moin. Auch dich werde ich zerstören. Auch dich werde ich zerstören. Bekommt nur Leute, die du kennst, YouTuber-Rang, auf deinem Disco-Server oder auch anderen. Ähm, YouTube-Kollegen. Natsu, moin, moin. Okay, die Verbindung ist jetzt hier nicht so gut. Oh, geht doch, geht. Tja, ha, ha. Scheiße. Scheiße. Oh, ist das belastend gelaufen gerade. Ist das belastend gelaufen. Aber sowas von. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Tschüss, hau rein. Kann ich rein? Komm, join. Jo, Jossi, komm ran. Oh, ist das belastend. Ich werde dich zerstören, Yasin, ist ja ganz klar. Okay, Natsu kann ein bisschen mehr jetzt, der Niko. Der kann ein bisschen mehr. Jo, volle Lobby. Ich habe ja gleich mit allen gespielt, Yasin. Gleich werden die gekickt. Damit andere reinkommen können. Scheiße, ist ja gut. Mich zerstören, ja klar. Klar, immer. Immer. So. Ja. Läuft hier nicht so gut, Leute. Ich werde aber wiederkommen, hoffentlich. Hoffentlich. Piers wird mich zerstören. Ja, Yasin, mach dich fertig. Du kannst ja nichts, habe ich gehört. Habe ich zumindest gehört. Dass du nichts kannst. Aber was ist das hier? Oh, ich spam hier die Tasten. Sag mal, ich zweimal in die Lobby. Ne, ich werde eigentlich mit jedem Einmal spielen. Dauert ja eh lang genug erst mal. Wenn du jetzt seht, wie es läuft, kann das schon mal so 10 Minuten dauern. Ja. Ein Leben habe ich nur noch, da ich sollte aufpassen, was ich mache. Das kann ganz schnell in die Hose gehen. Denn was ist komplett? Hallo Maxi, Mario. Moin, moin. Willkommen. Ich habe mal ein bisschen was von meinem Kekse gerade. Oh, ich habe alles gegessen, ja. Oh Gott. Zum Glück ist die Map groß genug. Sehr angenehm. Scheiße. Er hat mich zerstört, Leute. Er hat mich einfach zerstört. Richtig belastend. Gönnen wir gerade spät, sie gönn dir. Machst du mal wieder ein Video mit Louis? Ja, warum nicht? Habe Smash vor zwei Minuten gespielt und bin trotzdem scheiße. Ja, das war belastend für mich, Leute. Er ist einfach mal ein Keks weiteressen. Gönnung. So, haut rein. Tschüss. 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 Ja, sieben, komm ran. Tschüss, tschüss, tschüss. Moin. Ja, sieben, kommen sie ran. Ah. Marius und Antoni ist auch am Start. Ehre. So, hallo, ja, sieben, wie geht's? Wie geht's? Ich werde ihn jetzt zerstören, Leute. Den mache ich fertig, den Luigi. Ja. Ich mache ihn fertig. So, hallo, Yasin. Oh mein Gott. Oh Gott. Okay. Alles klar. Ey, kopf der Internet. Okay, so, dann habe ich meinen Mund halten. Aber, die anderen Runden lief's flüssig, also. Ja. Na, weiß Bescheid. Oh Gott. Das ist unfair, Yasin's Pokemon. Ach, ich dachte, Yasin ist ganz schlecht. Schade, ey. Schade. Yasin war auf Spielsatzspiel in der Woche. Ich würde mir mal eins zerstören. Oh, was ist das hier? Was ist das hier? Oh mein Gott. Der Typ, ey. Was ist das? Was ist das? Okay. Absolut keine Chance. Absolut nicht. Also in Mario Kart habe ich Chancen. In Svetun habe ich Chancen. Smaffen-Spiel. Da habe ich keine Chancen. Mario Kart. Alles Games, wo man sagen kann, ja, wenn ich mich konzentriere, Privatspiel, dann wäre das wat. Im Spiel ist natürlich noch was anderes. Und der Leute ist ja ganz klar, da gucke ich auf den Shit, da gucke ich sonst wohin, da muss ich irgendeine Scheiße labern. Aber sonst kriege ich das schon gebacken, aber Smash ist im Spiel. Da bin ich offen oder ehrlich. Da kriege ich nix gebacken. Hau rein, Yasin. Oh, noch nicht, ey. Jetzt aber. Hau endlich ab. Tschüss. Zerstört. Zerstört. Okay, ich halte meinen Mund. Look alike, welcome back. In Svetun 2 kriegst du auch nichts gebacken. Ja, 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 ja. Wer für Svetun 2? Svetun 2 wird es heute nicht mehr geben. Das kann ich schon mal sagen. Zu tun haben wir heute abgeschlossen. Allgemein haben wir es für die nächste Zeit erstmal abgeschlossen. Zu tun haben wir erstmal sozusagen beendet. Ja, ja, sie lief gut, ne? Lief gut. So, Marius. Du bist der Nächste. Ja, Yasin. Hau ab. So, schön. So, fertig hier, würde ich sagen, Leute. Fertig hier. So. Vier und halb Stunden, Leute. Halb Stunde noch. Dann geht's mit Reddy los. Um 23 Uhr hab ich mein Date blieben. Um 23 Uhr hab ich ein Date mit Reddy. Alter, der geht ja gleich ab hier, ey. Geht ja auch gleich richtig ab hier, ey. Hilfe. Hilfe. Ach, du heilige. Was macht denn der für Moves? Junge, der macht Moves. Die kenn ich halt nicht mal, ne? Ich hab die noch nie gesehen. Willst du mich verarschen eigentlich? Alles klar. Aber sonst geht's dir gut, oder? Sonst geht's ihm aber gut, oder? Alter, der macht die Moves, ne? Als würde ich im Neuland leben. Als würde ich der im Neuland leben, ne? Junge. Ich kipp um, ne? Ja, das war dasselbe. Lass dir was Neues einfallen. J.K. Blaze, welcome back. Oder willkommen, ich weiß gar nicht, ob du schon da warst. Hi. So, drei FPS, gönnert dich auch dazu. Alles klar. Jo. Jo. Hehehe. Nein. Lacht er und fällt selber runter. Bin ich noch ein Pro. Oh, ja. Immer diese Pro-Gamer-Hadis. Ganz schön, Leute. Lost. Ja, bin auch lost. Aber richtig lost. Oh mein Gott. Junge. Marius. Marius. Das wäre kein Problem. Wenn ich so ein Online-Gegner hätte, ich würde meint nach Hause gehen. Wenn ich so ein Online-Gegner hätte, dann muss ich richtig los. Hilfe. Hilfe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alter. Junge. Das kann ich auch. Oder auch nicht. Ob ich so kacke, ey. Ob ich so kacke. So, jetzt aber. Bam. Grüß dich. Ja, Spam ist auf jeden Fall hier die beste Option für alles. Immer gegen kontern. Sehr gut. Immer gegen kontern. Genau das. Wunderbar. Wunderbar. Okay, ähm, FPS. Hoffentlich darf mein Internet nicht, ja, weiter. Oder? Wie kurz mein Internet runtergegangen ist, ne? Okay, ganz kurz. Ganz, äh, ganz. Oder? Nein. Beruhig dich. 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 Nein. 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 Alles wird gut. Nein. Nein. Okay, wir sind wieder da. Wir sind wieder da, ne? Ey, da muss ich aber richtig los, Alter. Okay. Bei mir läuft alles. Okay, wunderbar. Das war ja gerade ziemlich belastend. Jetzt wieder hat er, was war das denn gerade? Da bin ich halt sofort aus der Lobby gegangen, ne? Ich will halt um allen, um allen Umständen, um allen Umständen will ich, ähm, vermeiden, dass das hier noch abstürzt, ne? Da hab ich mal gar keinen Bock drauf. Abschluss hab ich gar keine Lust drauf. Jetzt wieder 1080, ja, wunderbar. Was war das denn gerade, ey? Ähm, Smash möchte ich mir erstmal nicht mehr dran trauen. Ich möchte nicht, dass das hier in den letzten anderthalb Stunden nochmal abstürzen tut. Ne. Kannst vergessen. Das soll hier wunderschön zu Ende laufen. Kannst du mir nicht erzählen. Jetzt soll hier alles wunderbar laufen. Ja, irgendwie, nein, aber bei einer anderen Runde lief alles wunderbar. Mit Nico, Yassin, hm, war jetzt gerade sehr belastend. Dit war jetzt gerade sehr belastend. Bitte keine Abschluss im Stream. Ja, das, das, das will ich halt gar nicht, ne? Das will ich ja gar nicht. Ähm, PCs mit LAN, switches mit WLAN, wann man auch immer da einen Balken hat. Also das WLAN ist stark genug. Auch wenn ich auf dem Handy einen Speedtest mache, neben der Switch, kommt 50 MB Download an. Das passt. Alles, was wir tun, ist, äh, Mark, ähm, bäh. Smash ist gerade irgendwie leider nicht möglich. Ich will nicht, dass er hier noch abstürzt. Ernsthaft, du willst wieder? Ja, tut mir leid. 187, hä? 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 Äh, David, spam dich rum. Auch du nicht? Was ist das? Keine Ahnung, wo es das war. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Antonio tut mir leid, wir machen das mit dem Smash nochmal. Also, nochmal, okay? Tut mir leid. Aber ich will nicht, dass sich da abkirken tut. Habe ich gar kein bisschen drauf. Äh, Smash ist, ja, Smash wollte ich jetzt eh nicht mehr so lang machen. Noch so zwei Runden oder so. Hm, schade. Aber irgendwie wollte ich das nicht so ganz. Hä, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Hm. Oder wollen wir es nochmal probieren? Ja, äh, was, Leute, ich gucke nicht die ganze Zeit auf Discord. Alles ist gut. Schreibt mir nicht immer alle mit eurem Discord-Folz. Ich bin auf YouTube und nicht auf Discord. Und, Mann. Und. Ah, so. Gut, das waren wir jetzt. Dann können wir schon mal mit Mauer-Maker anfangen. Das geht ja eben 23 Uhr los. Dann können wir noch ein paar Level spielen. Ein paar Level spielen kann ich auf jeden Fall. Tut mir leid, wegen Smash. Das läuft mir jetzt ein bisschen zu instabil, tatsächlich. Das läuft mir jetzt leider ein bisschen zu instabil, das Team. Das ist ganz komisch. Das läuft ein wenig zu instabil für meinen Geschmack. Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt. Das ist jetzt hier nachts. Hab ich ja schon öfters erzählt. Dass das nachts gerne ein bisschen abkacken tut. Und das möchte ich echt nicht. Dass das jetzt da in die Hose geht. In der letzten anderthalb Stunden. Nee, du. So. Deswegen. Machen wir jetzt weiter mit euren Leveln. Bisschen zur Aufwärmung. Weil um 23 Uhr gibt's das Race mit Ready. Wenn das denn mal funktioniert. Dann gibt's das Race mit Ready. So. Wo waren wir denn vorhin stehen geblieben? Ich habe auf jeden Fall hier noch ein Level von... Natsu habe ich hier noch ein Level. Ein Mario-Boost-Level. Bist du noch da? Von Alex' Freund habe ich hier noch ein Level. Von Mario Nintendo 0-1 habe ich noch ein Level. Oder von Jonas Heilig. Wüsst du Bescheid. Ein paar Level sind hier auf jeden Fall noch am Start. Was für ein Race? Ähm. Ein Endlos-Challenge Race. Wer schafft mehr Level, bevor er Game Over geht? Genau das Race werden wir machen. Ab 23 Uhr. Bin noch da. Natsu ist noch da. Wunderbar. So. Natsu Mario-Boost. L-G-K. H-C-M-W-S-F. Wunderbar. So. Normal. Ne, ne. Auf schwierig. Auf schwierig. Weil normal. Das kann ja... Das kann ja unter Umständen... Also normale Level sind ja relativ leicht. Dann machen wir da ja ein 14 Stunden-Sweepen draus. Ungefähr. Bei IG Penn. Hau rein an YouTube Deutschland. Schön, dass du da warst. Gute Nacht. Der Race mit Ready. Äh. Der Race gegen Ready. Wird natürlich auf schwierig sein. Wer schafft mehr Level, bevor er Game Over geht? Ab 23 Uhr, Leute. Wissen Bescheid. Machen wir was ganz, ganz Schönes. So. Das Level ist irgendwie... Bisher ein bisschen undurchsichtig, wo ich hin muss, würde ich sagen. Donut ist auf jeden Fall eine Red Coin. Brauche ich die Red Coins dazu? Schreibt es mal gerne kurz in den Chat, wenn wir interessieren. Bitte kein Schwieriger. Da gibt es nur Abfall. Ja, genau deswegen. Ja, das soll ja ganz lustig sein. Weil auf normal ist ja lame. Das kann ja unter Umständen... Ähm, oder das kann sehr lange dauern, bis mal jemand stirbt. Also, schwierig muss schon sein. Sehr schwierig ist wieder too much, weil da kommt man nicht weit. Auf normalen Wege zumindest nicht. Und... Schwierig ist, glaube ich, eine ganz gute Schwierigkeit für den Swim heute. Ja. Du, 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 du und ein paar One-Ups und Schöße und wunderbar. Kannst mal Level spielen. Ich habe alle in der... im Formular. Und wenn dein Level dran kommt, dann kommt es dran, Marius. Solltest du ja eingeschickt haben im... Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Ja, was ist das denn? wie ich einfach nicht durchkomme sowohl wo er ist die tür wobei es da ist die tür wunderbar wann kommt das update für superamaker 2 das weiß ich auch nicht wann kommt das update das kann man nicht so lange dauern ich verstehe das nicht ich könnte jetzt in die rohre gehen ich weiß ob ich da rein muss hat er kommt die switch raus naja naja macht sinn okay ja nette idee bisher gefällt mir kann man sich gönnen ist das eine tür da nehme ich mal an wird kann ich da unten stehen ja kann ich ok gerade ein bisschen überfordert oh gott alter david anscheinend hast du nichts besser im kopf als zu spammen deswegen tschüss war schön mit dir zweimal kriegst du von mir keine verwarnung genauso auch an arvin beide ausblenden sind welche spam oder so die hobbylos sind ja hä 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 wie soll das hier funktionieren was verstehe ich hier nicht oh mein gott braust doch die blume ja gut ja aber hätte auch irgendwo mal ne ne eine Gröhre mit Ja, und jetzt? Achso! Achso! Soll das so gemacht werden? Ach, der Scheiße! Boah, der muss los! Bin sogar der Ernsthaft so einen Scheiß hier haben von mir? Als ob die Kugel in dem Block ist! Muss los! Dein Ernst? Muss ich das gerade Ernsthaft irgendwie so treffen? Warum geht die da denn nicht mal rein? Was ist mal der los? Runtergehen und selber drücken? Ja, pfff! Ja, wo ist denn da jetzt der Block, Alter? Sagst du so leicht? Da kommt man ja auch so gut runter, ne? Sarah, moin moin! Aber das ist dann locker nicht dafür gedacht, da selber runter zu gehen, weil dann würde man das anders bauen. Kannst du mir nicht erzählen, ey. Da kommst du nicht runter, zumindest nicht vernünftig. Ein kleiner Mario oder Toad. Natürlich auch mal ein bisschen vernünftiger. Du musst schampfen. Ja, mach ich doch! Was ist da die Familie? Kollege! Okay. Wenn das wirklich so gedacht ist, dann finde ich die Stelle nicht so gut. So, jetzt gönne ich mir die Blume. Ja. Bin Profi. Und jetzt gehen wir... Ja, aber jetzt ist der Peace Switch ja weg. Ich wollte ja eigentlich, ähm... Ich bin ja eigentlich zurückgegangen, damit ich hier den Peace Switch aktiviert habe. Das bringt mir auch nichts. Doch, für die Tür. Für die Tür hier. Das war ja mein Ziel, warum ich zurückgegangen bin. Das war ja mein Ziel und, joa... Das lief jetzt nicht... Ah, jetzt ist er wieder da. Das habe ich nicht. Nee, das Level ist irgendwie komisch. Ganz ehrlich. Das ist... Das ist ein bisschen komisch. Bis wieder back. Wie läuft das, Sir? Joa, auslassend Smash. Mein Internet, ich gerade dachte, nö, Mann. Kein Bock mehr. Sind wir seit 4 Stunden, 20 Minuten stabil unterwegs, würde ich mal sagen. Bis auf den einen Frame oder Qualitätseinbruch im Stream. Ging das die 4 Stunden eigentlich ganz gut. Sagen wir mal so. War... Ging schnell rum, sagen wir mal so. Nachtbius, hau rein, Basco. Gönn dir, gute Nacht. Und moin Kilian. Und Tadde, auch willkommen, dass du wieder da bist hier. Grüß dich. Hi, Pius. Kilian, wie geht's? Die Blume aktiviert den P-Switch. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie er das meint. Ich soll auf die Blöcke nicht selber rauf. Ich soll den nur betätigen. Jaja, hm. Ich verstehe. Keine IDs in den Chat. Genau, Inam. Genau. Und ihr müsst auch keine Level heute mal einsenden. Da ich nicht mehr so viele spielen werde. Guten Dürr, ja klar, klar. Das Formular zum Einsenden ist für heute geschlossen. Beim nächsten Mal könnt ihr wieder Level 1 senden. Deswegen, falls ihr beim nächsten Mal dabei sein wollt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr nicht den nächsten Stream. So. So, wer möchte denn jetzt mal sein Level gespielt haben? Habe ich noch ein paar auf der Liste. Jetzt jeden zu fragen, ob er noch da ist. Ha, nutze ich jetzt nicht so sehr. Schreibt einfach, der Nächste, der hier eigensinnert hat, ne? Der der eigensinnert hat, kann jetzt gerne mal schreiben. Wer sein Level noch gespielt haben will. Ist Bescheid. Ich, Antonio, okay. So, Antonio haben jetzt. Wunderbar. Da ist das Level. Mario Boss U, okay. So, 99. Q. 4. D. 7. M. R. G. Wunderbar. Mario Boss U, mittlere Schwierigkeit. Ist das? Oh, jetzt, Leute, kommt der Abschuss für heute. Der Abschuss, nicht der Abschluss. Der Abschuss. Das Pokémon Quiz. Wie damals schon vor einigen Stunden angekündigt. Das Pokémon Quiz. Holt mir bitte Beruhigungsmittel. Hä? Äh? Äh? Ach so. He he. Ich bin's, der Student. Wo ist denn die Frage? Ach so. He he. Ich bin ein Student. Hallo. Oh, ich hasse es, wenn die Kommentare hier angezeigt werden. Ich kotze, ne? Was war die erste Gen? Ja, hallo. Was steht hier? Was ist denn? Hä? Hier ist nichts, oder was? Black and white. Blue and red. Sun and moon. Ja, das kriege ich ja sogar ich hin. Ha! Wo ist die Frage? Hier. Hallo? Was ist ein Pokémon? Efi? Pirachi? Pirachu? Irgendwas ist das hier? Oh, diese Kommentare, ne? Regen die mich auf. Ich weiß, dass ich mich entfernen muss. Eneko. Efi gibt's. Oh Gott. Im Pokémon-Kriss sterben, weil man runterfällt, Alter. Man kennt's. Efi? Boah, ich komm noch gar nicht weiter. Pirachu? Hab ich schon mal gehört. Die englische, aber das sind auch noch die englischen Namen. Ja, eben, da kommt unser Suway. Als würde ich die Deutschen kennen, ne? Äh, hier muss mal wieder sowas von los hier, ne? Welches ist kein Pokémon? Ich geh bei Eneko rein, Junge. Kack auf alles, ey. Ja, Efi ist Emoly, das machen wir klar. Wow! Junge, Taddle. Sag schon mal danke für den geilen Stream Pews. Danke dir. Kleiner als drei. Kleiner als drei. Ey, danke schon, Leute. Ein paar Herzen für den guten Taddle. Zehn Euro, ey. Ehre an dich. Ehre an dich. Dankeschön auf jeden Fall. War jetzt richtig? Okay, war richtig. Dankeschön, Taddle. Danke, danke. Ich wollte gerade Pikachu sagen. So, wo ist denn jetzt die Frage, ja? Oh Gott, die ist bestimmt wieder unter der Tür, ne? Kein Trainer. Ja, pfff. Als würde ich die Trainernamen kennen, ne? Als würde ich die Trainernamen kennen. Sehe ich so aus? Ich glaube nicht. N. Was N? N. Timofi. Hä? Wer ist N? Ich sage einfach mal N, oder? Geile Kommentare. Ja, N? Leute, N? N? Bin überfordert. Ich will erst mal einen Kicks essen. No. Heute habt ihr eine Idee? Endlich ist ein Trainer, okay? Ja, wer dann? Red. Endlich ist auch schwarz, okay? Timi. Alter. Hör mal einer, helf mir. Ich hab keine Ahnung. Aber wer existiert? Okay, ja gut, dann komm. Timofi oder so. Sieht gut aus. Gut, wo ist die Frage? Evolution. Entwicklung. Pikachu. Pikachu. Was sind die anderen beiden? Maril, kenne ich nicht. Klefki. Also Pikachu hat eine Evolution. Das ist klar, oder? Hat Pikachu eine Evolution? Nee, ich glaube, der bleibt immer so, ne? Ich glaube, Pikachu hat keine, ne? Ich bin so ein Profi. Red ist der Antagonist oder so aus dem ersten Gen, okay? Ah ja. Pikachu hat eine, okay. Maril hat eine. Dann vertraue ich euch mal. Geht da rein. Ehre. Mit Team Toad schaffen wir das. Okay, nächste Frage. Welche Nummer hat, äh, hat, ähm... Welche Nummer hat Mewtwo in der, in den Pokédex? Welche Pokédex-Nummer hat Mewtwo? Wenn ich hier, äh, Google, oder was? Junge, fliegende Röhren, wai, 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 wai. Bitte, bau doch über deine Röhren irgendwas hin. Bitte. Das sieht doch scheiße aus, siehst du das nicht? Bau doch bitte über deine Röhren, da was hin, ey. Der Platz ist schon, ja, was, ne? 150, Ehre, Alina. 150, ist das bitte? Hallo? Oh, Gott. Ja, diese Kommentare, die regen so auf, ne? Ne, Alina war schon richtig, Gamma Toad. War schon richtig, dass sie mir das gesagt hat. Das war schon richtig. Ich weiß es doch nicht. Soll ich raten, um zu sterben, damit es ewig da hat, oder was? Mein Ziel ist es doch weiterzukommen. Das war schon richtig. Wenn ich nicht weiß, was soll ich machen? Was soll ich machen? Bei drei Zahlen zu raten, ist doch nicht sonderlich spaßig. Das bringt ja nichts. So, ja, war ganz nett. War ganz nett. Ja, wenn ich es nicht weiß, geht aber drauf, was soll ich machen? So, ja, für Pokémon Profis bestimmt ganz leicht. Für mich gibt es eher weniger. Für mich jetzt eher weniger. Kannst du mein Level nochmal probieren zu schaffen? Nochmal probiere ich kein Level zweimal. Ne, ne, das nicht. Mein Lieber. Am nächsten Mal kannst du ja wieder ein neues Level einsenden. Vielleicht kriegst du das ja gebacken. Spielen wir jetzt mal das Level von Franklin. Bist du noch da? Wenn ja, melde dich einmal kurz im Chat. Mario Bros. Sehr schwer. Ich freue mich. Ich freue mich. Bist du da? Wenn ja, melde dich einmal kurz im Stream. Stellst du das Online-Views? Hab ein bisschen was verpasst. Jo. Natürlich bleibt der Stream online. Geht morgen wieder online, Taddel. Weißt Bescheid. So, Mario Bros. Okay. R. 3, 3. L. GT. 5. Q. G. Wunderbar. Wunderbar. So. Was bist denn du für einer, Alter? B. L. X. V. Nightpool. Bruder. Wie du vielleicht siehst, habe ich mehr Nachrichten als eine in der Minute. Dies kann vorkommen, dass ich nicht jede Frage beantworte. Sephryon Level 1. Mein erstes Testlevel, du brauchst Nerven aus Stahl. Oh Gott. Oh Gott. Warum dachte ich gerade, ich kann da rüber rennen? Wieso dachte ich gerade, ich kann da rüber? Was geht denn hier ab? Ist das dein Level? Sephryon? Ist doch nicht dein Level, ne? Also eigentlich geht es ja immer darum, ähm, Abonetten Level zu spielen. Obwohl ich das Spiel schon sehe, ist das Level ein bisschen schwieriger. Und nur bedingt für ein Team geeignet, würde ich mal sagen. Falscher Code. Uff. Uff. Falscher Code. Ja, moin. Er ist immer mein Kix weiter. Ah. Ich habe mich schon gewundert, ich kenne den doch. Ich habe mich schon gewundert. Ich kenne die Typen doch. Der erste Testlevel, Bruder. Abschlussrate läuft da richtig bei dir. Läuft ja richtig hart. Oh Mann. Was ist hier der Raum? Die kann ich wegmachen. Die war von Smash, Sarah. So, sehr angenehm. Seit wann ist der von überhaupt Schweizer? Ja, doch, doch, das stimmt schon. Das stimmt schon. Haben wir eigentlich schon neue Likes auf meinem Level? Ich müsste der Fameste Maumengebauer werden, oder dass man es hier im Leben. Ja. Ihre, ja. Spielt auch gerne meine wunderschönen Level, Leute. Oh, ich habe mich schon 6.738. Wunderbar. Ja, meine wunderschönen Level, zum Beispiel. Das hier ID seht ihr unten im Bild und schreibt irgendwelche schönen Kommentare. Haben wir schon neue Kommentare? Habe wieder neue Kommentare? Vor 4 Stunden. Tod. Tolles Bild auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Alles klar. Dieses war es heute auch komplett. Wenn ich jetzt ein Level einsende, wird es dann in diesem Team noch gespielt? Du kannst keine mehr einsenden. Mero. Ihr Formular ist zu für heute. Ist schon seit ein paar Stunden zu. So, ganz entspannt. Achso, jo, beim nächsten Mal wieder. Nero weiß Bescheid. Beim nächsten Mal. Voll die Schluss. Mit den Level Einsendungen. So, ready? Wie sieht es aus, mein Bestand? Bist du soweit? Bist du soweit? Wollen wir anfangen? Probson 1 in 1. Ja, größtenteils lief es ganz gut bisher, muss man schon sagen. Größtenteils lief es ganz gut. Streamst du morgen? Nee. Morgen ist ein Pausetag. Wir sehen uns am Montag wieder mit dem Stream. Wir sehen uns am Montag mit dem Stream. Und es ist ja nächstes Mal gucken. Ja, äh, Montag, habe ich gerade gesagt. Wir sehen uns am Montag wieder, nehme ich mal an. Montag, Nachmittag, zum Abend hin. Aber es geht noch weiter, ne? Es ist noch nicht zu Ende. Es ist noch nicht zu Ende. Es geht noch weiter. Ich muss alle auf. Schönen Abend, gute Nacht euch allen. Dankeschön, Antonio. Auch für seine Mälche. Nee, warst du das heute? Ich hoffe aber trotzdem, danke fürs Dasein und so. Tschüss. Hau rein. Gute Nacht. Okay. Okay, so. Ähm, ready. Wie sieht's aus? Aktuell ist er noch offline. Der Ready ist noch offline, Leute. Sarah, tschüss, und dich hier. Hau rein. Können wir mit der, mit bei der Endlos Challenge machen? Endlos Challenge, weil ich könnte in die Rien nehmen. Können wir mitmachen? Ja, klar könnt ihr mitmachen, ne? Klar könnt ihr mitmachen, aber euch sieht man halt nicht im Stream, ist ja ganz klar, ne? Aber klar könnt ihr mitmachen und auch reinschreiben, wie viel Level ihr so geschafft habt. Würde mich auch interessieren, ne? Nee, nee, ich bleib noch. Alles klar, Sarah, wunderbar. Lass uns ihm klären, wir das mit dem Profil, oder? Ja, ja, ja. Ja, einige gehen jetzt anscheinend schlafen, oder so. Und jetzt gehen ein paar Leute weg. Gute Nacht. Eine Stunde haben wir noch, Leute. Eine Stunde haben wir noch. Und die eine Stunde beginnt gleich. Gleich beginnt die nächste Stunde. Wenn der Ready mal online kommt hier. Was ist denn mit dir? Ready? Was geht? Liebst du noch, Ready? Er ist einfach noch nicht in Progress. Er ist wohl noch nicht in Progress. Er ist noch nicht in Progress, Leute. Der Progress ist noch nicht gestartet heute, Leute. Abend Pios, hallo David und David. Moin Moin. Schöner Black Screen. Wieso? Wieso Black Screen? Hä? Erlaubst du das Bild, oder nicht? Okay, ich... Okay, ich mal mit uns. Sag dann mein Fortschritt. Jo. Ich... Ich kann's da mit ihm zocken. Was ist, wenn in dieser einen Stunde kein Game Over geht? Das wird passieren. Welche Stufen ist später nochmal? Leicht, schwer oder sehr schwer? Schwer! So, bist du ready? Nicht da ist? Kommen wir ja mal ein bisschen hier. Auf leicht habe ich einen Code von 725. Machen wir ein paar Level mehr. Bis der Game... Äh, bis der Game er tot. Bis der Ready mal da ist. Können wir ja mal ein paar leichte Level weitermachen. Um halt meinen Rekord ein bisschen auszubauen. Ist ja ganz klar. Hier sehen Sie gute Level. Sehr, sehr hochwertige Level sehen Sie hier. Ja. Ich gebe Stipp nach 2 Minuten Game Over. Kann passieren. Ja. Das war schon mal ein sehr gutes Level. Ja, Mann. Ja, Mann. Mein Rekord ist unter 1000 zu kommen, weil dann gibt es eine Medaille. Nee, Skröbel, äh, Jo, Game Over. Das ist ein bisschen aufwendiger, als du jetzt denkst, ne? Ich muss die Lobby eröffnen, die Leute müssen alle reinkommen. Ich muss erst mal eine Übertragung machen über Vivaldi, über meinen Browser. Eine Ebene aufstellen bei OBS und so. Also das dauert jetzt, das kann man nicht mal eben so in 2 Minuten machen. Das dauert schon ein bisschen länger. Und dann wollen wir es ja auch ein bisschen spielen. Und nicht, dass der dann sagt, ne? So, Reddy schreibt mir gerade, er ist gleich soweit. Okay. Geht gleich los, Leute. Er ist noch ein Progress. Er braucht noch ein bisschen. Aber gleich ist er ready. Gleich ist er ready, ready. Und dann geht's los. Dann geht's los. Und, Leute, wir haben die letzte Stunde erreicht. 5 Stunden haben wir schon rum. Und, ja. Die letzte, feine Stunde beginnt, Leute, vom 6-Stunden-Stremen. Ja, leichte Level sind leicht. Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Ich hätte das niemals gedacht. Dass leichte Level leicht sind. Oh Gott, was ist das hier, ey? Abkürzung hatte ich. Oh Gott. Fast runtergefallen. Man kennt's. Du, 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 du. Hahaha. Level design. Hä? Und fliegende Röhren. Ich guck um, Alter. Leichte Level sind leicht. Pius 19, ja. Heute kommt die Weisheit mit Pius. ja mann oh gott hieß dann kann ich früher das oder so jo 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 vor über einem jahr ja mann ja mann ja mann so der reddy ruft an leute der reddy star moin 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 was gedacht ja wie geht es gut ist ja wunderbar bist du ready klar immer doch klingt ein bisschen komisch um ehrlich zu sein bisschen komisch ja irgendwie audioqualität also nicht du lagst nicht oder so alles gut aber irgendwie klingt ein bisschen anders keine ahnung hast du was umgebaut hallo 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 ja ob du sitzt zu weit weg oder so das halt auch wenn wir so keine ahnung ganz komisch ich bin nah mikrofon dran eigentlich das hat ja noch so vom handy reden tut es ganz ehrlich hörst du dich eigentlich selber durch mein mikrofon ich höre dich nicht aber wie es halt so ja jetzt klingt so beschissen sagte game hat auch ja ja dann lass mal hier noch mal neu starten den anrufen oder hast du nicht bei discord die audioeingänge ob die richtig sind weil wenn die sich verstände hört sich immer ganz komisch an es kann sein dass meine kamera ausgewählt ist warte ja 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 hier steht die kurz hier wurde es nicht richtig angehört das klingt halt so kacke so wunderbar ja 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 okay also was machen wir jetzt hier in mario maker 2 und sehr schöne sachen sehr schöne sachen jetzt höre ich mich doch ein bisschen oder test test hallo geht immer laut geht geht also ein bisschen so ein bisschen aber geht es denn da war es oder man das ding ist ein leiser was ich vielleicht das ist ein leiser oder so dass ich über die boxen höre aber ich kann mich sehr gerne ein bisschen leiser machen ja wunderbar leute so du spielst jetzt auch gerade ne ja ich bin jetzt auch gerade live moin 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 so leute zum abschluss vom sechs stunden stream gibt es jetzt eine endlos challenge gegen ready wir gehen beide auch schwierig bist du da schon ready ja ich bin jetzt beschwierig wollen wir nicht sehr schwierig machen sehr schwierig dass da habe ich gerade mein one da den fahrer will ich habe ich aber hatte ja nichts und das passt auch besser ja und jetzt geht es darum wer schafft mehr level bevor er game over geht das ist das einzige ziel eigentlich und wer mehr schafft ist einfach der king genau er gibt nächste woche auf der gamescom jemanden was zu essen aus oder so der gewinner kriegt nächste woche was zu essen von dem anderen wir sehen uns noch auf der gamescom so leute bist du ready ready bist du bereit bist du drücken jetzt ja drei sowieso ein counter machen wir haben einen counter genau okay drei zwei eins los 15 leben haben wir mal gucken wer mehr level schafft das ding ist ich habe glaube ich die endlos challenge ein bisschen nur einmal gespielt gehabt also ich habe keine ahnung was auf mich jetzt hier ja kommt aber ich glaube das ist einfach so modus wo einfach wo du einfach viele level nacheinander spielen muss und halt eine bestimmte anzahl an leben hast also 15 leben hast du kannst auch level skippen da musst du minus gedruckt halten okay und das werde ich bei uns bieber auf jeden fall machen schon ein leben verloren machen wir das jetzt hier auf speed oder ist es egal wie schnell wir die level durch spielen es geht einfach darum mehr mehr level zu schaffen wir haben jetzt eine stunde zeit was okay und also schon so ein bisschen speedrun mäßig wie du halt willst also es gibt ja kein ziel also das geht unendlich ist ja schon klar ne also es kommt endlich viele level es geht einfach nur darum wie lange überlebst du ein überlebensmodus ist das ok gut ist das denn schon wieder hier ich will jetzt hier meines team auch nicht mehr also nicht mehr so krass auf den chat eingehen können ja ich gucke da und so hin weil das jetzt hier hat ein trock ist und da ist es nicht leichter ist das ist auch schon wieder kacke hier alles alter dann bin ich schon zweimal gestorben und zurück ich auch ich auch ich auch felix willkommen zurück hier also fickt ready was zu essen nico das wollen wir mal sehen das wollen wir sehen oh man oh man oh man was ist das denn was musst du denn gerade hier für ein level spielen beschreibt ja es ist ein mario boss level oberwelt mit steinblöcken die von oben kommen mich fast killen wollen mit manchen aus der röhre man kennt ja sehr geil auf jeden fall über den kopf jetzt auch noch also war ja noch nicht genug eben ich habe jetzt hier gerade so ein level wo man wo es so recht hat sind viele bullets am start sind und wo diese weiß ich wie diese teile ist diese stachel teile okay diese sorgen glaube ich hießen diese stachel sollen also mit bullets mit bullet bills und mit stachel sollen so ein level habe ich hier gerade wenn wir mehr und schaffen in der stunde dann gewinnt er einfach der der am ende hat mehr once gewonnen hat nach dem wie das halt so lauf läuft können wir selber noch nicht anschätzen als auf jeden fall klar du brauchst heute keine grünsterne gebrauchst heute keine grünsterne krass ne ja ist krass jetzt mal keine grünsterne was das denn hier sag ich mal ist die wahrscheinlichkeit höher dass ich jetzt hier als sieger davor kommen weil es sich nicht um grünsterne handelt genau kann ja nur gut werden aber level kann man es gibt ja da kann ich mir reden ja bei mir auch bei mir auch was ist das zwölf ich habe zehn ehre was ist das hier die alle erstes level geschaffen drei worden ab zu bekommen beste jahre ist ja das beste spielen sehr schön heute aber das erste level geschaffen was was wie was ich meine ist nicht ich bin jetzt ich bin einfach eingespürt und kann ich raus ja toll ja dann kannst du noch die news drücken ok dass die lava steigt noch mehr aber nicht das passt ehre 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 und das level habe ich jetzt hier im start ja ich auch gerade ein casting level mit bullies ich kill den mal die bullies kenne ich mich ja sehr gut aus der weiß ja ready ja bullies nicht sind gute freunde schon immer gewesen werden doch immer sein wie findest du mich eigentlich als mord ja du bist schon brauchbar die gamertode den du mal gebannt hast der hat mich ja mal gehasst der hat sich nicht gehasst der hat einfach so geschrieben ja die kann nix und sonst hat sich immer aufgeregt ach so das hat mich immer aufgeregt hast du mir was du willst mal geschrieben ja oh mein gott ja was soll das jetzt werden profi profi mann ich hab schon Bock mehr ach jetzt schon hast du schon reicht jetzt schon ja es reicht mir jetzt schon dann sind wir eben hier was schönes zu essen ausdrücken das wird sehr sehr schön was schönes zu essen ausdrücken ich kreuz jetzt schon das gamescom essen ist ja so günstig ne nein wenn du da chinesische nudeln zum beispiel haben wirst also ich hab mir bisher immer nur da chinesische nudeln gegönst bruder dann musst du so um die 10 euro oder so ausgeben um halt so eine box zu kriegen eine nudelbox das ist zu heavy einfach also Leute müsst ihr ready um donaten damit ihr das geld wieder rein holt bist du bescheid also wenn ich verliere dann donatet mir gefälligst damit ich auf der gamescom finanzieren kann genau weißt du deswegen hab ich dich eingeladen musst du von Anfang an das wirst du machen weil ich komm ja nur einen tag da hab ich schon voll einen tag schon was zu essen ja oh gott ne bruder ganz vergessen ganz vergessen kenn ich irgendwo her was meinst du äh lico du meinst dass du mir eine pizza bei dir zuhause vendiert hast ja 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 so einer bist du ich hab dir ein zuckticket bezahlt ne war schon belastend genug hm WTF geiler kommentar hier auf jeden fall beim level ne ich auch so kann ich mich nur anschließen oh diese käfer junge kennst du meine speedruns ja ne ich hatte gerade so ein kieferleber wird schon genug von diesen käfern käfer ja die fetten käfer ich hasse sie einfach ich hasse sie ja wieviel leben hast du Pizza kaufen genau was sammeln 75 münzen und erreiche das ziel ja das habe ich auch mal alter ich hatte nur 13 von 75 münzen wusste dich dass ich Münzen einsammeln muss das problem ist nicht das ticket der gamescom sondern die ece preise ja dazu sage ich nichts mehr ja die preise die sind schon heftig aber ich muss zum glück nicht so viel zahlen weil ich ja auch nicht so weit von köln entfernt wohne hm zwei stunden mit dem zug ist eigentlich schon ganz viel boah ich fahr so 5 oder so ne weißt bescheid aber ich hab halt for real hin und rückfahrt irgendwie nur wie viel war das 30 euro oder so gezahlt oder 20 ne das war 20 euro sonst irgendwo mit fährst du denn mit normalen regional bahn ja regional bahn ist ja auch gut ich fahr ja mit ece da bist du schon ece ist teuer da bist du fast dreistellig sagen wir mal so ja zweites level geschafft war richtig easy keine ahnung warum das doch schwer war zwei level hast du schon geschafft ey was geht ab vierzehn leben hab ich vierzehn leben hab ich vierzehn leben hab ich ich glaub sechs jahre sechs leben hab ich oh leute ich kann mein mittagessen immer näher mann ich hab keinen bock mehr oh 230 euro pro person alleine hin fahrt was 230 euro pro person alleine hin fahrt muss los wo wohnst du denn bitte in österreich und dann wirst du da irgendwie mit zwei bahnen fahren oder was da kann das sein dann am besten mit dem flieger ne also wenn schon ist hallo umweltbewusst aber flieger ist teilweise sogar billiger ja es ist nicht nur alles billig also wenn man jetzt nur im kreis guckt ne naja immer diese id käufer ne ich geh nur zum bauern ja zu meinen kühen nach draußen was 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 das denn ey was das denn was das denn ey oh man hast du mich ganz schön ist oh weiß ich auch nicht man meinst du schon nein noch habe ich Power noch hast du Power ahja ich zahle nicht mal eins selber ich neben Köln wohne läuft bei dir aber wie gesagt David oder David auch für dich 3 Emojis pro Nachricht reichen oh was ist das denn jetzt hier ey ich habe nur noch 3 Leben weißt du ich glaube ich muss sich hier einfach mal mehr konzentrieren ich glaube ich nehme das alles so auf die leichte Schippe hier ja genau wie ein 3D-Rot ne hab ich das Gefühl ja 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 oh das liegt einfach an der Uhrzeit kann auch sein ausreden 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 was hast du den ganzen Tag gemacht Alter ich? ja ja wer dann wer sonst ich habe vorhin ein Video aufgenommen und äh das lade ich wahrscheinlich heute noch sogar hoch heute also praktisch morgen für die Leute die äh wenns 0 Uhr ist schon äh ja morgen sagen ja ich zum Beispiel wenn du weißt wenn du verstehst wenn du weißt was ist was ist das hier ey gar kein bock auf das Level wie viel Level hat Reddy geschafft? 0 sagste Mr. Top ne bist ja keiner bist ja keiner bist ja keiner das kommt noch das kommt noch das kommt noch was ist das hier sag hat auch 2 Level geschafft ey warte ich kann ich meinen Ruf nicht zu schädigen weil ich ja einen Titel und ein Thumbnail geschrieben habe Pius zerstören ja sieht man ne ich hab ich fand das ich fand das ich hab's im Stream gesehen das Thumbnail musste das mal lachen fand's richtig geil ja ich hab extra posiert für das Thumbnail Michael um dich zu zerstören jetzt äh ja große große Klappe nichts dahinter ne ja das werden wir noch sehen ahja hast ja noch Zeit ne so deine 50 lebt die du noch hast easy oh ich hab ein Level geschafft Glückwunsch ich hab da ein Wall-Up mitgenommen was ist das jetzt schon ein Leg pfff was ist das schon wie ein Mist ey das hab ich drei Leben krass da kann man ultra viel mit anstellen naja ah der Gamer Toad schaut irgendwelche Serien Dragonball oh 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 ready du schaffst das ready schafft gar nix hm 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 wer hat das geschrieben ready du schaffst das das war unser das war mein Verräter Kunizo ah Nico Ehrenmann hm eben nicht eben nicht ey eben nicht ey eben nicht ey so ein Kekernat rake plays gute Nacht hau rein Level 3 hm geil ich find's geil wenn ich einfach nur auf meinen Chat eingehen ne ja man muss ja hier immer mit den Leuten reden und zwar in sie alle ne irgendein komischer Typ der in den Chat kam hab ich einfach beleidigt weil ich seine Nachricht was er gefragt hat kennst du Gabriel oder so hat er mich gefragt Gabriel ja keine Ahnung wer jetzt das jetzt sein soll ja ich glaube ich kenne den sogar das ist der ip ja gibt da viele ne oder du kennst jetzt ein YouTuber der so heißt oder was nein 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 aus der Community mein ich oder was meinst du gerade ja ich denke wenn man so eine Frage stellt man ja meistens ist er ein YouTuber oder nicht oder sonst irgendeine nicht irgendeine aus dem ja keine Ahnung so gleich zwei Leben grad verloren easy wie viel hast du noch ich hab jetzt neun ich hab zwei ich glaube ich muss mich auch ein bisschen mehr München sammeln ah ja ich hab das ganze mal mit Nico gemacht und da ist auch abgekackt da konnte auch nichts ja ja genau so ganz privat auf dem Discord gemacht auch nichts geschissen bekommen der Typ kennt man von ihm nicht anders easy oh Gott äh ich hab keinen Bock findest du die Level sehr hochwertig geht so geht so also mein Level ist gerade gar nicht so schlecht also wenn man beim Profi ist dann schafft man das schon weißt du ich hab ja vorhin ein Video aufgenommen und da hab ich Level gespielt die bisher keiner kennt also praktisch unbekannte Level und das waren die oder besser gesagt halt die Level die vor kurzem hochgeladen wurden die neuesten Levels ach die Dinger ja ja und da war sag ich mal so als Fazit war da sag ich mal 99% Trash und 1% brauchbare Sachen ja das kenn ich ich mach das ja immer ich geh da immer auf den Tab um Level zu spielen um sie als erster abzuschließen dafür gibt es da auch eine Medaille und T-Shirts und sonst was deswegen mach ich das gerade und naja es ist immer ganz komisch mancher schließt sich Level ab aber dann hat sich halt doch schon jemand gespielt also das ist nicht immer ganz live ob das schon jemand gespielt hat oder nicht das dauert immer so ein bisschen bis das aktualisiert das ist immer ein bisschen nervig oh so oh was für eine scheiß Maus so ich hab jetzt noch ein Leben wenn ich das jetzt verkacke dann es war 3 Uhr nachts Nico ja ja es war 3 Uhr nachts ich hab 3 Uhr hab ich das mit ihm gemacht nein für kurz ne ja ich wollte ich auch schon 3 Uhr kreuen weißt du noch ne wir? ja hast du gesagt heute nicht mehr ach so ja stimmt ne da war grad ne da war der Progress noch nicht am Start Progress okay wir machen zweiten Song Progress 2 meinst du? ja das muss sich ja immer weiterentwickeln ne man ne man warum nicht damit gehst du in die Charts also damit gehst du Gold ja aber jetzt mal for real wir also ein Kumpel von mir und ich wir sitzen wir sitzen halt aktuell echt an einem Song drauf und er ist auch fast schon fertig von der Mische her also der wird glaube ich mega krass werden ui Leute alle einschalten bei Reddy also ihr könnt ihr könnt ihr drauf gespannt sein und der ist und der ist diesmal halt also so wirklich hundertprozentig ernst gemeint waren die anderen Singer eigentlich auch aber das was das was wir aktuell machen ist somit das professionellste was ich überhaupt mal gemacht habe das ging doch schon mal ganz gut also er hat sich entwickelt Leute er hat den Progress erlebt ja natürlich seine Songs waren bisher alle immer ganz legendär seine Songs waren bisher alle immer ganz legendär der erste mit dem ähm der erste mit dem ähm roast yourself ja der zweite ist der Progress und der dritte ist natürlich so ein bisschen spezieller ich weiß es war gerade nicht wieder heiß aber das war ja dieser so romanzig stimmt romanzig meinst du ja das war so ein bisschen spezieller so ein bisschen hat sie unterschieden vom anderen alle drei hatten was alle drei und ich sag mal der neue der wird auch ein etwas anderer Stil werden aber so ein Stil den glaube ich den glaube ich viele feiern werden Leute alle einschalten nicht spezii und ich sag mal so was 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 den zweiten spitzen zweiten spielte zusammen meinst du ne noch der games lieber nichts du machst du so eine Mischung was bei was ist das hier ne 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 aber ich wollte noch sagen auf jeden Fall wird das Song sag ich mal so ein Cover werden von einem Song der schon draußen ist schon etwas lecker draußen ist achso du hast so eine Parodie oder wie äh nicht Parodie sondern eher so cover mäßig also ich hab das praktisch auf meine eigene weise umgesetzt ok ok das kannte man ja damals von den Lochis glaube ich oder das war dann leider wieder ein bisschen extremer ne die haben wir sowas auch mal gemacht also öfters mal ja die habe ich jetzt nicht so verfolgt aber äh ja vor 80 Jahren habe ich die mal geguckt oh Gott ey ich bin jetzt game over gegangen ne hehehe Leute das heißt das ist ein Punkt für dich oder oder wie machen wir das jetzt na sag ich noch am Leben will oder ist jetzt die Ende du kannst noch einen zweiten One machen wir haben noch bis halb halb Stunden haben wir noch ok achso so zählt das jetzt hier praktisch nicht und das zählt nur wie weit man kommt oder wie ja du hast bisher wie viel Level geschafft ich hab bisher 1 geschafft aber es wird ja nicht gespeichert weil ich game over gegangen bin ja gut also eben den ersten mal habe ich sozusagen schon mal gewonnen ok ja 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 und du musst jetzt erstmal ich hab wie viele wir jetzt geschafft habe ich drei oder so 3 ist das erste mal überhaupt erreichen wenn wir davon reden können das ist irgendwie einholz ja dann sehen wir weiter so ich hab jetzt noch 5 Leben mal gucken ne 3 Level geschafft Sarah ok und ich frag mich manchmal wie kann man so ein scheiß bauen hier ne das frage ich mich manchmal kann man so ein scheiß bauen hier gibt's doch gar nicht Mann das einzige was ich merke meine Stimme ist ein bisschen broken ja sie ist langsam ein bisschen durch mit Leben ja ja ich meine du hast ja praktisch 5 Stunden durch gelabert ist ja auch nicht 5,5 inzwischen ne ja ich kenne das auf jeden Fall sehr gut bei mir ist es teilweise schon nach 3 Stunden so dass meine Stimme schon so ein bisschen versagt ok ja obwohl du ja länger bist und du trittst dann mal auf mit deinen Liedern ne was müssen die tun was müssen die tun hä ich check grad gar nichts ich hab grad was zu essen bekommen easy also von wem ja von meiner Muri was ist deine Mutter deine Liebe damit ich was egal alles gut da will ich nicht verhungern ein bisschen Wasser aber ich hab das ganz so verstanden als ob das du deine Freundin wäre oder so weil du hast du gesagt danke meine Liebe was schließt du ich hab von meiner Mutter von meiner Mutter hab ich gesagt hä du hast gesagt danke meine Liebe hä ne oder ich hab's falsch verstanden keine Ahnung hä aber ich dachte auf jeden Fall dass vielleicht deine Freundin oder so wäre deswegen ich glaub die um 23 Uhr als ob Julia um 23 Uhr 26 kurz zu mir kommt um mir die Wassermelone zu geben um dann wieder zwei Stunden Haus zu fahren mal kennst naja vergessen wir uns ja oh bisschen Wassermelone ist immer sehr entspannt ich hab mich jetzt die ganzen sechs Stunden von einer Banane einen Keks und jetzt ein bisschen Wassermelone das war mein Abendessen du hast doch relativ gesund ne kann man machen ja das kann man auf jeden Fall mal gönnen was ist denn das denn eigentlich ey Philis hat eine Beziehung mit seiner Mutter ja glaub ich auch ey das glaub ich aber auch du hast aber echt meine Liebe gesagt hä danke sehr meine Liebe hast du gesagt oder was hast du gesagt das kann gar nicht sein ich war da noch gemütet doch was ist das denn hier eigentlich du hast dich gemütet ich hab dich gehört das sag ich mir mal an ey das sag ich mir mal an ey das sag ich mir mal an ey geil was la- was lasst du so ne ist egal ist egal dann ist nur ein bisschen verwirrend mehr nichts naja hab ich denn gekotcht ich weiß ja gar nix mehr ey ich bin durch nach fünf Stunden leider so was von am Ende ey ich bin auch mittlerweile am Ende obwohl ich nur 25 Minuten live bin das Jahr oh man kennt's man kennt's äh zwei Leben hab ich noch beste Leben ich seh nur eins und zwar das Essen ey das Essen? ja aber dir auf der Gegend zu Hause oder was? hä nein ich spiel noch ich seh nur eins und zwar den Sieg mit beim Essen ach so das meinst du du bist auch schon durch ne ja ich bin auch schon durch ja ich bin auch schon durch ich dachte du redest über dein jetziges Essen ich redest nur übers Essen ey da redet der Typ nur übers Essen alter boah das ist so nix Level man ja aber ich sag dir du kriegst höchstens nur eine Nudelbox auf der Gamescom okay ich verkoste die Nudelbox oder was willst du haben da weiß ich nicht mal gucken ne ich geh doch eh zusammen essen sind doch eh was zusammen aus also ja 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 das ist jetzt Paul aber ich geh nicht drauf ein weil es sonst ein bisschen zu verwirrend wäre na ich schaff das Leute wir ein Premium habe ich jetzt ein Level geschafft Ehre ich spiel ja ich laber hier kriegt Melone essen Melone und schaff trotzdem die Level sehr sehr schön und bei dir so läuft gut relativ obwohl er noch immer gesagt was er mal große sprüche geklopft ich habe das spiel im let's play zu 100 präsent durchgespielt also ich werde das war ja dann was ist was passiert was ist passiert keine ahnung jetzt habe ich hier gerade 20 sekunden level die erste nachricht auf die ich gerade eingegangen bin immer auf den jassen eingehen ja englisch ist strange kann passieren warum habe ich das als helm angezogen ich musste das gegen den schalter werfen damit ich jetzt kaum immer zwei aus einer röhre zumindest zwei muss ich mal drauf achten jetzt wenn du ein panzer auf dem kopf hast kommt noch ein zweiter ok bist du prüben oder was profi ich habe kein spiel ich werde ich habe jetzt ein eigenes mal leider das ist ja ja ich gucke jetzt aber bei dir rein junge dessen tricks level du brauchst da wäre ich weiß ja ich bin jetzt nicht mehr gegangen können wir so machen dass das stream nie geschehen ist irgendwie ja löfft ihn einfach kein problem ich schneide dass du dich gibt du gibst du noch mal zwei euro mehr vergängst kommen so schneidest du einfach raus ok ja ich schneid raus und du löfft den stream einfach du deine streams kommt ja auch nicht gelistet oder so ne gar kein problem ja die sind immer auf nicht gelöstet hier siehst du das hammer tutorial von abgegrübt das ist glaube ich so ein youtuber oder keine ahnung da bist du dann guckt du bist auf jeden fall das geld unterwegs wie ich sehe sehr sehr gut natürlich morgen noch mal neuer leute morgen war wieder sechs stunden ist ganz klar war jetzt jeden tag jeden tag sechs stunden streamen ja my random stuff hi moin 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 letzte halbe stunde leute letzte halbe stunde wall drum express easy id habe ich noch ich will aber dass du bist du geschafft weiß ich gerade gar nicht muss mal gucken ja ja keine klar ich habe keine ahnung warum ich habe drei level geschafft ihre wie oft spielst du nicht so mache mich jetzt mal schon ein bisschen schon ein bisschen was denkst du spielstunden ich habe ich will spielstunden los ja 100 schon wie viel 100 100 100 hatte ich nach einer woche oder ich kann mich neulich habe ich das letzte mal mache mir gezwungen gespielt haben hau mal neue schätzungen raus 500 je sagte 100 jetzt hast du hausen also 1000 zwischen jungen wissen ich konnte verarschen du kommst eben mit 100 an das ist ein bisschen zu wenig dann kommst du mit 500 und dann mit 1000 also deine einschätzen richtig ultimativ da kann ich ja nicht wissen vielleicht bist du ja so der übelste sucht die so ein zockes halbisch in der nacht 270 270 naja ich kann gleich mal gucken wie viel ich habe ich glaube ich gucke jetzt sogar mal noch ich habe es gerade gesehen 25 habe ich und von denen waren drei vier stunden nicht mehr von mir das hat da hat ein kumpel gespielt ja bei mir war die switch einfach mal ein bisschen länger so an ich habe einfach schon muss ich mir vorstellen ich habe schon maumaker 2 seit das spiel ist nicht mal zwei monate draußen länger gespielt als smash boss spielton 2 mario kart 8 also das ist mein meistgespiel das spiel ich liebe es ja er war eigentlich wenn ich so wenige spielstunden habe und du so viele eigentlich darf ich mir das hier dann leisten zu verkacken oder 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 wie findest du das naja du bist ein profi dachte ich immer oder dann fangen wir auch mit besiegen pius und so da aber hatte ich schon ein bisschen mehr ready da habe ich ein bisschen mehr erwartet ready ne der wo der wo es ich kann halt nichts dafür wenn leute so trash level bauen leute so level bauen die war nichts so im ersten schweiß schaffen kann der kann sich da kann ich ja nichts für glück 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 ist einfach nur aids die leute müssen mal besser bauen lernen ja leute die haben alle nicht mal ein video gesehen wie man wie braucht man gute level was über videos nur noch zwei kross gab es schon einiges an hate von irgendwelchen randoms ja ja einfach geschrieben aber unsichtbare blöcke gehören ein gutes level dazu und ein anderer typ hat er geschrieben ja wenn du so viel fairness haben willst kann ich auch gleich die zielfahne machen das sind solche leute waren das die gar nicht auf klarkommen da gegangen wegen einem kumpa das sind die klassischen tone immer diese immer die klassischsten tone ja man ja das war ziemlich belastend auf jeden fall hast du eigentlich irgendwelche level gebaut ein bisschen nicht ja ich zockerbare maker zwar nicht okay wollen wir jetzt mal was anders machen was die endlos habe ich gewonnen würde ich mal sagen ja ich habe auch kein bock mehr ich gehe jetzt so können wir können auf level suchen gehen also ganz ehrlich und dann suche ich mir unser level raus und jetzt das erste schafft ist aber der king machen wir das dann abwechselnd das ja 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 er meube Cosme kong wir machen dass immer was nett auseuchte die indie wie mache ich dir die online guckst du meinen reappe oder ich hoffe wenn es ziemlich aufgerangen ja off machen wir das habe ich praktischer wenn ich einfach beide gegen sein dass ich hvad sein gucken ja gehören wollte besser sehen so als theoretisch weiß jemand konnte wir dann schreibt schreibt doch mal die einfachen chat ron ist am leichtesten in meinen chat in dein städter ist ja die manche okay haben sie sonst noch wünsche nein das wäre es dankeschön so passt hoffentlich wenn ich kann da würde schön jetzt haben wir doch mal eins ja dann level sind ja so gut nico sehr hochwertig sind die ja kuh yg jetzt bin ich mal geschaut was mega mark lm krasser name schon mal extra für dich ist amort easy but don't get careless oster des europas klar beginner planes bist du ready ja klar lego 32 die leute die einfach reingehen warte mal wer das schneller schafft oder oder was machen wir gerade die man die habe ich bin tot sonst ist mal ganz ehrlich wir haben wir doch kriegen ja wem denn sonst hätte ich ja nichts anderes von ja warte ich bin durch wir machen wer es schneller abschließt oder was machen wir jetzt kann ich ja ob ihr einen punkt dann schon mal für mich ok jetzt nicht mein level raus wollte keine ahnung ist und ich hoffe ich bin schon eine halbe stunde durch level suchen viel versprechend andere filter kriterien bitteschön leicht warte 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 wir warten leute er ist im progress er braucht noch ein bisschen ja 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 das macht ihr auf was gefasst was mit mir dazu sagen wie katschwigs du ich weiß es nicht ja ich weiß es nicht schöne sonnenbrille bei der way ist es bei dir ist es bei dir sehr sonnig ja sehr sonnig ja mega helle ist auch hier wann kommt bei dir auf die games kommt der ist jeden tag da wer fragt das bist du jeden tag da oder ich bin jeden tag da aber wer fragt aus sara 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 kts sie wenig bestimmt sehen denn ein autogramm von dir kriegen von dem einzig waren ready 90 waren der echte bis jetzt mal ready oder was ja ich such gerade noch weil das ding ist hier ist alles voller 20 seconds level geht mir auf den sack ja halt was schönes ne wo man so kann ich auch nicht ich auch nicht ich gehe mal viel versprechen ja mach das so ich glaube das level dass das ist glaube ich richtig gut das ding ist meine einzige jetzt auch in deinem stream macht es ist deine mutter auch auf der games kommen ja die lautstark hat seine mutter es war ein witz ich glaube einfach alles leute ist so durch das ding ist meine meine stream url ist bei der way auch ready der echte angemeldet wird das heute noch was hier ja ich schlaf mit ein pv 9 ja so dass die ihre oder kommt blut und blut und blut und blut bei mir leute das bringt viel mehr ich habe nicht mal aber vielleicht sind das sogar ich habe nicht mal lutz junge youtube jassi danke für den lutz jasin gibt immer wieder zwei euro auf so auch weil das ding ist was die lutz angeht das hängt ja auch immer irgendwie von den zuschauern ab ja von der interaktion und deswegen solltest du doch eigentlich mehr einnahmen durch das machen weil du mehr zuschauer hast du ja keine werbung junge deine idee ist falsch ich will dass ich das leute spielt okay die tier ist ja ja aber zum allerletzten mal hier j 9 9 schreibst 8 im chat h pv 9 rf ja ich finde jetzt passt für diese lustig so geil egal für dieses level glaube ich jetzt nicht verarschen 3 2 1 lego ja ich finde dieses lustig so toll weil ich mag das nicht so eine werbung da irgendwo ein bild zu haben ich krieg durch donations sind genug ach so du hast gar keine lutzern oder was du hast dann vorhin gesagt fertig fertig du hast aber glaube ich erst mal schneller bei 1 2 1 1 du hast du vorhin gesagt looted lieber bei mir oder nicht das war ein witz krasser witz ja lustig ne ja sehr lustig musst du sehr laut darüber lachen das war gut ich musste gerade mehr lachen als du ok jetzt bist du wieder dran ja übrigens mein link von 0 30 neues video von mir online also könnt ihr da gerne mal reinschauen es ist auch in mara maker 2 video aber sagen wir mal so ich zeigte ein bisschen mehr skill und gesagt es ist es ist ein video in welchem ich halt die neuesten level spiele die halt bisher noch keiner gespielt hat und schauen sie sich an wie ich diese level finden werde warum liegst du deine videos um 01.30 Uhr öffentlich das ist bei dir ok ok so habt ihr die id geschickt ne ok ich habe mir halt auch so 01.30 Uhr gedacht weil wir ja nur noch mit dem stream durch sind und dann können die er ist das haben wir ja auch so die 30 gigante für sich auch so die 85 die so hängt gerade am parkplatz und warten dass urlaubstexiegямers auch wirklich super überall und wie für oft hast du weg ein jahr so auf weg wie ich in dem ganze leben ungefähr der war vor kurzem italien oder so und wenn schon wieder wohin wirklich ja das ist ja okay am start ja japanisches level ja ich mache ein 321 fertig hier ja man ja man fertig hier siege alle bullies 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 leute bullies liebe bullies siege alle bullies und erreiche das ziel elf bullies ich liebe ja bullies also von daher das ist ja genau mein level ich habe schon viel gekillt bin sehr stolz auf mich erst für erst hier ja dort ein bisschen ein bisschen schneller kill mit einer bestimmten technik die ich dir jetzt aber nicht mal nicht sagen ehrenlos diese ehrenlosen okay nein es tut so geht das leute das war gerade sehr belastend im leben das war gerade sehr 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 belastend das freut mich doch hör mal nein da ist halt ein bully level ja das freut mich doch so geht das ja auch ein bully gerade was bist du gerade das kenne ich genau diese wort war kenne ich ja sage ich nicht so angenervte tote bisschen sage ich nicht ich sagte das nicht fertig ist das denn wie ja ich glaube dir zwei zu eins meine lieben freunde kann ich war stein hier ist einfach nicht so gut deswegen herz von mir mann und viele bullies hast du gekillt ja ich hatte acht jetzt habe ich halt oder 99 hatte ich jetzt habe ich bin nicht durch jossin also wer das juss ist der brüder sabrina kommt wenn jemand donaten tut jossin gönnt einfach mal zwei euro die leute bei mir ankommen er kriegt den vorschuss für das geld für das essen von mir für mich ne das ganze leben ist ein witz jossin gönnt einfach mal wieder rein ich habe ja 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 so ich schaue ich habe gerade bei mir im schaue ich glaube ich jetzt schon weiteres level schreibst du meinen chat rein macht es ok jetzt ist mein chat vor apura die jahre moin moin felix auch rein gute nacht hamburgers kurz moin hast du euch dein spielerlebnis schon erweitert heute ne jetzt zum ersten mal gerade ok felix hat sein spielerlebnis heute genug erweitert im reich zoll ja was ich höre keinen ton das würden die anderen stören was wie du hörst kein ton sag mal was bei die weil die geht sogar mit mir ja also ja es gibt mir gerade die ideen deswegen bin ich ein bisschen was soll ja ja weil gerade schieben es ist kein zuton naja das ist perfekte und das ach so und weiß es ja ok tonaten aber super chat habe ich euch den kanal ziemlich an dafür brauchen wir 1.000 und 4000 stunden wiedergabe zeiten war das doch ja 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 hast du die idee eingegeben einfach gerade habe es habt ihr habt gesehen das ist ein witziges level werden aktuell steht es 11 oder 21 für mich glaube ich genau kann diesmal heute heute ist schluss also ihr müsst mir keine senden mit aber die schreibt welcher rein genau junge dein level ist schon wieder falsch die id was kannst du eigentlich nicht wieder das falsches angegeben ok nochmal ich diktiere ich diktiere es dir gmr gmr 1 c 7 7 jungen schreibst da f hin okay ich habe es der tapier passt passt ja es ist lustig ist immer die sechste stelle ist falsch beim ersten mal auch jetzt beim zweiten auch die sechste stelle ja ja ok so bist du machen einen counter 321 lego wunderbar so ein briller wenn die ja man ja sind muss sie bei allen kann man nicht sehen weil die fragt die sache welchen hallen kann man nicht sehen da gibt es alle 9 bei nintendo naja da werde ich oft am start sein ich auch am samstag gibt mir richtig gute grüße an rückwitz aus und in sie ist die grüße an rückwitz mit seinem samstag ja ja jetzt ist da kommt der samstag sonst denn der wo fertig fertig und ist dann wann ist er denn am start jeden tag außer samstag ach so dass wir ja gut ja wunderbar so ich bin ja ich bin jetzt hier noch kratzen mittendrin aber ist mittendrin aber ich will es auf jeden fall noch zu händes spielen hier macht das war war das level ist als einzelne sind es dann nix oder die zweiten zwei ja die wir land haben ja so okay du bist du was nehmen wir wollen ist ja ich suche gerade eins nehmen wir immer schönes noch mal eben kurz das fenster zu können dir das nehmen wir mal leute die nehme manoli noch hier in minuten war es dass die zeit so schnell vorbei geht also ja so also ist ja in den nächsten minuten dann die entscheidung wer jetzt gewonnen hat nun ja jetzt 22 ja ja okay gibt man seine idee die sollten richtig sein ich kann ja auch schreiben du kannst du die ganze nacht nach sechs stunden bist du auch durch im leben dadurch dann sind sechs stunden genau wie wqf wqf sechs wieder im japaner alter wirst du was das mit den japaner ja ich mag das essen von denen ich meine kauter wieder bist du ready ja mann ok 3 2 1 los megaw fertig er kommt noch ein schnitt plus ne sechs stunden schon ganz nett das passt das war es mit sechs stunden ist durch irgendwann ist aber gut könnte gar nicht pilz und so was am anfang oder nicht so nee ach ohne pilz geht sie durch ja ich bin so ein profi ohne ohne sterne brauchen wir also nicht nein bist du gestorben zwar vielleicht die falsche entscheidung keine pilze mitkommen zu haben aber ich nehme diesmal keine pilze mit geht schneller okay interessant geht schneller einfach weil das jetzt wirklich schwanz diese pflanzen an jeder ecke junger ich das auf ist so gestorben eigentlich man weiß nicht ne ja selbst bist du gestorben so eine antwort kommt dann bist du selbst gestorben ich habe psychologie studiert vielleicht hast du auch denkt dass du denkst dass ich gestorben bin das klingt schon genauso wie bei 101 hitbox diese hitbox kannst bitte aufhören er sagt nichts mehr aber die lebst du noch ja ich lebe noch wenn ich nichts sage konstruieren muss ach so er kann er ist einfach ein profi jetzt wäre leute er kann nicht spielen und reden gleichzeitig ist aber halt echt schwer also wenn man gut spielen will ist halt echt schwer also muss ich selber mal sagen ja oder ja blu macht das ja ziemlich krass mit seinen speedbund vor allem er legt auch noch den chat die ganze zeit vor das ist echt heftig wie blu das machen kann er ließ den chat vor leute und und spielt auch noch das ist ein heftiges level alter ja bist du gestorben nein klingt so nein was 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 die platze alter wer diese pflanze eingesetzt ich kippe man lang ist wie wenn ich noch nicht da macht jetzt sechs stunden leute ich mache jetzt stunden ja ich habe auch dafür bezahlt werden sechs stunden das war richtig an hier erhält es einfach mit euch nicht aus ist einfach so wenn ich das ist nicht denke dass die feuer sprechen kann reichen die leute noch nicht geworden wieder ich hatte ja geburtstag der juli war ja übelst krass mit donations fall von vielen jahren geburtstag bis gesamt müsste ich selber mal ausrennen war schon drastetal das wird sein klar dreistellig ehren ruhig leute ich muss so hart los das level ist gut aber oh man nicht so fertig ich bin einfach der king noch zwei minuten ein level können wir noch spielen nein jetzt ist nämlich richtig gut 32 steht es jetzt damit bist du wieder in der büro und ich habe irgendwie kein bock jetzt die büro in 1 32 steht er jetzt ich habe gewonnen neben noch zwei minuten als ob du da noch zwei leute schaffst ja doch wie ein level ich soll eins raussuchen dann können sich im gleichstand rausholen ja suche noch ein traur ok das ging sich ich hätte so in diesem level gerade aber ich bin an der letzte pflanze gestorben da vom ziel du meinst acht bei der spiel was bei dieser spuckenden feuerpflanze genau ich glaube das wurde ich dachte da gestorben ist also bei der letzten vor dem ziel aber man ist nur drei pflanzen am ende glaube ich und die die hat die halt am höchsten gelegen hat an der bin gestorben glaube ich ja die japaner sind hier die besten level bauen jetzt ohne witz ne sie machen ist in der regel bauen die nur dreck aber jetzt geht gerade was das 144 fünftes level hat 144 welt gebaut das leben was 144 was der hat und er ist in welt 144 der wird 144 das fünfte level von der 144 welt oder was meinst du nein das ist einfach sein level titel ach so wir mal angucken hier ich dachte 144 welten wir haben die sechs stunden voll ja 6 6 6 stunden verstanden ja ich hab's überlebt leute hallo ja jetzt alle in auf jeden fall über sechs stunden das war aber kein geplanter über sechs stunden das war einfach mal so zustande gekommen dass ich irgendwie über sechs stunden gespielt habe ob das was wir tun damals noch was ich mag erlegt sie der genaue in die ewigkeiten ich hatte auch ein geld system der ewigkeiten ging aber ich glaubst mir tun war ein bisschen mein längster sechs stunden und dann schön der zweite stream von sechs stunden ein haben wir schon mal gemacht zum einjährigen jubiläum er nicht zum einjährigen zum jubiläum des kanals damals im dezember war das 2018 321 lobo wo jetzt werde ich mich mal ordentlich konzentrieren also wir halten fest ich habe gewonnen aber weil die kann es noch zu einem unentschieden ja also eine er hat den kriegt er noch ein bisschen ehre leute noch ein bisschen ehre und das level schafft hast du ein bisschen ehre das zweimal verloren also bei dem anderen ding bei der endlos und hier aber ein bisschen ehre dann kann man drauf sein das dachte ich mir gerade auch das ist halt welt 144 ne fühlt sich auch so an was ich hatte heute viele neue erfahrung danke ja kein problem das muss man hier machen also ich kippe richtig ohne oh mein gott ach du scheiße das ist halt einfach feuer ich gerade richtig leute das war von dem japaner amerikaner amerikaner außer wer aber typisch für einen japaner sage ich mal ja dann also geht ja dann sind also gehen die gene fahren lag solche leute zu bauen ja soll so eingeschränkt oh man oh man oh man hilfe wo bist du gerade möchte ich nicht sagen immer dasselbe mit dir immer dasselbe wo bist du denn gerade möchtest du nicht sagen dieser drecksfeuerdrache oder wie auch immer der heißt was für ein ding feuerdrache also das ist geistesgestört ne ja aus dem level kannst du ein zwölf stunden stream machen dann gab es abonnieren laffi 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 ehre ehre bei dir lektest du hart eigentlich läuft der stream stabil stabil mein stream nein ich rede von meinem bin aber 1 und 1 wir kommen auch gerne persönlich vorbei und lösen für sie ihre level warum sterbe ich da jetzt so hier muss ich ein bisschen mehr geduld beweisen überfordert das level schafft keiner von uns was ist das denn hier ich prophezeu es ich schaffst gar nichts dieses level schon das wollen wir sehen ey wow was jo jo wer hat sich das ausgedacht man ähm pina kana kaka höchstern name grüße gehen raus ey das kann nicht war stein war stein wer hat das mal gesagt weiß ich nicht das hat irgendwer mal immer gesagt kann doch nicht war stein hat irgendwer mal immer gesagt ich glaube das war so ein urgestein let's player der das immer gesagt hat ich bin nicht durch was erwartest du von mir das war gerade sehr belastend leute das war gerade wegen ready machen wir jetzt überstunden ja man überstunden die welche bezahlt bekommen ich komme da nicht durch pustet noch mehr ist okay bruder manchmal muss ich los und am besten nie wieder wiederkommen oh shit ach du scheiße das level schicke ich blue der soll ein speedrun daraus machen hast du es geschafft was klatscht du so wunge was willst du von mir wunge was willst du von mir können wir noch vor allem spielen hast du gerade im schaft jetzt oder was ja labern mich ja klar es hat sogar der rekord achso ach ja das geht ab herzlichen glückwunsch was auf ehre doch noch was geschah war das jetzt eigentlich ein unentschieden oder ich hab gesagt ich hab gewonnen aber genau für dich gibt's noch mal ein bisschen ehre also er hat dann doch noch was gewonnen heute er hat nicht komplett verloren verliebe so meinen kanal und abonniert mich hier verliebt genau ready als Weltkronterer ich kipp um ey sag mal manchmal hab ich schon was drauf das muss man schon sagen kennst du nicht kann ich atmel auf discord nö ich hab genug atmels ja leute das war der heutige 6 stunden stream das war's für heute dankeschön an ready nochmal fürs dabei sein hier für eine stunde kein problem wir sterben hier mit den tollen leveln wir haben unser spielerlebnis heute ja genau wir haben heute unser spielerlebnis in den 6 stunden auf jeden fall deutlich erweitert deutlich erweitert ich glaube damit kann jeder zufrieden sein wir haben gespielt Mario Maker 2 wir haben gespielt Mario Kart 8 Lachs das Turnier mit dem discord sieger rollen Ding als Gewinner aber wir haben ja kein deutsch ich weiß aber du hast auch eine rolle verteilt auf discord ja ja schon die zweite heute krass wir haben es bei turn 2 gespielt wir haben smash boss ein bisschen gespielt drei runden oder so und hier zum abschluss noch ein bisschen mit ready das war's für heute daumen hoch zum abschluss abonnieren falls ihr irgendwie neu sein solltet und ja das war's für heute tschüss tschüss jo ich geh jetzt auch mal offline ja besser abschlussrede hier hallo du zerstörst nicht gerade meinen abschlusssatz ne halt mal dein mund jetzt hier ja ja ich dachte du bist offline nein Juri so schnell will das nicht tschüss Leute haut rein tschüss das war's für heute Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss.